Biodonner neine Bei mir braucht YouTube wieder bis es startet Starte, starte, starte YouTube bitte starte Bitte starte Sind wir bei mir schon live? Ich weiß es nicht Bei mir startet er noch Jetzt sind wir live Jetzt aber YouTube YouTube wieder verpackt gewesen So wir sind wieder Backupstart Leute Als echte Homelander Ich weiß nicht was du jetzt schon live vor mir Oder hat es bei dir jetzt auch erst geladen Nein ich glaube bei mir Warte mal Chat, bei mir die was bei mir sind Habt ihr das schon gesehen Was jetzt gerade war? Ich glaube nicht Na doch ich glaube sie haben es Bei mir dauert es immer jetzt ein bisschen Immer so 4, 5, 50 Sekunden Na jetzt 20 Sekunden hat es gebraucht Ja ist ganz komisch Seit kurzer Zeit ist das aber erst Wir sollten auf Twitch wechseln Das ist jetzt sowas nämlich nicht So rein da Ja Auf Reiche Auf Reiche Ding warten Scheichs warten Ja Ja so warte Ach wir müssen Wichtig und richtig Ok bei Ok ok bei Bei mir hat man die Anmoderation von dir gehört Und das Super Jetzt habe ich eine doppelte Anmoderation bei dir drüben Ja 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 So Geil Also wir bauen da schön blaulicht drauf Ok Was sagst du denn im Auto Das ist super Das ist supi ne Schau wir könnten da so wie Hinten auf den Spoiler Ja na da so in der Mitte oder Wirklich auf den Spoiler hinten Schau mal hinten auf die Theke Das schaut dann extra beschissen Oh mein Gott Ok ja gut machen wir Alter sieht das scheiße aus Alter sieht das scheiße aus Ich hab ein bisschen Beule hinten Ich hab ein bisschen schallert Passt schon so Die fahren mit Pappkarton Wir fahren heute mit dem Pappkarton rum Ja weil ich mir gedacht habe Heute wird es wieder Chaos gehen mit uns Auf jeden Fall lustig Der Staat Der Staat hat uns die Gebühren gekürzt So schaut es aus Und wer es nicht wusste Leute abonnieren Glocke aktivieren ist gratis Bei beiden von uns Und Ah das sind Hirsches Schau Was machen die in der Stadt die Hirsches Was machen die in der Stadt Ich hab die noch nie in der Stadt gesehen Da hat zumindest noch mehr Ja noch nie Die laufen zu 1 zu 7 rüber Ja die laufen zu 1 zu 7 rüber Ich mach mal bei 1 zu 7 anfangen Ob die einen Hirsch brauchen Mal rein da Ich bin nämlich noch als 1 zu 7 Bus unterwegs weißt du Schau mal wer da ist aber ich glaube nicht Aber warte mal steht da hinten was Nö ich dachte da unten steht ein Auto und P1 oder so Keiner da Ja Sind alle sicher am Dach Hinterhof ist keiner gell Keine Ahnung Oder sie stehen am Hauptplatz Kann auch sein Ich hätte mal hätte ja sonst sonst So ich mach mich noch schnell Set Shop 2,7,4 Atmen Und dann muss ich noch ganz schnell Mein Geld loswerden Mal schön zur nächsten Zur nächsten Bank muss ich fahren Oder zur nächsten Tankstelle Ey das Ding hat Nitro gell Warte Oha Oh wie ein Formel 1 Auto Dieses Formel 1 Nitro ja nicht ganz so ein bisschen So ein bisschen ähnlich Ich geh schon da rüber Bankomatkarte holen Achja und Like dalassen kostet ebenfalls nichts Leute Ist auch wichtig zu wissen Ja genau ganz wichtig Und eure Freunden davon erzählen gell? Ja genau ist auch wichtig Freunden, Verwandten, Familie, alle erzählen Die Mund Provoganda Genau Wie der Rainer sagt ja die Provoganda So einzeilen Damit das Geld nicht vermischelt wird So Guck jetzt hab ich wieder 700.000 auf dem Konto Aber wie viel Geld können wir uns eigentlich geben? 2,7,4 Was ist eigentlich das Maximale was ich mir geben kann? Ich glaub Ich glaub einfach 9 durchschallern Pfff Okay ich hab das Ich hab das Maximale glaub ich erreicht Du musst einfach alles mit 9 und vollhauen Alles mit 9 vollhauen ja Ich glaub das ist das Maximum Alter okay damit mach ich mein Kontostand komplett kaputt So das reicht Ich glaub das sollte reichen für heute Geld cheaten ja Ich cheate mir doch nichts Das ist harte Arbeit das Geld ist das Geht's nicht? Also wir könnten wir könnten auch Warten wir könnten auch auf Ding schon machen Guten Tag Kannst du einmal ein anderes Tier machen bitte? Mhm Ich bin ein anderes Tier Ich bin heute Ich bin normal heute kein Hirsch Sondern ein Reh Warte mal ich könnte Warte mal Set Pat Was könnte ich machen? Ich komm nicht ins Auto Ich hab ein Problem Äh Ich pass nicht rein Ich bin A doch ich pass rein Perfekt So fahren wir zum Mechaniker und fragen ob wir das tun können Hahahaha 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 Na was was ich mach Na was lass mich ein Bauern sein Der Fette Dann war ich so Oh blö Warte mal Und so fahren wir dann zum Alter guck mal wie ich da sitz Und dann musst du Oh mein ich Ist cool Den musst du schon wieder mal Hau rein Also ich sitz Also so fahr ich richtig Schau Jetzt fahren wir Oh die Tür ist weg So fahren wir jetzt zu den Mechaniker Und das sind die Mootunen Die redet jetzt hier ein richtiger Österreicher Ein Diefstorsteirisch Fangen wir mal runter Macht's euch aber was krass Ah Mir fällt gerade auf wir haben keine Lichter an dem Auto Außer die äh Blaulichter Müssen wir einbauen lassen Fragen wir mal ob das geht Schau mal Top Schau los Eine mit Nitro Der verschanzt sich da schon hinten Wo ist der Da kommt der Schau Der hat gerade frisch repariert Du bist reingepackt Warte mal ich brauche noch so einen Gehstil Schau wie ich gehe Guck Also drunk Schau So hier wo du Ha Hast du gerade Zeit für uns Ähm Ja und was geht's denn Alter, wir haben ein neues Auto gekriegt, weil wir da haben wir Stadtförderer und Rührer geschossen und jetzt habe ich meine Hirschkuh jetzt rumgefahren und für meine Hirschkuh brauche ich jetzt, brauche ich da mal, bis man ein bisschen aufgeht, weißt du, so BIMP MY RIDE oder wie die Scheiße heißt, ne, aber wie damals gesehen, im MTV habe ich das gesehen, ja, wenn wir mal BIMP MY RIDE machen, weißt du, wenn wir mal BIMP MY RIDE einbauen, dann schauen wir mal, was der Motor, was der Moodle da macht, ja, die, ich schaue mal ein bisschen mit Sonnenblumen und die Rapsöl füttern da Schaut nicht so teip an, das ist mein Hirschkuh, die kriegt's, ne Ich guck eher wegen ihrem Auto, was ist sehr interessant Ja, das wird jetzt mal da BIMPT, wird das ja jetzt, ne, TUNED wird das Haben sie was, haben sie was gegen mein Auto, ne, ich find das cool Hast du was gegen mein Auto, willst du mich produzieren, ne, du mich, ja Ich komm gerade aus dem Haus, ne, was du hast denn schon wieder da vollbauts, ne, was hast denn schon wieder gemacht mit meiner Hirschkuh Ich hab gar nichts gemacht Was sitzt du jetzt da am Boden, du Seißelbubster, was sind da Ich bin ja nicht umgetreten Der tut nichts, der tut nichts, der war nur Eisen Nicht weg, Schieb, guck Hast du keine Erddosen für den Arm Hast du eine Erddosen mit Heute schon was vor, Süßi 11.200 Dollar 11.200 Dollar, was ist denn das für eine Abzocke 5.000 zahlen maximal für den Scheiß Ja, 5.000 kann ich leider nicht mit den, also ich hab jetzt alles zusammengerechnet, bis auf die Federo 5.000 kann man nicht hin, wie soll denn das Was tut denn da, jetzt knick da nicht so rum, du Wir haben leider kein, kein Putter hier für den Hirsch Ja, dann muss ich das halt zahlen Jetzt gehen wir zum Schlafen zu zweit Ja, zahle ich schon, 12.200 Da hab ich wieder liegen, Alter Schau mal, mein Hirschkuh, der mag Nudeln, der legt sich da gleich um Ah, Hirsch Oh ne, er packt die Waffe Wenn du auf mein Hirschkuh schießt, dann schieß ich da nicht Oh, schau wie er humpelt Das Viech hat mich zum Fluchen gebracht, Mann Was gibt das denn da schon, ne? Was tust du denn da, du Gaukehaar Ups Ich glaub ich sollte mir hier, hier ist da Scheiße Welche ID hat er? Ah, jetzt Ciao Was hat denn der für Dienstnummer, der Der Sackspiker Ah, warte Hast du das nicht Linken 11 ist ja Linken 11 2, 3, 4 Das ist die Nummer 2, 3, 4 Geht's ja gar auf, ich kann erlaub ich Du sollst nicht schlafen, du Daudel, du Ne, ich bin da Der Arme So, jetzt geh ich mal kurz die Autos anhumpeln Kann ich da einsteigen Ne Schau wie das probiert, ne? Ne Wir warten jetzt erstmal, bis das Auto fertig ist Oh, schade Ah, okay, es hat nicht funktioniert Es hat nicht so funktioniert So, ich lese kurz vor Marcel Schüssler, zu spät Schönen guten Abend Danke für die ganzen Liegestützen Ich hoffe, du kannst dich erinnern Habe mir den Trizept zerrissen Sport ist Mord Ach, hast du wirklich gemacht, oder was? Das war da, wo ich in diesem Tunnel war, da? Wo ich gesagt habe, dass Andel, äh, was muss der Andel nochmal sagen? Irgendwas hat Andel sagen müssen In irgendeinem Wort, ne? Marcel Schüssler, 5 Euro nochmal, kurz getraust Also 7hb Und, äh, Berik993 Danke fürs VP, wir haben jetzt, wer einer haut den Primesab aus Der Allerechte, Robert, danke für 1,07 Euro Matthias Rukowski Let's go, lass knacken Seat für 50, Moin, wie geht's? Wünsche dir viel Spaß beim Studium Sehr gut, ich hoffe, dir auch Moritzak für 240 Und, Vorlek, Norkurdel Schaue in deinen Discord DMs Habe dir da einen Rechtschreibfehler von vorgeschickt Habe ich schon gesehen, ja, habe ich gesehen Ich habe noch nicht geantwortet, tut mir sehr leid Aber ja, ich weiß, äh, äh Es ist ein bisschen wie ein Schreibfehler, ja Ein Tippfehler, eher Dankeschön, Vorlek Entschuldigen Sie bitte Mhhh Sie sind aber ein Süßi Mhhh Ja Was haben Sie denn heute noch vor? Hat der gerade am Vorenlaufen Wo fahr man heute noch hin? Ich weiß nicht Wo fahr man heute noch hin? Was haben Sie heute vor? Hm? Du und Serumpolizist mit dir auf einer Polizeiuniform Hm? Darf ich einmal in das Funkgerät da einquietschen? In das Funkgerät da? Darf ich da einmal reinquietschen? Warten Sie mal Ja, ich glaube, hat geklappt Nein, hat nicht geklappt Was hast du gerade mit einem Schwarzreiner Ja 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 Schön Das ist eine Liggelle Zuckerwatte Yes Grünsste Hallo Zuckerwatte Ja María, der steht auf Frauen Mh Wenn er auf Zuckerwatten steht Zuckerwatte Der wird da ganz gambrig, wird er da. Der tut nix. Oder Hirschgulasch. Hirschgulasch ist auch gut. Bitte, was haben Sie gerade gesagt? Dem wird kein Gulasch gemacht. Aus mir wird kein Gulasch. Aber aus Ihnen mache ich gleich ein Gulasch. Wissen Sie warum? Weil Sie sind ein Gull-Arsch. Okay. Was? Das ist ein Gulasch. Ist das ein Gulasch? Tunst du jetzt für einen Moodle eine, dass wir die Käse nicht dran brechen? Kann man das dran wie dieser Maschbrasse? Bitte nicht. Darf ich noch mal ins Gerät? Nein. Okay. Was? Weißt du eh, was ein Moodle ist, oder? Weißt du eh, was ein Moodle ist, oder? Weißt du eh, was ein Moodle ist? Ja, ich glaube, ich werde mich gerade einmal schlafen legen, da. Weißt du eh, was ein Moodle ist? Was ist das? Was kommt da für ein Moodle ein? Der Motor... Bei Jesus, Maria! Mit dir fahre ich gleich zum Gericht, dann gebe ich dir zur Adoption. Ja, ich bin auch hier ihr Arsch! Doch, hörst du Gulasch! Ich bin kein Gulasch! Wenn da wer ein Gulasch ist, dann sie! Du nicht? Äh... Ja... Aber schmieren! So viel schmieren, du Madone! Ja... Sind sie verheiratet? Hm... Aha! Aha! Oh! Der Mann ist spitz! Ich merke, dass wenn ich um ihn rumgehe, der ist spitz! Der Mann... Das merkt man direkt! Okay, weil das ist irgendwie... Oh, jetzt habe ich euch zusammen... Schau mal, ich habe euch zusammengestört! Was haben wir da jetzt drin? 20 Zylinder V12? Ne... Entschuldigens, bitte ist fertig! Dann 20 Zylinder V12 haben wir da drin! Perfekt! Ja klar! Dann machen sie auf, Herrens! Machen sie auf! Wir müssen los! Steinen oben! Nein, gell? Steinen oben! Wir müssen los, Joachim! Wir müssen auf die Red hier! Und das Trinkgeld nicht auf einmal verbrennen! Boah, steig ein! Wie heißt? Ich muss nicht ein! Ich bin zu fett! Steig ein, du Kaufer! Ich komm nicht ein! Geh aus! Ich komm nicht rein, du! Da willst du mir sagen, dass ich zu platt bin! Jetzt steig ein, du Kaufer! Nein, ich bin zu platt! Was frisst du denn auch so viele Aurea-Torten daheim? Ähm... Alle vier Reifen sind kaputt! Ja! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht die Füllschrung mit der Aurea-Torten fertig frissen! Jupp! Füßi! Ähm... Ruhe! Jaa! Hallo, sag ich was! Seid so wahnsinnig! Hahaha! Warte, das ist wirklich ge-tumt für uns! Sorry! Äh, warte, warte, hattest du jetzt... Ja! Es ist wirklich Toro drin! Es ist nur jemand, der mit Deckgerät trägt! Hoppala! Oh, sorry! Äh... Das ist... Ups! Komm ich... Da komm ich jetzt erst drauf! Hahaha! Warum sagt mir das keiner? Die ganze Zeit gerade so geredet, ja? Hahaha! Wie? Durch das Funkgerät? Du weißt, warum ich hab das nicht angemacht, als ich durch das Funkgerät geredet hab! Hahaha! Ich weiß, aber du... Ich red seit 10 Minuten so! Ich weiß! Hahaha! Du hast die Wunde! Oh, schau! Achso, das kann man jetzt nicht als Rampe benutzen! Ja, genau! Oh, schade! Oh, schau, wenn der vorne steht, schau! Hahaha! Machen wir mal Platz dafür! Wenn wir mal ein gescheites Auto da herparken können! Servus! Was ist denn das für ein Zustand? Was ist denn da? Das ist kein Zustand! Das ist ein Raid! Das ist ein Raid! Ja! Hast du deinen Kleid gezogen unter Kontrolle, oder was? Was will ich nicht unter Kontrolle? Was stehst du da? Ich dachte, deinen Streichhölzer oder einen Mann! Wir wollen da bauen! Uuuh! Ja, ich weiß nicht, dass du wieder eine Aria dort haben willst! Setz'n Pup-Karton also durch die Gegend! Setz'n! Bist du neidisch auf meinen Pup-Karton? Absolut neidisch auf den Pup-Karton! Absolut neidisch auf den Pup-Karton, ja! G'schmeidig! Ist das Samt? Oh, das ist Samt, gell? Geil, geil! Samtig! So viel Samtig! Ui! Da ist irgendwann ein Pup-Karton dabei! Irgendwie würde ich gerne probieren, ob der Ding gut brennt! Das ist ja mal voll, jung! Feuerzeug reicht! Entschuldigung, was haben sie gerade gesagt? Was soll ich brennen? Ja, sie! Warum? Warum kann das Ding reden? Gut! Da hab ich glatten Fäuschen erwischt! Kann man das Ding auch anzünden? Warum kann das Ding reden? Ich bin ein ausgebrochenes Labor-Kind! Ich wurde im Labor gezeugt und jetzt konnte ich reden! Mir hat man von einem vierjährigen Kind das Gehirn eingepflanzt, jetzt bin ich aber schon vierer zwanzig! Ah! Achso! Ah! Wie fette Sauer! Oh mein Gott! Bitte, was haben sie gerade gesagt zu mir? Ich glaube, der hat dich gemeint, schau! Der hat dich gemeint! Der hat's gerade um mit Saat! Der hat's gerade um mit Saat! Dich hat's gemeint, gell? Der hat's gerade um mit Saat! Der hat's gerade um mit Saat! Der hat's gerade um mit Saat! Ich mag das nicht, da ist ein bisschen zu viel los! Dann steig ein, du fehlst das Stück! Ihr seht das auch, ne? Ich hab nicht zu viel geraucht, oder? Nein, ihr seht das auch! Ja, okay, okay, das ist gut! Ich hab grad schon ein bisschen Paranoia! Du musst einsteigen! Ich war schon wieder eine 3 mit Stink! Alles gut mit der Wirbelsäule! Einsteigen, du feites Stück! Ähm! Ähm! Ja, natürlich! Sicher, dass wir nichts Falsches geraucht haben? Wir müssen schauen, wir müssen schauen, ob irgendjemand! Ich hab ne richtig gute Idee! Wenn irgendjemand gerade am Anbauen oder am Kochen ist, und wir beide gehen so als Rehe, das heißt hier dorthin, und tun das, als wären wir NPCs am besten! Weißt du, was ich mein? Ja, mein, kein Stimmt! Ich hab da oben... Am Schießstand sind grad Leute, am Tomatenfeld! Genau, am Tomatenfeld! Aber am besten wär, wenn wir ihn irgendwo bei anbauen würde! Ja, ja, Montchilliard vielleicht am ehesten, da müssen wir mal inspekten! Wobei da ist jemand, an der Orangenpresse ist da jemand, da ist sonst nie wer, Orangenpresse! Warte mal, ich geh mal ein bisschen inspekten! Ja, ja, inspekte mal, weil das ist ja übelst lustig! Und dann einfach so auf NPC stellen, weißt du, einfach so tun, als wären wir richtig NPCs! Ich mein, du kannst auch als fetter Typ da einfach vorbeikommen und als NPC mitwirken! An der Orangenpresse war der Matze! Matze! So, dann schauen wir mal, was noch los ist! Hier unten ist wer, der Pferd aber! Oh, da oben ist wer! Ich seh grad jemanden, da am... Tuning-Chip! Janik Engel, da ist da ganz weit rechts oben, aber da kannst du nicht anbauen, also keine Ahnung, was der macht! Also, der könnte da oben kochen, ich glaub da kocht jemand! Ja, wir mal schauen! Schau, siehst du ganz rechts unten auf der Karte? Ja, ja, ich weiß, das hab ich auch schon gesehen, ja! Aber da kannst du kochen! Ja, ja, aber vielleicht kocht der! Wird ja auch schon reichen! Also, Marcel! Da ist ein Korb da oben! Ich suche hier halt nicht! Ist das ein Korb? Haben wir ein Gilead! Achso, na, ich mein jetzt rechts unten! Wollen wir mal kurz, äh... Da ist ja einer, der ist schnudeln! Ich speichere das mal kurz ab, ich stell das da ab! Ich hoffe, das klaut jetzt keiner! So, schauen wir mal! Äh... Weil ich glaub, das ist auch ein Korb! Wenn ich jetzt ehrlich bin, weil der Pferd da rum... im Feld sind Leute! Da könnten wir auch hin! Sind sogar Bar-Leute! Stimmt, da könnt ihr auch noch Power machen! Dort mit dem Ding! Stimmt, ja! Und warte, ich komm mal das Reh vor! Und du sagst, du suchst mich die ganze Zeit schon! Habt ihr ein Reh gesehen? Weißt du was? Ich renne übers Feld und du fragst sie, ob sie ein Reh gesehen haben! Ja, ja! Okay, machen wir das so, warte! Warte mal, ich fahr aber mit... Wie weißt du den Spawn-Namen vom Traktor? Traktor 2! Ah, so mit C, gell! Ja, oder einfach nur Traktor mit C, ja! Ne, ich hab ihn schon! Okay, ich renne jetzt dann vorbei, ich schau was passiert! Oh, ich pass da nicht durch! Warte, ich muss rüber! Ich pass da nicht durch! Aber ist ja üblich schnell! Ah! Da sind wir schon! Alter! Ist heute noch kein einziger richtiger Admin-Fall reingekommen, merke ich gerade! Wunderbar ein bisschen! Nein! Bei fast 100 Leuten! Ich glaube ich geh jetzt vorbei, schau! Ich hab schon vorbei gerannt! Okay! Ich fahr jetzt einmal hin und frag einmal! Ich versteck mich dahinter im Busch und dann komm ich wieder! Oder ich schau, ich schau, wenn du sie fragst, kannst du schauen, dass ich das Auto von denen klau oder so! Schau wie du kommst! Das ist der Sound, aber ich spiel dich! Verstehende! Danke Moritz! Für 249! Elio draus! Servus! Kannst du mal bitte deinen ganzen aktiven Reshade-Shader zeigen? Und die Confictor-Shader? Liebe Grüße! Ich weiß nicht, mein Shader ist halt auf meine Grafikmod angepasst, also bringt dir relativ wenig! Würde Sinn machen, wenn ich das für NVE mache! Ich hab einen NVE-Shader mal gemacht! Hm! Der wäre vielleicht ein bisschen hilfreich, weil wenn ich da meinen Shader ausmache, guck mal meine Grafikmod an, wie scheiße die aussieht! Du brauchst eine Grafikmod, die so beschissen aussieht, dass du den Shader drüber ballerst! Allround Fischer! Heyo! Feier deine Streams! Mach weiter so! Liebe Grüße aus der Nähe von Karlsruhe! Dankeschön! Allround Fischer! Ach der nette Harun! Rainer Speck! Back im Speck! Vielen Dank! Dann Buddy! 6118 auf dem guten Stream! Du geiles Stück, du geiles! Dankeschön Buddy! Luke der Allerechte! Das ist meine erste Spende! Dankeschön! Luke der Echte 10! Dann RobertLive07! Das ist meine erste Spende! Guck dich schon seit Fortnite-Zeit! Heftig! Liebe geht raus! Und Vorlek! Wohin muss ein Reh wenn es Haarausfall hat denn eine Reha-Klinik? Den kenn ich aber auch schon, Bruder! Den kannte ich schon! Allround Fischer! Und nochmal danke! Vielen Dank fürs 4P-Werden! Vielen, vielen herzlichen Reizdamm! So! Fake-Error 404! Dank für 1,07 Euro! Kurs geht da auch nochmal raus! Und jetzt schauen wir mal, was der Handel macht da hinten! Starverer! Hallo? Erst... Soll ich's ablenken? Dass du's glauben kannst! Ich jetzt nämlich... Ich geh nochmal durch! Ist das Auto offen? Weißt du das? Ich komm vorbei, ich renne bei dir und bleib stehen, du Fuhi-Koka! Bleib stehen, du Koka! Servus! Nein, das Auto ist... Ich könnte sie ablenken! Ich könnte sie aufsperren! So ist's! Ey, lenks sie ab, lenks sie ab! Ich mach grad das Auto auf! Ist das fiese? Ah, die haben 130er Tempomat drin, alter! Ah, Reh, im Auto geklaut! Ah, es ist ein polnisches Reh! Ach, so lustiger! Warte, ich falle jetzt da oben, schau! Ich scheppere jetzt volle Kanne durch, schau! Ach, so lustiger! 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 Ich fahre, Alter. Ah, das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Und da sitzt ein Reh drin, weißt du. Schau, was ich zahm fahre, Alter. Warte, warte, ich komme wieder. Ah, was ist denn jetzt aber? Jetzt komm her, zapp er laut noch einmal da. Und ich kann nicht den Katastrisalat das selber machen. Ha, ich möchte mal keine neue Spur. Kommst du her, Alter. So, jetzt kommst du mit. Da will ich wieder mal ein paar Leidfunk stellen. Hast du gesehen, wo der Urus hin ist? Ja, das ist die Sibylle. Hi. Auf dich habe ich... Das wäre mir aufgefallen. Oh, guck mal, Dean, da möchte jemand kuscheln. Das ist die Sibylle, ist das? Ja, die braucht Liebe. Die braucht aber nur ein Auto. Aber nicht mein Urus. Ich will mein Auto wieder. Ich schmeiß mich auf den Boden und weinen. Du nicht rehen, da drüben schaust das Auto. Irgendwer ein Pflanze habe ich irgendwo. Es ist so dumm, es ist so dumm, Alter. Ich schau mal, ob der denn offen war, dann fahre ich damit weiter. Ich hoffe, er hat den offen lassen, nee. Da ist ein Fahrzeug in der Nähe, ich weiss es doch. Andel re-arrived den, ich fahre mit seinem Auto jetzt weg. Ich schau mal, wie er zusperrt. Oh, da kommt ein Krankenwagen, wo da rein 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 rein. Wo kommt der Krankenwagen, Andel? Ja, weil er einen Dispatch drückt hat. Ach so. Jetzt musst du los anfahren. Ich hab die Tür abgeholt. Ich hab die Tür abgeholt. Ich hab die Tür abgeholt. Was ist der offen? Die passt auf mein Ocker auf. Was? Die passt auf mein Ocker auf. Das ist die Bille. Die Bille! Die Bille! Scheiße! Ah. Schau, was ich jetzt mache, Andel. Schau! Schau jetzt! Die armen, Alter! Ich kann nicht mehr! Das ist so dumm! Dann lass abhauen! Andel lass jetzt einfach abhauen! Du weißt, was passiert? Ja, die Traktor ist ein einzelnes, ich verpiss mich da! Oh, jetzt kommt ein Helikopter auch noch dazu! Den auch noch mitnehmen und abstürzen! Alter! Du hast gesagt, ich muss mein Volk weiter bedüngen! Weißt du, willst du ganz normal Orangenfarm gehen, kommt da auf einmal so ein Hirsch und klaut dir dein Auto! Tomaten! Tomaten! Ja, Tomaten, ja! Ah, ich kann nicht mehr! Das war so dumm einfach, wie das ausgesehen hat! Wie sind diese Autos eigentlich liegen? Wie war ich damit rumgefahren? Mit dem Auto vom Bikeflut stehst du! Oh, oh, da kommt die Biker gegen! Die Biker gegen Andel, die ist da! Wo? Warte, warte ich mal mit dem Bike! Warte, genau! Wo bist du? Äh, die fahren gerade da Richtung Dings vorbei! Richtung Tankstelle! Warte, warte mal, gibt's irgendeinen Bike! So, warte mal, wie heißt denn das schnell? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Da ist der Jobber, neben den Säbchen mal dann Heißt denn der Diemann, glaub ich? WTF? HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Weil, sind die Datschen direkt die soll ich abdrücken? Kannst bahn, lassen die Acht scheuen, denn vorher frei Alter, sind die Datschen wie? HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Die Paradiser Die Paradeiser Andel, ich bin tot Alter Seit wann greift mein Tier da ran? Ich weiß es nicht Auf Motorrad Andi du musst schnell vorbeikommen und mich mitnehmen Du musst schnell vorbeikommen und das klären mit denen Ich würde sagen heute gibt es in der Bar Hörsch Gulasch Oh ja, nehmt es mit Oh nein die wollen mich mitnehmen Mach schnell Mach schnell, du musst das klären bevor die mich mitnehmen Wenn wir dafür rauflegen können Ich bin gar nicht, der liegt das Hast du ein Messer immer? Dann machen wir erstmal Ein bisschen Wegheulen abschneiden Oh das ist so dumm Ey das ist wirklich das dümmste Was du machen kannst mit einem Hirsch rumfahren Und Leute belästigen Dann guck mal hier Was ist denn mit ihm? Hat einer von euch meinen Hirsch gesehen? Ja, liegt hier Der liegt da Was macht sie mit meinem Hirsch? Verschwein Geh weg da, verschwein Hallo Da muss der Licht werden Was für ein Leib werden Der kommt gleich auf den Grill Na klar Da kommt gar nichts mit Nein, da kommt gar nichts mit Wir haben viel geschossen Das wird unser Hirsch jetzt fürs Barbecue Wir laden dich gerne einen dazu an Der hat einen glatten Herzschluss bekommen Bleib mal hier Kollege Klau doch Klau doch Klau doch hier Nicht mein Hirsch Nix da Ey mein Hirsch Ey Der mobs einfach unser Essen Ich glaub der Schau Was willst du? Was willst du? Du Sack Du Sacklpicker Du Das ist zu geil Warte ich muss mich überwifeln Irgendwo Ah Hilfe Ich klem jetzt hin Du Du Sacklpicker Du Sacklpicker Schau Schau Aber dem hast du gut mitgenommen Was ich sagen Dem hast du echt gut ausgespielt Ich habe es Schau Schau warte wer ist noch Lass wir schauen Also oben auf dem Mount Schillert Das sind glaube ich Polizisten Irgendwer ist ganz oben Ja ja Das war ganz oben Zweimal Fail-RP Schau mal wo ist das denn Oh da fahr mal hin Andel Da müssen wir anfangen Zweimal Fail-RP Mit Blaulicht Aber schnell Aber schnell Warte Mach Mach Tuner-Chip Mach mal rein Probier mal wie schnell der fährt Tuning-Chip Tuning-Chip Ui Kann man so langsam Der hält sogar das Handling recht gut Ja Wie schön fahren wir jetzt gerade Ich sehe es nämlich nicht 138 Ja das reicht doch für einen Traktor Das ist schon schnell Ich höre doch das BI-TRAKTOR Schau Jetzt aber zweimal Fail-RP Da bin ich jetzt interessiert dran Was passiert Schau doch die Biker Ich muss sagen die Biker sind echt coole Leute Die spielen das richtig lustig aus Die wollten mich mitnehmen als Hirschragu Die wollten mich kochen heute Da muss der Bauer kommen Ich nehme mein Hirsch Es ist mein Klaut in der Wüste Du musst mir vorstieg Bin ich mit dem Motorrad vorbeikommen Und hab den einen mit der weißen Weste Da hab ich fast runtergeschallert Grüß Sie trauteln da Ohne Kennzeichen andere Wir haben wir gleich angehalten Ich bin ein Landwirt Weil das ist ja wie oben die Hast du das auch wo oben die Flamme raussteht Nein ich sehe es nicht Ich bin im Auto drin Hier oben ist eine blaue Stichflamme Um raus zu gehen Am dauerhaften Nitro Oh Ich sehe es nicht Ich lese mal schnell vor ich bin gleich wieder da Ja Heute unser erster Adminfall heute 20 Dank für 2 Euro Chen Kühleitende Dank für den Euro Leon Holzhau Dank für den Euro Noah Rohner Dank für 95 Cent Fuchsi Mattenburg Mattenberg auf die 1 Mattenburger wollte ich schon sagen Aber wir werden angehalten Wir werden jetzt wirklich angehalten? Ahndl? Ja ja Wir werden gerade angehalten gleich gell? Wir werden nichts angehalten Wir fahren da weiter Schau da No Name Du No Name Schau wie wir weiter fahren Ja du wir müssen zum Admin fallen Ist wichtig Schau 10 ATV am Easter Road Der nächste Krankenwagen unterwegs Der nächste Feuerwehr Oder 10 ATV haben wir Haha Nein 10 ATV Mit dem Traktor So ähm Dankeschön an Elli Meine Grafik sieht so kacke aus Ohne Shader Deshalb die Frage Würde mich sehr freuen Kuss geht raus Ja aber das Problem ist mein Shader bringt dir halt nichts Weil ähm Ja Es ist Es ist ne Es ist halt ein Overlayer über eine Grafikmod Die sehr sehr hell ist Die so halt nicht gibt Wenn du NVE hast Das ist viel dunkler Die beste Grafik Kriegst du glaube ich zusammen Also wenn du wirklich ne heftige Grafik willst NVE Mit einem Reshade Das musst du an deinem Monitor am besten anpassen Weil jeder Monitor anders ist Ohr weit Fake er auch immer vorgelesen Gell Ich muss schnell in die Arbeit Guten Tag der Herr Ich glaub wir sind feuch Was haben sie denn da? Wir sind doch nicht feuch Wir sind doch nicht feuch Doch wir sind feuch Ich bin ein Laborunfall Und jetzt lebe ich da Darf ich nicht leben Als Laborunfall Ein Laborunfall Ein Ein Reden Habe ich doch gesagt Einmal noch drauf drücken Bitte Bitte noch einmal drauf drücken Mag meine Mama grüßen Die ist nämlich ein Funkgerät Maus Verstehenste Was ist das? Und ich hab grad richtig den Lag des Todes Gott Da sind Andl Der ist beim Mechaniker Jaja der ist beim Mechaniker Ich hab grad richtigen Lag Ey wieso hat mir das Wieso hat es mich ins Vision Row geleitet? Ja es ist grad richtig Lag Ich merkst das nicht? Warte mal Guck mal her da Hey wo bist du? Ich geh zum Mechaniker Ich geh zum Mechaniker Jaja aber ich Ich bin ja grad richtig am rumlaggeln Ich zieh grad gar nichts mehr Ich glaub ich schalte das gleich raus Oder so Ja ich glaub ich bin grad Gedisconnected Andl Ich muss neu rein Ich hab grad auch Einen fetten Lag gehabt Lag des Todes gerade Ja Reconnect vom Mambo Hab ich grad bekommen Ja ich kann nicht auf mein Inventar zu Das lag grad richtig Ja ich schau mal schnell ganz kurz rein Was da los ist Oh ne ich kann da nicht connecten Hey warum ist das weg? Warte ich kann grad nicht auf den connecten Ist so ähnlich wie Das lag grad Ja 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 so ähnlich wie gestern Meine ich doch Warte ganz kurz Die sehen mich alle nicht Na ich schau mal schnell Da ist grad jemand von mir Die's wegschallert Schau mal ob der mich draußen hört Weißt du was ich glaube woran das liegt? Das liegt glaub ich am Wenn wir alle dieses Big Mode anhaben Diese Blips Glaub ich Wenn ich ehrlich bin Weißt du was ich mein? Am Server selbst liegt's nicht Ich seh's doch gerade nämlich Weißt du was lustig ist? Ich höre eins Und einen Daniel Wolf Der ist mit mir perfekt gesynkt Und den höre ich Ja ja manche hörst Und manche nicht Ich weiß ich weiß Das ist ganz strange Ah ja schau mal Aber schau mal Es sind gerade von 108 auf 40 Leute Ja ja es gibt grad einen Mass Timeout Ich schau grad Ich schau grad mit Da zack zack Ich schau nämlich gerade Woran's liegen könnte Aber Äh äh es ist Es ist nicht am Server ne Es ist äh Es ist einfach Connection glaub ich grade Überfordert seit zwei Tagen Oder weil 5M wieder Problems hat Ich weiß es nicht Einmal entweder das oder das Ich hör jetzt wieder die Leute Ich connect mal neu rein Ich connect mal schnell neu rein Mich jetzt nicht rauskaufen Aber das war doch gestern Zirk um dieselbe Uhrzeit oder? Ja ja Hm Das ist der Sound auf der Spende DDoS vielleicht Ne ist kein DDoS DDoS schaut anders aus Bisschen anders Ich glaub dass das Dings ist hier Wie heißt denn Seit gestern Äh paar Problems mit Connection glaub ich Kann man mal gucken Zack Nein Schau nämlich grade die Leitung an Also nämlich kein Keine Überlastung vom Ding Ich glaub einfach dass der Upload grade Vom Serverbetreiber So ein bisschen schwankt Seit gestern Da muss ich mal nachfangen Was da Lows ist Also das ist erst seit gestern Sonst die Tage lief ja alles immer Der Massenband Ne das Das WLAN Kabel ist durch Weil das Reh drauf gestiegen ist Genau das ist es Das WLAN Kabel ist durch Ich bin gleich wieder da Ich hole mir schon was zu trinken Leute Bis gleich Andl Ja Warte ich mach mal schön wenn die Lachen waren Also ziemlich Ziemlich heiß Oh Ziemlich 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 Ja Robert Was ist denn da los Herst Bist dir wieder die Katzen rauslassen Gell Mhm Über ne Katzen rauslassen Schau nicht dass ich jetzt sterbe Alter Jaja Nein zu spät Ja weißt was jetzt bin ich nämlich gestorben Alter Jetzt sind meine ganzen Es ist Freddy's Diamant ist jetzt weg Muss ich ja erst ersetzen lassen Seh schon das zweite Mal Hahaha Ja Ja Ne weil ich weil ich nämlich Weil ich nämlich äh wie der Ding war Na zum Glück hab ich mein Money gesaved I wart auf der Werkstatt auf die ich wegen dem Fehler bin Ja ja ich bin unterwegs Ja jetzt ist Freddy's Diamant schon das zweite Mal ausgetauscht worden Hahaha Aber dafür kann ich nicht Einfach Replika auf Plastik rein Hahaha So ne warte wie geht das der Phone ne Dann gehen wir mal wenigstens mal die Basics mal wieder Das ist aber wenigstens mal mein Ding äh Ne wie Radio ist das ne Jetzt warte Diamond So Freddy's Diamant ist wieder da Mein Funkgerät ist wieder mein iPhone ist wieder da Super Warte jetzt komm ich Soll ich mit dem Reh kommen? Ja oder Ja Ich hab gesagt mein Assistent kommt und dann noch besser So ein Dreh kommt Hahaha Mein Assistent kommt gleich Ja wie gesagt mein Assistent kommt gleich Hahaha Mein Assistent ist gleich bei ihnen Also soll ich mit dem Cardboard Auto kommen Warte ich auch mal mit anfahren Dass ich ganz schön unterwegs bin Das ist Was jetzt Darren war's oder? Darren hat äh Dings Ja ja Musst du im Mechaniker Werkstatt um Ja 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 ich geh doch schon mein Cardboard Auto Das wird ziemlich lustig jetzt So Hast Wurde nicht geklaut Aber mein Blaulicht ist weg Das ist Lächerlich Der Lag passiert öfters zur Zeit Was ist da los? Ja ich Ich vermute vom Anbieter dass der Upload äh derzeit eingeht Weißt du was lustig ist? Die Server Crashes haben aufgehört Die gibt's nicht mehr Und jetzt hast du wieder da ein Problem Das ist immer Es gibt immer irgendwo ein Problem Immer Du hast nie äh Mal Ruhe Wobei doch jetzt hatten wir ein paar Wochen Ruhe davon Ein paar Wochen waren jetzt Ruhe Und jetzt Seit zwei Tagen Seit gestern ist das Also ich schätze entweder bei 5M Problems Was ich aber eher nicht glaub Ich glaub eher Der Host Dass da der äh Der Server Punkt Irgendwie gerade Einbrüche hat Weil so fühlt sich das grad eher an Muss ich mal nachfragen Was da genau dort los ist Weil da können wir nix machen Weil ich hab grad am Server geguckt Der Server läuft ganz normal weiter Also da ist nichts Script-Aero-Technisches oder sowas Was das auslösen könnte Also ich bin grad da Also ist das hier am Dings direkt Ja ne? Mechaniker da komm Da komm ich Das ist das auch Das ist mein Assistent Mein Assistent Ein Reh Schläge schläge Das ist mein Assistent So Guten Tag Gehen wir wieder ein oder was Servus High Professional Assistent Da ist ein Reh Der assistiert Ja Wo ist das passiert? Also äh Folgende Situation Kann das nicht ernst nehmen Ich stand vor jemandem Ich stand vor jemandem Ungefähr so Aber äh Zusätzlich auch noch so Ja Und ich lief vor Mission Row Von den Zellen in Richtung Garage Stieg in mein Auto ein Und da stieg er aus Der Übeltäter Man nennt ihn auch Bobby Sixberry Und er rief mich mit Namen Während ich maskiert vor ihm stand Und als ich ihn gefragt habe Nachdem ich nochmal aus dem Auto ausgestiegen bin Wen er gerufen hat Sagte er wieder meinen Namen Und hat gemeint Es schaut nur einer so komisch wie ich Siehst du meine Augen Oder meinen Mund Das ist das Problem Ähm Mhm Ja Hast du da vorne einen Klauern An Kripp oder sowas Ne leider nicht Aber Es war noch jemand mit dabei Und zwar seine rothaarige Begleiterin Die Frau Barker Die hatte mich auch beim Namen genannt Und die hat aber leider nicht gerafft Dass ich eine Maske auf hatte Als sie das dann gesehen hat Da hat sie ihre Aussage auch schnell wieder revidiert Das Problem kenne ich irgendwoher So Dann werden wir nachgehen Mhm Das wäre super Da fahren wir hin Da fahren wir jetzt wohin Das machen wir Ja da fahren wir hin Könnt ihr mal gucken Vielleicht ist das so ein visual log Warte mal die Barker Ich glaube das ist Heidelbeermarfen oder? Genau das ist der Heidelbeermarfen Und der andere heißt irgendwie Exitunes oder so Heidelbeermarfen Da sind wir unterwegs Passt Fahren wir hin So Warte ich muss uns schauen wo die sind Ich glaube ich muss mal hinfahren Warte vorsichtig ne Ja ja das ist eh nicht angemeldet Und den jetzt draußen zugelassen Und der Kollege da drüben Der soll sich ja mal nicht so ausscheißen Dass wir da mit dem Pappkardon herum fahren So ist es geht nicht Weil mit was anderen darf ich nicht fahren Kriege ich sonst Probleme im Auto Weil mein Hals nicht aus sich passt Da kann ich mich aus sich schneiden Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Glaub ich sag dazu einfach gar nichts Ich war ein Unfall Vielleicht das Ein Labor Ich bin ein Unfall Ein Laborunfall Warum nicht? Supreme Court Wurde So wir müssen zum Supreme Court Los gehts Ja danke Danke viel Spaß und tschüss Bitte aufpassen Bitte die Speeren aufpassen Danke Supreme Court Ich bin unterwegs Ich warte schon durch Wird der andere geheißen Exitus oder was? Ja ja Ich bin schon da dann Begleitender Assistent ist schon hier Servus Servus Ich pass nicht durch die Rinsen durch Servus Servus hier Das ist mein Assistent Der Herbert Servus Servus Ich bin der Herbert Ich bin ein Reh Und wir können die Hand schütteln Wenn Sie wollen Bitte schön Schütteln Sie mir den Arm Ich finde das ist ein Laborunfall Ja Da schauen Sie Wir müssen mal kurz mit dem Herrn Sixberry rein Ja dann bin ich raus Ich komm mit Das ist mir was Nein Sie bleiben da Sonst hole ich Sie wieder her Sie bleiben da Sie können auch da bleiben Die Damen Sie sind die Frau Barker oder? Ja Ja richtig Ja Sie können auch gleich Sie können auch gleich Sie können auch gleich Bleiben Upp Upp Hilfe Hilfe Ja Stimmt Gut Ja das ist richtig Ich muss aber ehrlich sagen Ich hab nicht hingeguckt Ich hab Daryl gesagt Weil er Daryl gesagt hat Aber ja es ist richtig So blöd kann nur einer schauen Aber der war ja maskiert Blöd kann nur einer schauen Ja stimmt Das ist das was ich dir vorhin unter da Kann sagen oder? Ja 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 richtig Ja richtig Ja richtig Wie ich halt die Treppe runter Ist auch okay Ist auch lustig Fällt ein Reh die Treppe runter Jetzt muss es in die Reha-Therapie Ne macht keinen Spaß Macht keinen Sinn Ja Passt Super Alles alles erledigt Geh Uuuuuh Wo ist er hin? Wie wo ist er hin? Benito Oh Gott Uuuuuh Aha Alles gut? Mhm Ich sag das kurz dem Daryl Ja warte ich will mitkommen Hallo nicht weg tippen Nein Was soll denn das? Was wird denn das? wir fahren. Ah, hallo? Ah, den kann man einfach wollen, glaube ich. Alter, da sind noch ein paar Einsätze. Boah, würde ich da eigentlich mal rein... Ah, jetzt. Entschuldigung, wir müssen da eine da, schnell. Schnell. Schnell müssen wir da rein. Fangen Sie mal, wir müssen da schnell rein. Grüß Gott, hier können Sie leider nicht durch. Ich muss zum Darren, wir sind, wenn man einen Auftrag da... Darren? Ich will das Reh zu dir. Das Reh will zu dir. Hahaha. Hahaha. Da ist er doch. Da hinten vorteil ist im Weißen beim Reh. Alter, warte, wir fahren hin, wir fahren hin. Wir fahren hin, wir fahren hin. Komm mal, komm mal da. Alter, das fährt sich schrecklich. Da wo ist denn da? Schrecklich fährt sich's. Warte, bleib stein. Darren, du sollst stein bleiben, stein bleiben. Hallo? Wir haben das denen jetzt gesagt, gell? Das ist okay. Das ist schon geklärt. Ja. Passt. Super. Danke. Wiederschauen. Wir fahren weiter. Nächster Einsatz ist da drüben wegen Autos. Auf zum nächsten Einsatz. Und noch viel weiter. Es sind einige Einsätze noch. Es sind nur ein paar. Echt? Wäumer, Nicknack, Noah, duplizieren. Ich hab jetzt den letzten... Boah, Alter, war das grad knapp. Hat sich angehört wie Luigi, wenn er sich weh tut. Ah. Wir haben den gleich verfolgt, ja. So. Da hinten war was. Duplizierte Fahrzeuge. Ja, da sind sie schon unten. Hm. Ja, wer ist? Alter, Mike ist schon unten, ja. Mike, was ist denn? Ich pass nicht durch. Ich bin zu fett dafür, hier. Die Collision. Ja, warte. Ich muss vorne dieses Ding wegmachen. Ja, es ist da. Mein bisschen. Ich pass einfach nicht drüber. Was ist denn das für Push da? Ich weiß nicht. Was ist denn das für Push da? Was ist denn das für Push? Wer hat denn das gemacht? Ha. Kommen wir nicht einmal rein. Ich fahr einmal rückwärts rein. Ach. Nöger. So, Matze. Fahr jetzt einmal rückwärts rein. Schiff weg. Entschuldigung. Servus. Au. Hat sich das Problem da drin schon erledigt? Das haben wir schon gemacht. Okay. Wir warten uns noch auf den einen da. Auf wen? Auf den Herrn, dem seine Fahrzeuge, die spawnen sind. Obwohl alle da gestanden sind, die er geholt hat. Ist das schon fertig oder was? Ja klar. Schaffts meinst. Reit. Tschüss. Unglaublich, die nehmen unsere Arbeit ab. Alter. Fast reingefangen gerade. Oha. Irgendwas ist in Palito. Ist eine riesen Sperrzone. Da ist irgendwas passiert. Oh. Da fahren wir aber ganz schnell hin. Warte. Im Palito. Ich sehe keine Sperrzone in Palito. Palito ist riesen Menschen gedrängelt da oben. Echt? Achso. Ich sehe es nicht, weil die blühte sich da haben. Es ist in Juve gerade. Wo? An mich nein. Einer hat gerade gesagt, er respawnet zum Juve. Aber irgendwas ist oben in Palito. Warte. Ah scheiße. Genau, der ATB ist mich. Jetzt sind wir eh schon da. Fahr mal einfach geradeaus. Da vorne ist eine riesen Sperrzone im Zaukel heute. Und ich hoffe, dass ich kein Ding gehabt habe. Kein Syncfehler. Da vorne rechts oder was? Nein, nein, nein. Einfach gerade durchfahren. Gerade durchfahren, ja. Mensch, man. Gut. Ja, vielleicht sind es die Biker, die irgendwas machen würden. Das ist nämlich schon eine Sperrzone. Und was ist da? Na, da vorne, ja. Ja, da ist was. Safety. Das ist riesen. Ah, dass das mit meinem Ding passiert. Der Franz. Servus Franzler. Franz, was tust denn du schon wieder da, ha? Heut gar nichts McDonalds und Bommes. Ähm, wir haben hier ein Papa-Auto. Lamborghini, glaube ich. Oder könnte auch... Ferrari ist das. Ferrari oder Pagani sein. Fahrend ist ein Reh. Mit einem ziemlich fetten Beifahrer. Muss ich nochmal sagen. Boah, ist aber nicht so ein Bauer. Ja, ein korpulenten Bauer. Ein korpulenten Bauer? Ich lege da eine auf. Äh, das Flanel dich ein wenig breiter macht, habe ich gesagt. Haben sie ein Problem, oder was? Haben sie... Ah, Auto! Ah, Hirsch. Müsst du mal? Müsst du mal ein Korpulent zahlen, oder was? Ja, Hirsch, ja. Nehmen sie mal bitte die Kartoffel aus. Müsst du nicht. Müsst du schon ziemlich... Ja, mit unserem Alltag... Ah, ah, ah! Ja, komisch ist ja eher, dass das... Seid doch mal ruhig da. Ich verstehe nur Kartoffeln hier gerade. Kartoffeln. Warum schaut ihre Hose aus wie ein Schniedelwurz? Erdäpfel gibt's da. Hä? Ihre Hose! Sieht bei mir aus wie ein Schniedelwurz! Ist ja schon weiss. Ich bin ich da etwa doll davon. Ich glaube nicht. Doch, Hautfarben! Hier Schniedelwurz! Ah, okay. Ihre Hose schaut echt aus wie ein Schniedelwurz! Ich bin da hinten. Da hinten ist die keine Zeit. Ich bin verwehrt. Du darfst halt nur nicht hinten streicheln, sonst tritt's aus. Ja. Okay. Seid, ihr müsst jetzt aufpassen. Wollt ihr die Hose auf dem Hauptplatz? Also lachs doch vor, Gott. Servus! Nee, nein, 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 nein. Was ist immer noch der? Servus, nicht mehr. Oh, schau, dass der Schandl kommt. Da mit der Schandl. Da hat's schon Schandl. Servus, Buben. Äh, Servus, der Herr. Ähm. Ist es jetzt weg? Nein, nein. Der klaut unser Barbmobil. Servus! Na, wie schaut's aus? Du uns ein bissl was für ihre Arbeit? Hm? Ja, ja, wir tun was. Du uns viel essen, geh. Was haben seit Mittagessen? Ähm. Schön, schön. Hab ich... Ja, hier. Guck mal, guck mal. Ich hab hier noch bisschen, äh, Tierfutter. Nein, kein Tierfutter, geh, bitte. Ich hab auch noch Tierfutter. Nein, Tierfutter? Nein, ich kriege einen Durchfall von. Aber ich hab was, ich hab was Besseres. Vielleicht magst du eine Pizza? Ja, ich hab ihm Whisky gegeben, da war du jetzt zu mir. Ja, bist du Deppert, Alter? Ja, bist du Deppert, Alter? Alter, ich fühl mich wie auf der Mulden 7. Sehr gut. Oh, boah. Boah, müsst schmusi schmusi mit mir, bin grad ugeil. Schaust ugeleinwand aus. Ich glaub, äh, ich hab noch Bürokram zu erledigen. Bist du Deppert, Alter? Du darfst ihm keine 52 Kräuter geben. Bist du Deppert, jetzt schaust mir 50 g'fach lieber aus wie der Fuhr. Du hündiges Fahrradl. Dann wirst du ein bissl mit mir Party Party machen. Ich bin schon mit dem Helikopterfahrer. Schaust ein bissl aus wie der Raph Camorra. Ich hab mal renoviert. Ah, nee. Franz, ich brauch ja Motorstützung. Er hat mich grad neuch verliebt. Ich bin verliebt. Richtig verliebt. Hier. In den Höhen. Komm mal her, du Verliebte. Ja, ja, ja. Schau her. Komm mal rüber hier. Guck mal. Ja. Ich glaub, ich glaub... Nein, nein, nein. Komm mal mit hier rüber. Du hast komplett verliebt. Ich bin im Dienst. Ich hab kein Whisky, ihr Mann. Ah, der Franz. Ja, der Franz ist aber auch ein Hübscher. Servus. Ich bringe die Hörsch. Ich bringe die Hörsch. Ich bringe die Hörsch. Ich bringe die Hörsch. Franzi. Ich will sein bei Hansi. Ja, aber nicht hinten streicheln. Das heißt, du bist nicht. Der will nur streicheln. Ein Hörsch. Der will nur streicheln. Der will nur streicheln. Ja, ja. Aber ich sehe, sie haben ihn gebrannt. Ich will nur schmusen. Ja. Du musst nicht streicheln. Franzi, du musst nicht streicheln. Du musst raus, wenn man den mal rausfällt. Ja, ich streichle den. Guck. Weißt du, was der gekocht hat? Der hat sich daheim bei der Krull-Party oft rausgesetzt. Ja, hab ich schon praktisch greifes. Richard, Franks? Ja. So, Franzi, jetzt zeig's mal, wo der Hansi. Okay. Franzi, das wäre auch so ein Einsatz für uns. Auf Wiedersehen. Wir sind ja wie die Schande gekommen. Nee. Aber wir müssen auch ein interessanter Einsatz. Erst, wir müssen noch weiter vor. Franzi! Willst du mich melden? Willst du mich melden? Obst du mich melden willst? Ach Gott. Bist du denn ein Männchen oder ein Weibchen? Ja, find's raus. Oh Gott. Ist da eine Zitzung oder sind da mehrere? Nee, find's raus, Franzi. So sind's. Franzi, ich will den Hansi. Ist da, wo's da liegt? Oh, schau, der Gernot. Der schläft nur. Das ist ein Eber. Nein, das ist ein Gernot. Eber haben wir da. Na, der Gernot. Der schläft nur. Das Auto durchzieht. Das ist das andere. Wie spät? Aua, ich hab Blackout bekommen. 400 kmh Auto am East Highway, was? Hä, was? Was stand da? Was hast du gesagt? 400 kmh Auto? Hast du einen Funk an? Ja. Warte mal. 400 kmh Auto? Never. Gibt's doch gar nicht. Ich mach auch mal einen Funk an. Und die anderen Atmen ist jetzt scheiße, oder was? Gar keinen Bock. Schauen wir mal. Das ist auch benötigt. Dann bitte nochmal durchfunken. Auf dem East Highway sagst du? Auf dem East Highway sagst du? Also ich seh grad nix. Matze ist am liebsten. 257 wäre ein Kilometer von euch empfehlen. Matze? Oh, wow, wow. Bei 400 kannst du nur mit Tuningchip fahren eigentlich, oder? Ja, ja. Geht ja nichts. Muss irgendwo gewesen sein. Matze? Ist auf dem Highway. 800 Meter. Ich war das gerade noch vor vorhin gesagt. Mit dem Chiron. Autohaus hab ich irgendwas gehört. Autohausstange Stelle. Ok, davor fährt ein Auto. Das ist aber No Name drin. Also Cop. Der sucht gerade. Mautstelle passiert gleich an der ersten Abfahrt. Oh, Mautstelle. Fährt da weiter Richtung Palito Bay rauf. Ah, gut. Feuerwerk State Prison. State Prison. Abzuschauen. Ah, wir haben Einsatz, schau. Ein Kilometer hinter euch. Matze ist... Matze ist als Cop da. Stritt, Cop wieder statt einwärts zu. Check. XZLXV. 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 Stritt einwärts jetzt kurz vorm Oceans. Wir brauchen dringend einhalten. De-Lable-Track. De-Lable-Track. XZLXV. XZLXV. Ja, dann check. Wommst du mit zu dem Fall? Oder... Ja, ja, ja. So eine Ocean Tankstelle passiert. Ach stimmt, mit North ganz offen. Wegenwäld fahren. Stimmt. Hier. Erdversicherung ab. Äh... Warte mal, ich müsste diesen De-Lable-Track da... Und jetzt... Richtung Oceans. Markus. Ich bekümmel den schnell. Äh, der ist da neben dem 1-7, diese Straße... Ich weiß, ja. Ich hol nur mein Carboard-Auto wieder. Wo bist du? Beim Auto. Was wollten wir das abgeschüttet haben. Richtung Makler. Leicht vor Unfall. Richtung Oceans. Und jetzt Bahama-Mamas. Zwei Mamas vorher hoch. Richtung... 24-7-Markt in der Nähe. Runter auf der Ausflaster Richtung Zarniker. Jetzt kurz von den Maklern. Wär's wenn wir uns als Fake-Cops auch verkleiden würden. Das wär auch lustig. So Fake-Polizist. Aber weißt du, so NPC-Polizist halt. Jajaja, sicher. Das wär übelst lustig. So, warte dann. Warte, dich dort hin. Ja. Vorne müsste ich nur sein. Ja, steht hier da am Grundstück. Mein Grundstück! Was war der Fehler nochmal bei ihm? Ähm, der hat eine Code Zero bei einer Verkehrsanhaltung gehabt. Und dann ist er jetzt im Haus wieder gespawnt. Servus! Guten Tag. Wir haben uns geholfen, gell? Guten Tag. Ähm, ja? Wir haben einen Code Zero gehabt, gell? Und dann haben sie, äh... Wie ich da drin sitze. Jetzt müssen sie wieder dort hin, gell? Wo waren sie? Ähm, beim Supreme Court vor den Mechanikern. Ah. Auf einer Kreuzung. Racer. Kurt, jedes Mal wenn du Schandle sagst reagiere ich. Wenn mein Nachname ist... Bitte? Schandle oder was? Vorne das Herr. Vor drei Minuten? Vier Minuten? Dann fahren wir zum Supreme Court. Bist du unterwegs? Ist der dritte Code Zero hintereinander? Ich weiß nicht, was grad los ist. Ja, gibt's gerade so ein bisschen mit den Synapsen an der Seite. Ein bisschen ist immer was los, gell? Super. Sagen wir mal, fährt hier grad nen Hirsch? Nein. Das mei hier ist der Herbert. Ah, okay, hörst. Das ist mein Assistent. Mhm. Sehr gut abgerichtet. Danke, ja. Ich bin selber nicht stolz auf das Fisch. Ich bin ein Labor-Experiment. Deshalb kann ich reden, hörst. Genau. Jetzt haben wir bei Kellogs das hergeschaltet. Kellogs. Gut zu wissen. Mein Tante ist meine Mutter und mein Vater ist mein Opa. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, ja. Ja. Wo waren die Kontrollen da vorne? Da vorne. Ja du zusammen. Gut da. Wir bringen meinen Mate. Servus. Dankeschön. Der hat gerade alle seine Waffen ausgelehrt. Dankeschön. Der hat gerade bei uns im Auto ausgelehrt. Der hat gerade bei uns im Auto ausgelehrt. Unglaublich erst. Da haugen einer. Der Blick einfach. Aber es gibt immer was zu tun. Es gibt immer Kleinigkeiten. Aber komm, machen wir. Machen wir mal so ähm. Alter, was können wir machen? Wir könnten eine Verfolgungsjagd verfolgen. Oh, warte, wie wär's? Wie wär's, wenn wir uns wirklich so als NPC-Cops ausgeben? Also wirklich diese NPC-Cop-Character nehmen? Dann schauen wir den Verfolgungsjagd noch an, oder? Ja, ja. Aber wir können uns in die Verfolgungsjagd einbinden mit Tuning-Chip. Weißt du? Weißt du, was ich mein? Oh, nee, oder? Das wär lustig. Doch, als NPC-Cop. Oh, warte. Ich hab ja, äh, DV2. Äh, egal. Ich lass es da stehen, das Auto. Das baut gleich wieder. Ah! 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 Warte. Set-Pets. Aber du hast gesagt, man kann sich jetzt als Hund auch verkleiden, gell? Ja, du musst dann nur machen mit dem Ding. Irgendwas musst du dann mit... Ich glaub's nicht. Also, Dog? Was muss ich hineingeben dafür? Irgendwas muss man dann... Äh, da... Na... Ich glaub... Ich weiß nicht, ob ich's wieder... Na, war's das... War's das Baby-Prop oder so? Auf irgendein Ding hab ich den gesetzt? Ich kann mich im Script nicht mehr erinnern. War's dir auf Dog, oder war's auf... Wie heißt das? Husky? Husky... Husky, stimmt. Husky ist es, ja. Was muss ich jetzt machen? Irgendwas war mit der Kleidung. Ich hab's dir dann eh gesagt. Äh... Ja. Was mit Skin ändern, oder so. Und dann vielleicht ausziehen irgendwas, gell, Menü? Ja, irgendwas war's mit ausziehen, ja. Oberteil... Ja, ja, jetzt. Oberteil ausziehen. Ja, ich glaub irgendwas. Dann refresh das ich ab. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich Job. Wie cool. Oh, Alter, ich kann... Ich... Oh, ich könnte K9-Unit spielen, Ande. Ja, ja, ich weiß. Boah, ist ja voll geil. Das erste Mal... Links, da muss ich nur einmal ausziehen. Äh... Ja, verkleidest du dich als, äh... Als Polizist? Ich bin schon im Kopf, ja. Und ich bin die K9-Unit, die dabei ist. Ist ja voll geil. Äh, Geilo, spend's doch! Also das ist kein... das ist... ja, gut. Also das ist kein Husky. Ich würde voll gerne den Shiba Inu spielen. Ich hab ja nen Shiba Inu drin. Vielleicht nen Shiba Inu. Vielleicht nen Shiba Inu. Oh, ja. Hm, Fleisch. Warte mal. Ich hab den grad in die Eier gedings... Wir könnten beim... Wir könnten beim... PV ist gerade fetter Brand. Da können wir so noch K9-Unit machen. Ja, du musst mich abholen. Ja, warte mal. Ich spaw mir kurz nen Auto. Wo bist du? Ne, bist die Sonne gebaut. Ja, da wo... da wo das Auto noch steht. Das Carboard Auto. Das... Nehmen wir Apple Shop. Warte mal. Wir fahren einfach, ähm... Das ist cool. Ich schrecke ein, du Kaufer. Ist ja voll geil. Au! Aua! 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 So. Kann ich da einfach einsch... Ja, geil, ey. Schau, wie ich da drin sitz an. Schau. Schau, wie ich raus schau. Das Auto. Mach mal die Fensterscheibe runter rechts. Ich hab nämlich die Zunge draußen. Gib dir. Wie geil das ist. Was? Das ist auch schon. Wieso? Ich hab's durch K9. Sprechst. Sprechst. Ah, du hast Funk an, gell? Ja. Muss auch meinen an. Ich bin die K9. Ich bin die K9. Ich bin die K9. So, komm mit. So, komm mit. Also ich könnte mich sehen die anderen, ja, gell? Ja, ja. Ich seh die, ja. Oh, ich hab wackelnde Eier hinten dran. Im richtigen fetten Sack. Heul gefüllt mit Süßigkeiten. Hui. Wir sind die K9-Unit. Wir brauchen da drinnen, gell? Wir brauchen uns da. Wir sind angefordert worden. Wir brauchen uns da drinnen, gell? Haben wir wieder irgendwas da drinnen zum spüren? Ja, sobald die Belüftung erfolgt ist, komm ich nur mal auf sie zu. Was ist denn da drinnen passiert? Ja, ein Takt ist abbauend. Anscheinend, ich hab eine neue Highspeed. Was? Ja, sie haben richtig gehört. Ein Taktor. Ja, ein Taktor. Ja, ein Taktor. Ja. Ja, ok. Super. Ja. Der Kollege püfft nur mal die Wärter. Wir kommen dann auf sie zu. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Ich lasse, ich hau da drinnen eine Bombe rein. Echt jetzt? Ja. Ok, hau rein. Hund-RP, das kann ich sehr gut. Du Hund! Ich bin heute die K9-Unit, Leute. So, warte mal. Weil ich zündel da drinnen jetzt richtig rum. Das war ja nicht gut. Ich weiß schon wieder, ist nur das PDE. Ja, was ist denn beim PDE gerade drinnen? Ist da gerade Feuer oder sowas? Ja, Feuer. Warte mal. Jetzt. Ah, vorher wusste ich nicht. Anders Shepard. Warte mal. Nee, das wollen wir nicht vielleicht woanders. Vielleicht. Ich bin draußen schon rennen und schon. Ähm. Darf ich den Auf-QT zum anderen PDE mitnehmen? Du kannst ihn auch am Supreme Court einstellen. Und jetzt brenn ich. Und jetzt brenn ich. Kann man das wirklich? Wusste ich nicht. Ich hab's rausfackelt aus dem PDE. Ich hab's 11 kurz-break. Mit dem Mission-Row explodieren. Schon wieder Bomben. Ich hab' nicht mehr. Ich hab' nicht mehr Bomben. Ich hab' nicht mehr Bomben. Ich hab' nicht mehr Bomben. Was für Darren. Ich hab' schon gar keine Bomben mehr. Was genau war das zu? Ich hab' mich, ob Darren da ist. Nicht Bomben-Enschärfungs-Command. Das wär' uhrgeil. Ja. Aber er hat doch gerade eins gehabt, oder? Ja, ja. Aber er hat doch gerade eins gehabt, oder? Boah, negativ. Ich hab' Matze. Äh, gerne zwei Einheiten gucken. Ich bin in die Ö-Fahrzeuge unterwegs. Hier stehen aber vier Fahrzeuge. Drei, äh, TKW und ein Motorrad. Weh, du pinkelst mir ans Auto, ne? Das gerascht halt wieder innen's denn. Das war 23. Da ist der Pistlix. Palli zu Pippo. Weh! Was? Ich bin jetzt allgemein aber spezialisiert auf Flüssig-Sprengstoff, ne? Hm. Das ist sehr gut. Durch Andel den Arsch beißen? Andel? Was ist? Durch den Arsch beißen? Nein. Gut. Die erste Haare. Einmal gespongst gut eigentlich. Ja. Ich hab' die auch meinte, er soll noch warten, bis sie das da sichergestellt haben. Mhm. Was ist denn du? Bist du Bauchkauli oder was? Ja. Wir gehen dann gleich rein. Na? Dann kannst du wieder Butter finden. Aber nicht essen alles auf einmal. Gern Sprengstoff. Ist nicht gut für dich. Das ist eine Idee. Das ist eine gute Idee. Schöner Sprengstoff. Geil. Geil. Boah. Ich hab' den Bruder. Der mag deinen Arschloch. Ich mag deinen Arschloch. Vielleicht neun. Ich glaub' da war der Hirsch dafür auch schon dran. Ich hab' dich auch gebohrt. Es kann sein, dass der auf Tiere reagiert, gell? Nein, nein. Außen vor. Ja, mit nem Reh. Ach so. Mit nem Reh in Berührung? Wie kommt's dazu? Man's County oder was? Nee, bei dem Mechaniker. Bei mir. Was? Da war so ein komischer wild gewordener Bauer mit seinem Reh in nem Pub-Auto. Ihnen geht's aber gut, gell? Reh mit nem Pub-Auto. Da hab ich mein Funkgerät gesprochen. Ja. Ich wollt grad sagen, was durch mein Funkgerät gesprochen hat. Sie haben aber schon noch alle Dasten im Schrank, gell? Ja, nicht alle, aber die meisten sind noch da, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaub's so geil, wie du als NPC-Kopf stehst, Ander. Ja. Wie du ausschaust, dämlich. Ja. Mit Tattoos aber. Ja, ja. Mit Tattoos. Schaut's so strange aus. Ja, ja. Dann warten wir mal noch weiter. Und admins machen rp. Man merkt das gar nicht, dass ich da bin. Nicht am Arsch, ne Fähne. Hab ich doch gar nicht. Ein bisschen beißen. Ein bisschen so zu Tode beißen. Wäre schon lustig irgendwie. Rüdiger, bleib da, bleib da. Der tut nix. Der tut nix, der will das spülen. Abzauber. Was hast du denn da gemacht? Du sollst bomben, so sollst du ihn schärfen. Kannst du nicht den armen Herrn da in die Eier beißen? Naja Herrschaftszeiten, das darf doch null nicht wahr sein. Linden 48, jetzt 7. Osten Rewive war ein Lepass. Äh, ein bisschen Rookie D. Wann bist du für ein süßer? Er will nur spielen, der tut nix. Nein, der tut nix. Der Hund hat mich einmal angesprungen. Hab ich mich so erschrocken. Der Hund springt immer Leute an, wenn er rollig ist. Ich muss sagen, der wollte nur spielen, der tut nix. Der wollte nur spielen, der macht nix. Das ist ganz tam, der macht nix. Das ist ja gut. Sind ja dort getrainiert, ne? Ja, ja, genau. Ja, super. So, schauen wir mal, was die Feuerwehr sagt. Der hat gar nix gemacht. Gar nix. Guter Hund. Das ist jetzt echt einmal Hund-RP. Es gibt Server, die machen das, gell? Dass die Hunde als Leute einstellen, dass sie hier hinein machen. Ist halt voll blöd. Ist halt voll blöd. Du kannst halt die ganze Zeit nicht reden. Ist halt scheiße. Ja, was? So, wie ist die Lage? Manche werden halt gern Hund. Ja. Ich stell mich da mal mitten rein, so. Das war auch ganz wichtig. Warten Sie, ich brauch kurz nur einen, vielleicht jemanden, der einen Bomben entschaffen kann. So ist das, wenn man grüßt. Die Leiter fährt aber gleich richtig aus da. Ja, bist ja fein. Insofern bräuchten wir auch mal, oder? Oder einfach nur so ein Wachhund. So ein Wachhund. Ich will mich den Gerät richtig in den Nüsse beißen. Ich halte dich schon wach, keine Sorgen. Ich will mich so gerne in den Nüsse beißen. Schau mal, weil er Hundbütscher halt. Nächstes Mal schau ich vor. LegendGamer0090, jagen für SIP werden. Miki Gaming, jagen für SIP werden. Max Hangen für 1,01 Cent. Vorlag, Holla. Kann man durch Hilfsbereitschaft Mod auf deinem Discord werden? Ich zum Beispiel mag es zu helfen. Der hat dort besuchen wir keine Mods, ne? Keine Sorge, der tut nichts. Ja. Derzeit suchen wir keine Mods. Ich hab nichts gesehen von gerade. Also, ja passt. Wir gehen mit dem FD, gehen wir gemeinsam rein. Wie heißt denn der Hund? Der ist alles so zauber. Die Liga. Die Liga. Oh, hallo. Die Liga. Wir gehen dich hier grad beißen. Es ist direkt am Mission OPD. Ach, hallo. Dann könnt's ihr mir auch mal folgen, wenn ihr soweit vorhört. Ja, genau. Ich kann euch nicht in die Eier beißen. Ja. Sehr gut. Komm Rüdiger, komm. Ein Sprengstoffhund. Ja, dann mal eine, zwei X-Ray-Einheit zum State Prison. Da ist ein schwarz gekleideter Herr mit einer Mäusemaske, der da die ganze Zeit... Das ist einzigartige SRP. Ja. Am State Prison ist jemand mit einer Mäusemaske, hast du gehört im Funk? Ich persönlich jetzt vorhin war, bei dem 1. Oh. Beim State Prison ist jemand mit einer Mäusemaske. Das genau da war, keine Ahnung. X-Ray-47-78-Fahr, können wir nichts versetzen. Der Rüdiger hat ziemlich große Eier, ne? Schau an, wo steht denn da drin? Ist nicht kastriert, ne? Haha, ist nicht kastriert. Halt da. Ich bin davor, ich bin einfach nur fahrzeuglos. Ist das... Da wo die Womme? Ne. Keine Ahnung, das war die ursprüngliche Brandtwelle. Also, André, wo es die Bomben hingelegt. Ja. Oben. Ja. Obergeschoss. Mhm. Der Hund schlagt bis jetzt noch nicht an. Da wird noch aktuell... Der Mitgang ist... Da wird hier ein kleines Sacki unten. Da wird hier ein kleines Sacki unten. Folgen wir mal an den Hund. Da muss er rein. Können Sie ihn mal aufmachen? Ja, da will er rein. Bitte. Er riecht der Spur. Ja. Ganz oben? Äh, ja. Das Ding ist halt die Bomben, ich schätze. Das sieht man nicht mehr. Naja, aber nur so zum... Jaja. Ach doch, da sieht man's. Können Sie sich vielleicht eine Schutzweste oder so umziehen? Ah ja. Oh ja. Hier ist irgendwas auf dem Weg. Heizung? Ja. So, zeigt er an, ne? Ja, da ist der Hund oder der... Das ist wahrscheinlich nur Restbestand von einem Sprengkörper. Ja. 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 Das ist wirklich was. Guck. Na, hier ist der Dolm. Da ist auch noch alles. Ich schau mal. Wir haben ab Palito einmal ihn gefangen. Aber der Hund, der springt da an. Also da war wahrscheinlich ein Sprengstock involviert. Ich bin aktuell in der City, würde daher etwas... Gefangen im Hunde-RP. Okay. Fünf, acht Minuten dauern. Ich habe richtig gefangen. Beide. Wieso? X-ray-3 für 11. Warte mal, ich muss immer da. Wir könnten wirklich eine Bombe entschärfen lassen. Wie soll ja 10-20? Könnte ich ja nicht da ins Eck legen, oder? Ja, leg hin. Ah, die kommt, die kommt, die kommt. Ja, 10-4, wir kommen mit Code 2. Komm, Rüge. Such. Such. Ist ne unklare Situation. Wenn ihr doch vor uns da sein solltet, dann haltet wir uns mal auf Schlaufen. Wir sind da nicht. Wir sind wahrscheinlich hinter euch. Wir fahren ganz unten aus der Stadt ab. Ja, okay. Alles klar. Anders, sonst leg unten nochmal eine. Ja, ich wollt grad sagen. Ja, ja. Ich schau mal, dass ich da was so tue, als ob ich da die Räume... Sind Sie sicher, dass er nicht die Donuts riecht? Nein, nein, nein. Guck mal bei der Pflanze, ich guck mal in den Müll. Das ist im Büro vom Commissioner bei der Basel. Ich hör mal Ticken. 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 Das ist so dumm. Warte mal. Das ist so dumm. Wir sind in den Unterlagen. Ja, wir kommen. Rüdiger, komm rein. Da muss sie vor dem Tisch liegen. Siehst du sie? Nein, ich sehe sie nicht. Da vom Tisch, aber schlagt da halt an, da liegt sie wirklich. Wenn er hier anschlagen würde, dann wäre das nicht gut. Ist das anschlagen? Ja, hier drunter ist was. Rüdiger, komm mit. Verlassen Sie bitte das Gebäude. Handel, du musst es hochgehen lassen, die zwei da drin, die hast du flannten, aber gehört Bombe hoch und raus gehen. Ich bin so lachen, nein Alter, die Arme, lieber nicht, aber was machst du jetzt mit der Bombe, die musst du dir irgendwie irgendwann hochgehen lassen. Weißt du, was das Problem ist, wenn du Out of Bounds gehst, geht die von selber hoch. Das heißt, du musst es irgendwann hochgehen lassen. Oh nein. Weißt du, du musst es nur fünf Meter weit weg gehen, so gefühlt. Andere Bombe lassen, die geht halt hoch. Ja, wir können uns im RP ausspülen, dass die nur, dass wir die, ähm, Bombe sprengen. Ja, ja, musst du sagen, Zangensprengung. Ich geh da mal weg. Macht ihr mal bitte gerade, ähm, im Staples und wir fahren mal mit dem Spielfahrzeug außen ab. Ja, wie gesagt, schwarz gekleidet, Mäusemaske. Oh, geil. Das erste Mal als Hund. Ihnen geht der RP. Ich bin bei der Garagenausfahrt. So, ich lese mal weiter vor, sorry. Ähm, YouTube J1 zu 7, Hexen, feier dich und bleibst du wie du bist, PS, kannst du Leon? Du bist ein Leon. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, das haben wir auch vorgelesen, Legend Game haben wir glaube ich auch vorgelesen, ist ja VIP geworden, ne? Otaku, eigentlich ist ja auch VIP geworden vorhin, vielen herzlichen Reizen dafür auch. Lasst euch alles vorgelesen, glaube ich. Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, äh, für diese Aktion heute, heute ist es einfach lustig. Hau mal raus. Auf einen. Like halt, Leute, haut mal raus hier. Alle mal auf den Like-Button tuschen. Auf die 5.000 Likes, Leute. Wir sind bei 3.649. Hau mal auf die, auf die 5.000 Likes rauf hier. Los geht's, Leute. Haut's da drauf. Wichtig und richtig. Kriegst du sie mit mir entschärfen da oben? Was? Ja, kriegst du sie mit mir entschärfen? Na, wir lassen sie dann einfach, detonieren sie und fern quasi im HP in den Sprengkörper und den Rest. Okay. Wir brauchen eine Biercat, wir können die Sprengkapsel entfernen, aber jetzt sind wir noch rund 1,5 Kilo Trotyl. Ähm, wir müssen das Ding einmal in die Biercat und dann weg damit. Die wollen sie in die Biercat stecken. Ja, ja. Aber wir haben momentan keinen außerflächlichen X-Ray-Einheit, die in die Biercat haben könnte. Musst sie detonieren lassen. X-Ray-Einheiten, soweit negativ, fahren keine Biercat. Das Ding geht halt so oder so hoch. Schau da vorne drin, die einste, die dann hier lassen. Jetzt Shepard. Ah, du musst nur aus dem G kommen. Weißt doch, wie ich das Fahrwerk eingekommen habe vor dem Flieger. Auf einmal ist der ganze Flieger hochgegangen. Schau da vorne drin im Büro, wie Shepard oder? Ja. Im Chief-Büro nämlich. Oh, schau das denn. Oh, schau das denn. Das denn, das denn. Ah, der Golffahrer ist gerade weg, schade. Jetzt habe ich gerade die Leiter vergeschmissen. Hast du es gesehen? Schau mal, warte mal. Ja, die, die schweißt man. Auf den Kopf. Schau. Au. Goiing. Informativ, eine Bombe im Kappenbüro gefunden. Wir bringen die Schaut. Ah, Herr Schnappsel. Ja, grüß Sie. Grüß Sie. Ah, Sie übergeben. Soll ich mich übernehmen, soweit auch unseren Einsatzbild? Oder an wen soll ich mich verwenden? Viel Spaß, gell? Ah, das würde das, 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 das. Das Bombe-Commando. Okay, sind die noch drinnen? Die sind drin. Okay, alles klar. Na, dann warten wir. Ich bin ja nur rein für den Hund, ne? Okay, alles klar. Das ist für die Cards. Dann rufen wir den Hund, ich habe doch noch was gefunden bei mir. Schau, wie seht ihr? Schau, wie seht ihr? Schau, wie seht ihr? Ja. Ah, ich habe einen Hund zu klein. Aber haben wir. Frage, war denn wieder in mich noch? Ich gehe jetzt rein, turn out. Wir müssen das Ding hier wegmachen. Schau. Eieieiei. Der tut nix. Schau, wie es nicht wärst. Schau, schau, schau. X11, X3. Der will nur spielen, schau. Der will nur spielen, schau. 10-4. Der tut nur spielen. Der kann's nicht. Der kann nicht mehr. Der will nur spielen. Der will nur spielen. Ich muss den Ball werfen. Jetzt ja last. Der will nur spielen. Der will nur spielen. Vielleicht kann ich den aufheben. Ich weiß ja nicht. Der will nur spielen. 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 Ach. Der hauplatz Drogenratie. Schein Matze. 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 Der Grenze wäre witzig, gell? Jaja, muss man warten auf der Grenze. Muss jemanden wirklich so Drogen in den Kopfraum reinstecken oder so? Oh stimmt. Warte, ich gebe mir mal ein bisschen. Patrick weich. Lass mich versichern. Ich gebe mir jetzt 500 Kusch. Ich habe jetzt 500 Kusch dabei. Ja. Ich lege ihm das dann einfach in den Kopfraum oder so. Oder ich tue es ihm unterstecken kann ich es ihm. Und dann kannst du ihn durchsuchen und kannst schauen, was er dabei hat. 500 Kusch. Die gehören nicht mir. Ja was? So wie ich damals, wo du mit dem Karl-Heinz abgeraut bist. Kannst du dich noch erinnern? Ja was? Ich glaube, der Hund hat dir das zugesteckt. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als Karl-Heinz abgeraut bist und dann bin ich denn du in Handfesseln und habe ich das Kusch zugesteckt. Oh, das war zu gut. Du hast dich mitgenommen. Das war zu gut. Oder Marshall-Service. Marshall-Service-Kontrollierung. Wir haben die Grenze. Alter, wie ich raus schaue aus dem Auto. Ich hab den Kanal aufgeladen. Ist zu gut ey. Ich hab doch aufgenommen. Au. Kommissare. Die fahren auch immer einen Scheiß-Zahn. Jaja. Das ist dir mal schon gewohnt. Irgendwie. Und da zu der Grenze. Das ist der Schnecker-Wierer-Nüster. Lass den Fahrer-Kenn-Aaah. War wieder das Shit. Ich halte die Autos an. Schau, warte. Ich kann nicht theoretisch essen, den Typen. Was denn mal. Oh, Alter. Äh. What the hell. Ande. Da kommt ein Auto, was richtig kaputt ist. Das ist alles kaputt an dem Auto. Ich beschnüffel grad die Autos, ob irgendwer was dabei hat. Lassen Sie ein Like da. Lassen Sie ein Like da. Road to 10 Likes. Ja. Auch. Der Gegenfahrbar war ein Jonas. Oh, der Gegenfahrbar war ein Jonas. Oh. Ja, den können wir aber nicht anhalten. Der muss schon an unser Ding sein. Ja, ja. Ey, da hinten, da hinten turnt grad einer. In einem weißen Auto. Ja. Das war ein... Das ist ja Mafia. Mafia hätten wir so hops nehmen können, Alter. Na, warum? Der wird das mit dem Unterjubeln. Das hat mir nicht Spaß gemacht. Ach so, ja, ja. Das ist ja lustig gewesen, ne. Die haben wir da gebändet. Na, ich mach kurz schnell den Truck da vorne weg. Gibt's denn nicht mehr? Irgendwer muss ja da kommen. Warte mal, schauen wir mal. Na, irgendwer. E-Starway fährt, glaub ich, grad keiner. Ist grad jemand? Na, zwei fahren statt einwärts. Wir stehen natürlich statt auswärts. Kommen die von Palito oben, oder was? Palito. Na, na. Na, na. Die sind schon da. Die fahren statt rein. Einer fährt gerade raus. Oh, cool. Dann warten wir da. Einer fährt grad in East Highway runter. Die Frage ist halt nur, der ist jetzt dort beim Prison müsste er sein. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob der vorher irgendwo ablieft. Ich stelle da vor so'n Sattelschlepper oder so. Na ja, da warten wir mal eine Runde. Einer ist beim... Ja, der Walmart fährt... Ah, da kommt einer, oder? Ist das einer? Ne. Ich dachte grad. Genau. Ja. Ja, der ist jetzt so sandy Abfahrt ist der jetzt. Hoff, der fährt halt nicht irgendwo ab. Also, es wird so'n NPC los. Nein, er ist glaub ich nicht abgefahren. Boah, sehr gut. Kommt er da? Er fährt jetzt gerade auf uns zu. Oder? Ist er das? Nein, dann müsste er jetzt gleich kommen. Möchtest du schon mal das Auto stoppen? Da ist er. Da ist er. Schau, da ist er. Oder? Das ist ein Haupfloser. Warum sieht das so aus wie ein getunter Wagen? Ich dachte mal. Na, der ist abgefahren. Da fährt jetzt Sandy rein. Aber in durchs Gemüse... Aber in durchs Gemüse... Ja, er hat sich was zu verheimlichen. Er hat 100 Brunse Kontrollenstation hinten gesehen. Ich werd was mit dir. Ich hab wieder schon alt. Stell das Auto ein bisschen weiter weg. So ein bisschen, dass man es nicht sieht. Sonst versteckt man uns dahinter. Oh, Alter. Ruff! Mach das Licht aus. Und stell das genauso hin, dass es keiner sieht. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ne, das ist ein MPC. Alter, warum fährt denn der so komisch? Lava doch nicht. Von weiten sah es aus, als würde der richtig fett Kurve fahren. Ah, da ist grad niemand in der Nähe. Doch, ein Lkw-Fahrer da hinten. Ein Abschlepper. Ja, aber das ist kein... Da ist Lea, glaub ich. Echt? Da kommt wieder einer East Terrier runter, schaust du? Ja, wir kriegen sicher einen hin. Versteck dich am besten hinter mich, dass die das nicht sehen, dass da einer steht. Am besten wirklich hinter dem Häuschen aufstehen. Und schauen. Ja, das passt schon, glaube ich. Dann kann ich beide Spuren schnell reinstellen. Geht doch schon. Geht schon klar. Bis er dich überfährt. Dann geht gar nichts mehr klar. Ja, da ist Sandy abgefahren. Das gibt's doch nicht. Vielleicht ist es besser ein Sandy aufstellen. Wobei einer fährt jetzt wieder die Ausfahrt runter. Mhm. Flip, aktualisier dich. Ja, ja, der fährt jetzt auf uns zu. Oh, geil. Geil, kommt Frischfleisch. Frage ist nur, ob der vom Walmart oder so einbiet. Ach komm. Junge. Es gibt's doch nicht, dass der nicht kommt da. Na da ist der Rote, oder? Na da hinten. Ich glaube, da kommt der uns auf zu. Ich glaube, da kommt der uns auf zu. Jumping Golf Card. Ja, ja. Der kommt auf uns zu. Matze. Schau. 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 Was machen Sie da? Ich muss weiter. Wo müssen Sie denn hin? Qua. Haben Sie mal Ihren Köder unter Kontrolle dahin, oder was? Na, na. Wo fahren Sie denn hin? Ähm. Ich brauche da vorne ein paar Tomaten. Warte, mein Ketchup ist leer. Fahren Sie mal bitte ran. Matze. Mal schauen, ob noch wer kommt. Ja, ja. Ich achte drauf. Schreck doch mal bitte das Fahrzeug aus. Schreck ihm das zu. Nein. Nein. Nein, nein. Der tut nichts. Der will nur spielen. Nein, genau. Mhm. Sie sitzen eh schon ohne Tür da. Wenn er sich wirklich beißen will, dann kommt der eh durch. Ja. Ich stecke es raus. So. Ähm. Glaub es ihm geben. Haben Sie mal einen Führerschein? Führerschein? Ja. 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 Dankeschön. Herr Batscher, gell? Fahrzeug. Wenn man nicht die Autobahn tauglich, gell? Ja, das geht schon. Ja. Deswegen habe ich ein Warnlicht oben drauf. Ich habe gerade 300 Kusch zugesteckt. Ich habe gerade 300 Kusch zugesteckt. Ja. Ja. Das bedeutet, einführen in die Staatsgrenze Richtung 90. Einführen von illegalen Substanzen ist illegal. Haben Sie was dabei? Ähm. Nö, ich glaube nicht. Aber ich muss jetzt auch gehen. Tschüssi. Na, Sie bleiben da. Hallo. 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 Aua. Hahahaha. 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 Er wollte pflichten. Dann will er in den Einheit frei. Ich weiß nicht. Ich frag Matz. Ich kann sich selber überheben, wenn er das will. Danke. Hallo. Hallo. Ja. Hahahaha. So, ein bisschen auf der Backe schütteln. Geht schon wieder. Hahahaha. Der hat mir in meine Klöcken gebissen. Was ist schon rund? Hahahaha. 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 Wir wollten ja gerade da von uns da fliehen. So. So. Ich werde Sie mal suchen, gell, Herr Bartscher. Nein, ich sit hier. Eine MS-Doch. Bitte noch ins County wechseln. So herzlich. Ciao. Äh. Victor 34. Tim 76 County. Hatscha. Wir haben sich 300 Gramm push. 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 Auch was? Ich weiß. 2.000 nicht. Ist okay. Okay. Sonst meldest du dich, ne? Ja. Okay. 300 Gramm push. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich. Sie verstehen das. Wissen Sie, was für was der Huhn ist? Der Huhn ist umgesetzt. Ich wünsche mir auch noch einen schönen Abend. Papa, schau. Ich hab's ja nicht an den Eiern gehabt. Hahahaha. Ich hab's hinten bei Ihnen aber bei Dauerspitzen entdeckt. Der hat mir aber von vorne in meine Klöten gebissen. Ja. Ja. So. Was? Da haben wir einen Anfall. LM29 mit der Frage. Ist gerade irgendeine Highspeed besetzt? Ja, positiv. Deswegen ist der Huhn schon von Anfang an zu iskaliert. 10, 4. Bei der ist noch eigentlich 10, 6 eingefahren. Naja, Batsche. Schauen Sie mal. Wir kennen das da anders lösen, gell? Okay, 10, 4. Anders? Ich glaub da kommt ein Auto, Andel. Da kommt ein Auto. Da kommt einer. Da kommt einer. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Panzer mal bitte. Panzer mal bitte rechts ran. Jawohl. Gerne. Wir können das auch anders lösen, gell? Mhm. Das wäre wie? Mein Haus muss ja daheim finanziert werden. Ich spreche die, äh, 10, 9 hier bevor wir die. Mein Haus muss finanziert werden? Ja. Ja. Wie ist es denn? Hä? 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 Taxi 7 hat eine Verkässe. Hä? 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 dieser schrei alter mal alle aussteigen kommen sie mal mit mir mit schönen tag noch von der security ok so der fahrer war er hat sich gesehen der eine hat sich gesehen weil unten genau die meldung gekommen ist wo ich zugesteckt hat sich bemerkt ich habe zugesteckt ich bräuchte meinen führerschein bitteschön dankeschön ich check das einmal ganz kurz das uber 7 sie sind taxifahrer ja ich hätte mal kurz denn keine frage Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Äh, wenn ein... ... hat er gespult von einem... ... hat er... ... hat er nicht gut? So! Ich glaub der... ... riecht dann der... ... hier, deine... ... ne, ich... ... hab ne Katze, das kann bei Scharen liegen... ... hinten, äh... ... bei Sonar... ... ich glaub der... ... ist wallig und will was von mir... ... der mag deine blauen Haare nicht, glaub ich... ... ich hab jetzt vielleicht kontrolliert... ... der 300 Kusch jetzt dabei, der hat sich gecheckt... ... er hat sich gecheckt... ... er hat's nicht gerafft, dass ich mir das nur zugesteckt hab... ... ist das geil... ... ja... ... das heißt... ... Grenzübergang heißt, sie dürfen keine Substanzen... ... oder sämtliches... ... schmuggelgut... ... ich sag jetzt einmal von der Stadt... ... hier miternehmen... ... Entschuldigung aber... ... wer von euch hat mir grad 300 Kusch zugesteckt? ... hat... ... bitte was? ... mir wurde 300 Kusch zugesteckt, also... ... sorry... ... stellen sie sich einmal bitte... ... mit erhobenen Händen an die Hand... ... Gesicht zum Zaun bitte... ... Entschuldigung... ... du hättest weglaufen müssen... ... nein, sorry, sowas mach ich nicht... ... nein, nein, alles gut... ... 300 Gramm Kusch... ... ja... ... sorry... ... ich... ... bin komplett gegen Drogen... ... also... ... Autsch, Autsch... ... Autsch... ... gerettet... ... er hat was drunter geschämmert... ... ja... ... zu ihnen ist das zugesteckt worden... ... von wem? ... ja... ... ich weiß aber nicht von wem... ... also... ... ok, sie kommen einmal alle her... ... der nächste... ... die Autos suchen... ... bitte einmal mit dem Rücken her... ... Hände nach oben... ... Später, wenn ich draufkommt... ... irgendwer mit 300 Gramm Kusch zugesteckt... ... Antl, ich mach noch so... ... als wär im Kofferraum was... ... gell... ... ja... ... sagen wir mal... ... da sind dann illegale Waffen drin... ... ich geb mir mal eine... ... äh... ... äh... ... in der City... ... also ja der Hund bei innen... ... mit dem blauen Haar... ... Herr Baum... ... hat er da angeschlagen... ... ist ein Brauch... ... ja... ... Sie können sie so viel... ... auf einmal bitte tragen... ... das ist ja unglaublich... ... ich hab keine Ahnung... ... ich hab mir wohl zugesteckt... ... ich hab damit nichts zu tun... ... ich hab damit nichts zu tun... ... ich hab damit... ... ich geh mal davon aus... ... Sie haben alle zusammen... ... einen Waffenschein... ... ja... ... ja... ... so, Sie können die Hände... ... wieder unternehmen... ... hm... ... Spielechips... ... dann haben wir... ... einen Gambler haben wir da... ... hm... ... okay... ... äh... ... Gemeindesteiliger... ... woher haben Sie das Fuß... ... ich hab keine Ahnung... ... ich hätte uns davon... ... kennt Sie nicht... ... das ist... ... 200%... ... ja ja... ... die Ausrede habe ich an der Grenze schon... ... ja... ... darf ich mal ganz kurz... ... mich umdrehen dazu oder... ... ich bin gerade... ... Sie bleiben... ... Sie bleiben noch einmal da... ... ja... ... und man hat auch... ... Anmarkt... ... äh... ... 20% geöffnet... ... An sich schon, ja... ... warte... ... ich geb dir die AUG... ... ich steck sie dir zu... ... und du tust sie dann rein... ... okay... ... du tust es jetzt zu suchen... ... und du steckst es dann... ... im selben Moment rein... ... und sagst du soll... ... den Kofferraum checken selber... ... ja... ... und dann tust du es in den Kofferraum... ... und sagst du... ... wir sollen mal nachschauen... ... was da drin ist... ... was das soll... ... geben... ... ja... ... keine Ahnung... ... vielleicht hat er... ... mit... ... ähm... ... ja... ... Wolke ist immer schön... ... ich hab bei Ihnen gerade... ... eine AUG konfessiert... ... bist du wohl... ... Straßenwagen... ... unterwegs? ... ja... ... ja... ... immer besser... ... ja... ... das Auto ist auf Sie zugrassen... ... ja... ... ja... ... das ist es... ... aber... ... ja... ... das können sie dann... ... dem obersten Gerichtshof... ... dann bitte erzählen... ... wo sie das ja haben... ... was... ... haben sie nicht damit gerechnet... ... dass wir da halt nicht... ... die Grenzen hier dicht machen... ... oder was... ... ja ich hab's so lachen müssen... ... einmal 300... ... 300 Gramm Drogen... ... wusch... ... ist dann noch eine... ... Alarm-Affnung... ... hätt ich drüben lachen gehört... ... so laut... ... was? ... na schande... ... wie wir aber losgefahren sind... ... ich hatte da... ... das neue Strang gehabt... ... ich hab da vorne nämlich... ... ne... ... ich kenn diese Waffe nicht... ... so... ... das kann ich jetzt... ... hundertprozent für dich schon... ... ja genau... ... der eine weiß nicht... ... wo es herkommt... ... der andere hat noch nie... ... eine Waffe gesehen... ... in seinem Leben... ... ne... ... also... ... ich hab schon echt... ... ich hab schon echt... ... viele billige Ausreden... ... aber die ist... ... dies hat echt... ... ja... ... ne... ... vor allem... ... warum soll ich denn... ... warum sag ich denn was zu? ... ich bin auch im Dienst... ... auge... ... hab nicht einmal ich... ... als... ... als... ... hochrangiger Officer... ... ja... merken sie... ... und dann ich als Taxifahrer... ... sollte sowas noch nicht mal besitzen... ... also hab ich auch sowas nicht... ... ja... ... sind sie beim SWAT oder was? ... ne... ... Herrschaftszeiten... ... was da haben wir aber jetzt... ... gut gemacht... ... gut gemacht... ... gut gemacht... ... jo... ... hm... ... und wie gesagt... ... ich bin selber im Dienst... ... und ich hab was gegendrungen... ... ich bin dagegen allergisch... ... also... ... warum sollte ich da Drogen mitnehmen... ... sagen sie es mir mal bitte... ... Oh! ... ich bin verwundet schwer... ... AUGH! ... wei... ... Ils nicht... ... haben sie noch etwas dabei oder was? ... Nein! nein... ... ich hab wirklich nichts... ... dabei gehabt. ... wir haben... ... so... ... erOWNED zu... ... achso, der Hund, der reagiert... ... Sie haben da... ... Kaffee haben sie mit... ... ja, der reagiert auf Kaffee ... ja... ... ja... ... warte mal... ... dann tu mal abdubten... ... ich weiß nicht was hier los ist... ... ich weiß nicht, wo die Waffe herkommt... ...我weißten wir noch was hier los ist... ... ich weiß nicht... ... wo die Waffe herkommt... Soll man das lösen? Machen wir versteckte die Kamera oder was? Nein, sag einfach, ey, das war der Zug. Anderl, schau. Der Mike mit dem Zug, hä? What? Du, 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 du. Habe ich das richtig gewählt? Das ist ja auch der Song Schlepperband. Anderl, wenn jeder einen Dollar zahlt, für dein Haus zum Abzahlen, kann man das vergessen. So, okay, sie hören mir jetzt einmal zu. So, die kriegen einmal kurz eine Behandlung. Oh, danke, oh, es tut weh, oh. Du fühlst dich nicht verwundern, wenn der Zug jetzt umdreht. Wenn du dich umdreißt, dann beißt er euch in die Glöten. So. Okay, uns hört ja gerade eh keiner zu, so hören wir jetzt einmal ganz genau zu. Ich habe daheim gerade einen Ausbau meines Schwimmingpools vorgenommen. Schwimmingpool? Und ich wünsche mir seit jeher in meinem 120.000-Dollar-Pool eine Gegenschwimmanlage. Konnte ich mir bis jetzt nicht ermöglichen. Heute ist ihre Chance, dass sie da mit ihrem Schlamassel da straffrei wegkommen, indem sie mir jeder von ihnen einen Dollar zahlen. Jeder von ihnen gibt mir jetzt einen Dollar und danach vergessen wir die Sache. Aber wollen sie es nicht, dann nehme ich sie mit aufs Revier, ist mir wurscht. Aber wäre das da nicht eine Stechung? Das ist nicht. Sie halten jetzt einmal, sie halten jetzt, sie sind dann nicht in der Position der Depper zum Reden. Weil sonst wissen sie, was passiert, ne? Ich würde ihnen gerne dort erzählen, aber mir sind die Hände leider gebunden. Ja, die werde ich ihnen jetzt einbinden. Hast du ihm das Kusch abgenommen, das 300? Ja. Okay. Nicht, dass er es auf einmal mit hat und er wird wirklich angehalten. So. Warte mal, ich gebe meinem Hund da jetzt einen Hut, dann kann er da durchgehen. Na? So, sie auch kommen mit dem Rücken zu mir. Keine Fragen, kein Nix, sie geben uns einen Dollar und dann shoppieren sie da ganz schnell ab. Bitteschön. Jawohl. So. Einmal in den Hut rein. Schön. Einmal rein damit. Darf ich mich ins Fahrzeug setzen? Bitteschön. Und bitteschön. Einmal ein paar von euch hatten jetzt meine Kollegen da gerufen. Ich mag den Blauhaarigen nicht. Das haben es gut gemacht. Das haben es gut gemacht. Nur meine Kollegen wissen davon Bescheid. Also von dem her. Passt. Komm unten, wir fahren. Schönen Abend noch. Okay. Danke, gleichfalls. Du hast die Kontrolle. Ah ja, danke Robert. Aber weißt du, das Timing, wo ich mir das zugesteckt habe, war perfekt, weil dann die ganze Ad links kam. Er hat sich nicht bemerkt, dass ich mir das zugesteckt habe. Bei den Cops gerade so. An der Grenze, wo du uns gemeldet hast, da stehen korrupte Kops. Was? Echt? Und ich gerade so. Schön, dass sie uns das melden. Meine Kollegen sind da alle mit involviert. Schönen Abend noch. Schauen. Oh, Timing, es hat mir alle einen Dollar gegeben, aber es ist einfach wirklich schön. Für die Gegend schwimmen, war Login-Boost. Danke. Danke. Ja. Also da haben wir irgendwas zu tun. Feuer, Autohaus geht nicht aus. Einmal Deckel drauf, bitte. Aber das wurde sicher schon gemacht, gell? Ja, ja. Ah, jetzt hat sie über 18. Ah, Alter, die Leute anknurren. Das ist so dumm einfach. Ich kann das ein bisschen herum beobachten, weil da sind gerade Sperrzonen hier und dort. Wir können auch ein Szenario verursachen. Das wollten wir sowieso. Das ist ja mein, vom GD haben wir eher eins gehabt, ne? Schau, Matze, schau, wie er fliegt da oben. Matze. Können wir in die Stadt fahren, da ist irgendein Einsatz. Ja, fahren wir mal hin. Du hast schon lustig, gefangen als Hund ist schon lustig, muss man sagen. Weil wenn man Leuten Sachen zusteckt und die es einfach überhaupt nicht checken. Einfach dieses perfekte Timing gerade eben. Ich bin noch dran. Was für ein Lack wir auch hatten. Tuning fahren. Alter, wie schnell fährt denn das Ding mit Tuning-Chip 400? Ja, 400. Ja, neue Highspeed. Neue Highspeed am Start. Ja! Ach, ist das geil. Aber ich würde gerne auch ein Shiba Inu reinmachen, ja, ja. Nur schauen, ob ich den finde, dass du da hast die eigentlich. Ja, ich sag mal kurz, ob Wazel da ist. Anscheinend hat Gott ein Wazel gesagt, dass heute noch irgendwas startet. Wazel ist nicht da. Aber das ist von Mike, den drin kenne ich, da dürfen sie über den Zug spawnen und dann packen sie ihn auf den Schlepper und dann fahren sie damit herun. Dann machen sie die Thomas-The-Tank-Engine-Musik rein. Ach so, ich hab ja gerade gedacht, wie hat er das gemacht? Dann auf den Schlepper hinten raus. Und dann machen sie die Thomas-The-Tank-Engine. Na, wunderschön. Aber im Ear-Rap. Ja, natürlich, wie sonst auch. Ich kriege mal die Reports rein, da verdinkt den Kopf richtig bestialisch. Schau da vorhin. Seh, und da war volle Sperrzone da vorhin. Wollen wir mal zum Ding. Zu was? Ich seh, gerade die Westen müsste man fixen. Die ist das auch? Die Westen? Biker-Westen? Wenn du auf Entfernung bist, dass die so hochbacken. Der ist ein falscher, wie sagt man? Schau mal, wenn du wegfährst. Schau mal, die weiße Weste vom Biker. Was wir auch machen könnten. Die absteht. Denario könnte man machen. Ja, aber wir könnten Leute auch erschrecken, wenn du als Hund kommt zu dich. Ich komme dann so hinten nach und dann so, was macht's mit meinem Hund? Na, macht's mit meinem Hund? Schau mal, ist Andrea da? Oh nein, die Arme. Na, Andrea ist nicht da. Scheiße. Aber wir könnten Leute erschrecken, das wäre ja auch immer lustig. Ja, aber wir müssen mal schauen, ob, warte, ich mach mal hier, äh, Blips. Hast du Blips dauerhaft an, ja, gell? Ja, hab ich. Hab das Gefühl, dass das durch Blips auch verursacht werden kann mit dem Network-Timeout. Komisch, aber dass das dann seit zwei Tagen ist. Na ja, wenn, wenn viele Admins da sind, alle Blips anmachen, ist es ja umso mehr, ja, fressend vielleicht. Chilliger Boy. Da draußen ist wer, der tut gerade, äh, angeln. Schau mal, ich würd gern irgendwie jemanden haben, der irgendwo anbaut. Da ist wer in der, nee, der ist im, im Dings drin, in der. Es ist keiner mehr am Anbauen. Da drin, da steht die ganze Pizzeria da drin, schau. Soll mal reingehen? Im Hinterhof. Warte, nicht, nicht reinfallen, ich geh zuerst vor, als das Hund. Aua. Und dann kommst du hinterher und, und schreist, sie zahm, was sie macht mit dem Hund, mit der K9-Unit. Au. Hab ich, hab ich, ich hab ein Pimi unten. Äh, hilf, ich hab ein Pimi. So, ich bin ja schon Ewigkeiten dran. Oh, der kommt. So, ich bin ja schon wieder Hund rein. Äh, nee, keine Ahnung, ich hab das früher mal gedacht als Soldat und mit Sternchen oder so. Scheiße, der Andrea ist nicht da. Der ist geil. Hey, komm mal her, Kleiner. Oh, na. Ja, Kleiner, komm, komm mal mit zur Seite. Gornkrispizza. Extra Salabi. Oder Schinken. Wenn der jetzt hier gleich Dünnschiss im Hof hat, ne, dann machst du... Ist mir egal, der darf das. Also, Jürgen, Tim, Tommy. Nee, Tim noch nicht, der weiß noch nix von Seiten. Ah, aber Kleiner. Ich geb ihm das hier einfach. Ja, warte, ich geb dir noch was. Guck mal hier, Kleiner. Ja, der Rest, da kann ich das nicht machen. Lass es dir schmecken. Ich geh mal zur Seite, das ist hundeflüssig. Ja, ich find den super. Ich würd den sofort reactieren. Der dürft die ganze Zeit im Mai wachmitteln. Was passiert eigentlich, wenn... Fifi, komm mal her. Ja, komm. Ja, da kommt's doch hier. Ur-Einwohner-Kopf. Ich sag's, da kommt ein Ur-Einwohner-Kopf. Je, geiler, Fifi. Guck mal. Okay, jetzt ist er müde. Was macht sie da mit meinem Mut? Ja, was lassen wir denn von alleine? Was soll das? Der ist ein ganz lieber. Der wird grad erst mal gefüttert. Der sieht ja total abgemagert aus. Ja, der ist jetzt... Das ist jetzt einen ganzen braven Tiefenentspannter für die nächste Stunde. Guck mal, der fühlt sich total wohl hier. Ich glaub, der ist tot. Nein, der ist nicht tot. Komm mit, Späcki. Hey, sag doch nicht zu dem. Unglaublich, da das Volk. Wie ich sehr angeschrien hab, Alter. Die hat mir Kusch zugesteckt. Warte, ich stell mich da nochmal rein. Ja, das sowieso. Das sowieso. Weil ich glaub, das ist den meisten nicht klar. Kommst du mit, oder was? Ich glaub, du sollst schon mit dem Officer mit, oder? Ich glaub, mit dem Hund. Du hast grad eine Verfolgungsjagd. Hey, wo? Da bist du mit? Ist mitfahren, oder was? Ja, ich fahr... Ja, ich glaub, ich fahr mit mit Tuning-Chip. Ah, ich bin schon wieder kaputt. Ah. Ich glaub, ich glaub, das ist ein Motorrad, oder so. Ja, warte, sonst setz ich mich aufs Motorrad. Warte, au, au. Ich komm nicht rein. Au, es tut weh. Was ist da? Aua, du überfährst mich die ganze Zeit. Echt? Ja, ich bin gestorben, danke. So, warte. Jetzt ziehst du mich noch? Ja. Ja, komm. Finde ich aber cool, dass man den Hund jetzt wieder sehen kann. Mit dem Aus- und Anziehen, das ist, äh, ist echt geil. Richtig mit dem Motorrad, das wird schwer. Jetzt fahr mal mit dem Motorrad hinterher. Biddy Motorrad mit dem Hund hinten drauf. Würde ich fühlen. Ah, ist zu geil. Oida! Alter, was machst du? Oida! Hast du geschissen, Alter, mit dem... Oh, ist das jetzt zwei Sirenen? Mir sind sogar zwei Sirenen im Auto. Oh, danke. Schrecklich. Alter, was fährst du jetzt sabern, bitte? Ja, ist die Guide denn jetzt wegen da, die Scheiße? Ja, wegen was kannst du nichts sehen? Ja, mit der Hand da oben. Okay. Die sind gerade runter geworden, oder was? Ach so, die sind wieder runter. Besser. Unsere Zolle ein Pedimotorrad und ich setze mich hinten drauf. Mal schauen, wie das ausschaut. Wer ist das Ding? PD, äh... Police Bike? Gibt's das? Gibt es ja verschiedene. E-Bike? Wie heißt denn Police Bike? Äh, Carpol Bike oder so. P-Bike. Nee. Oder wie heißt denn das? Ich schau gerade... Police B. So, das ist da. Das Standard. Was du? Ich hoffe, ich kann hinten drauf. Kannst du mir aufsperren? Ist offen. Schauen, ob ich hinten drauf kann. Ich hoffe, das geht. Au. Muss ich dich tragen. Warte. Au. Au. Wie ist das? Alter, schau, wie der nochmal vorwärts und rückwärts fahren will. Ist das falsch mit dem? Ist das ein Drecksack. Willst du es machen? Nope, geht nicht. Aber es gibt, glaube ich, ein Zweisitzer Police Bike. Äh... Wie sind denn die Spawn-Namen davon? Ich habe keine Ahnung. Die müssen wir ins Pack reinschauen. Kann ich das nur tragen? Ah, L.E.P.D. Bike gibt es noch. Und ist das, glaube ich, L.E.P.D. Bike 2? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich trage dich sonst einfach. Scheiß drauf. Ja. Sonst fahre ich... Warte, L.E.P.D. Bike... Okay, egal. Du fährst jetzt halt mit dem Police Bike, nicht mit dem L.E.P.D. Bike. Mein Gott, wie es ausschaut. Ach, du Kacke. Das ist schrecklich. Ich muss dir nicht da aufpassen, wie es mit dem Exister Schall hat. Alter, weißt du, wie das aussieht, wenn ich da so mitfahre mit dir? Alter, das sieht komisch aus. Weil ich kriege gerade nicht den Sync vom Auto. Ich kriege gerade den Sync, den der Server bekommt, wenn ich nicht drin sitze. Das sieht richtig komisch aus. Warte, wo fahrst du nicht? Ich bin Rucksack. Oh, Alter. Ich fahr an. Wie schön fährst du gerade mit der Hillkiste, bitte? Ah, da sind sie schon. Daher! 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 Da ist der NPC, kommt nämlich mittendrin mit dem Hund hintendran. Schon wie ein Mietfahr. Ich mach da mal das Hundgerät an, dann kann ich mich hören, was du sagen. Ja, ich schau auf, mit dem Fahrzeug auf, mit dem Fahrzeug auf, mit dem Fahrzeug auf. Moment, ich hab's ihn blockieren, ich hab's ihn blockieren wollen. So. Ui. Das ist richtig fies. Aufzug, er steckt wieder aufs Motorrad. Jetzt ist er mal richtig fies. Aber es bleibt ja nix anderes. Ja, ui. Das ist aber gut gemacht mit dem Motorrad-Potek. Ich hab's noch nie gesehen. Richtig geil. Mit dem Hund. Die merken das gar nicht, gell, das wir da sind. Jetzt hat es ihn aufzupft. Aber warum hat es ihn aufzupft? Da war doch nichts. Weil da eine Barriere war. Hä, wo war da eine Barriere? Da war eine Police-Barriere. Hä, ich habe die nicht gesehen. Ist da die angefahren oder was? Gegen dem 1 hat es nur vorhin. Achso. Ich sehe da nichts mehr. Ja, ja, der hat ihn durchbrochen. Ich sehe es gerade. Um seine vergessen wegzustellen. Der arme Bruder. Lass ihn mal runter. Kollege, ich glaube, sie haben vergessen, die Baugeschau zu machen. Ja, danke. Ich habe sie aufpickt. Wo ist er hin? Ich sehe gerade gar nicht mehr. Er liegt da drüben. Ich sehe ihn aber nicht. Ein toll wütiger Hund. Ah, das sind die K9. Die K9. Ich habe kurz Angst gehabt. Entschuldigung. Kleine leichte Phobie. Oh, da weiß ich schon, wie ich beißen kann. Hä, ich sehe den Typen nicht. Also jetzt legendend. Ich sehe ihn nicht. Der schwebt da bei mir in der Luft. Bei mir. Warte mal. Hat jemand schon das AMR verständigt? Oder Fire Department? Schauen wir mal hier unten. Au. Wir müssen mal weiter. Komm. Alpha ist da. Ich habe vor dem PD schon mal AMR verständigt. Oder Fire Department? Der Fahrrad fährt hier wieder. Der ist jetzt beim Ikea. Der fährt jetzt wieder Richtung Fahrschule Bennys. Noch eins. Ja. Brauchen Sie nochmal unterstützen? Ich bin, ich stehe zu Fuß. Kategorie 0. Echt die Admins im RP. Da, da. Da, da. Da ist einer. Der fährt sogar rechtsrand. Ohne Kennzeiten, mit Kennzeichen. Warte. 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 Lass mich mal runter. Lass mich mal runter. Wow. Dann mache ich dich als Backup, falls sie dir was tun wollen. Bin ich jederzeit bereit zu beißen. Hier war's. Ist das mein Hund? Das ist mein Hund. Okay. Hallo. Ja. Kannst du ein bisschen schnell gefahren? Ja. Ja. Kann sein, ja. Ist das ein Schein für mich? Ähm. Ich fahr seit 32.16. Dankeschön. Ja. Ich bin einmal so lieb und stehe in kein Strafhaus. Ganz so langsamer. Das ist sehr super. Das tut's mir gefallen, setzen sie einen an Höhen machen. Und wenn sie mit dem aufs Gesicht fallen, schauen sie nicht mehr gut aus. Na gut. Oder sind sie so cool wie ich und fahren einfach mit einem Hund auf der Schulter und haben gar nichts auf. Oh mein Gott scheiße. Was ist mit dem Hund los? Du denkst? Ey. Der tut nichts, der will nur spielen. Das Köter habe ich angemessen, Mann. Das ist ja, das ist kein Scheiß Köter. Der will nur spielen. Was ist denn mit dem los? Na, der will nur spielen. Ich glaube, der hat das da in ihrem Hosenbein da. Haben sie ein bisschen Traubenzucker mit oder so? Ich hab gar nichts mit. Das braucht dem nämlich. Scheiße, bitte lass mich in Ruhe. Ja, der tut nichts, der tut noch. Schau ans. Ich höre ich ihnen wieder auf da, ich bike. Alles wieder gut, der tut nichts. Wir nur spielen. Ey, aus. Dann ging es wieder da, gell? Äh. Wie die Köder will. Brau uns noch, brau uns noch kurz. Keine Dinge, ich hab da nur mein Teig gelernt. Dann kann ich sie ein bisschen regenerieren. Ja. Ja. Ja, spielen du mal nachher. Bei Spielen. Dabei ist nicht der Windows-Spielen. Ja, tut nichts. Oh Gott. Na, woher? Haben sie ja ein Ding, haben sie eine Versicherungsnummer. Ja. Ja. Das ist die 4, 2, 6. Ja. Ja, warte, wir gehen ja schon. Passen sie auf, die müssen sie, glaube ich, ein bisschen erziehen. Ja, ja. Na, um den Stehner nach oben. Jojo. Wiederschauen. Du musst mich schon tragen, gell? Hallo? Nicht den Hund dann anders. Wie du dich da? Oh. Vergessen die nicht. Nimm sie bloß mit. Na, na. Na, na. Na, blödsma. Ich glaube, ich hab noch nie mehr keine Motorrads gesehen. Es fährt gerade ein Motorrad einen Block westlich von uns rein. Mission Row. Ja. So, warte, voll scheinbar. Guck mal, ich da vorne wieder raussehe, oder? Ja. Oder? Super. Äh, Frage, wo ist das Motorrad? Ja, das ist ja voll scheinbar. Ja, das ist die Reha hier. Die meinen uns, gell? Hier, oder? Negativ, das siehst du nur in der Gast hier reinkommen. Ah, so. Und wir hatten gerade eine Auseinandersetzung. Das war der Konsequenz mit der Energie. Ja. Informativ. Gerade, südlich, von Mission Row steht auch ein Motorrad. Hast du mich gerade genommen, du Zipfel? Kopflosen. Sylvana. Mit der Eierspeisse am Schädel. Und? Wieso hast du einen Hund dabei? Wieso hast du einen Hund dabei? Wieso hast du einen Hund? Aber der Hund ist definitiv süß, so als der Polizist. Ey! Was hast du gesagt? Ey! Der Konsequenz mit der Frage hat irgendwer eine Antwort vom LAFG bekommen auf die Kopf. Mein Hund nix. Ey! Nein! Bruder! Hilf mir! Und wenn du meinen Hund so nennst, versuch das! Hilfe! Nein! Hilfe! Ich könnt's dem aber gern zu Salami verarbeiten. Und jetzt auf die Pizza hauen. Ich kann Hilfe! ich glaube ich bringe mal zu ich zeige ihnen wie man das macht er stellt sich gerade noch so aufstehen du fuhl heisel so nüchtern war der angriff freit mich wieder hey schnucki hallo nein sie kriegen was von mir vor der Fenster hier ist nur ein wilder Hund der alles angehört wir haben aber eh kein Notfallarmband gell? ähm da müsste ich kurz eine Nase schreiben Notfallarmband ausgelöst dankeschön sie ist jede Hilfe zu geben ja ich glaube die Damen müssten hier liegen lassen na die können uns auch zu Salami oder Broschucke machen draus feinster Beinschenken ich hab doch keine Kandibalen als Kunden gesehen weiß nicht das ist ja keiner wissen tja ich hab bis vorbei auch nicht gewusst dass Salami aus Pärt besteht ja er macht Cella nämlich oh was ist denn hier los wie jetzt noch herkommt Hallo Schnucki Hallo Schnucki jaaaah aber mein Highlight war heute nur über Mats und wir geschrien haben am Boden das war mein Highlight ey wir müssen eigentlich in den Kleidungsladen gehen und einfach random hund der einfach Leute wegbeißt wegbeißt. Schau, das sind die Bikes, die vorhin. Ich fahre da vorbei und frage, ob ihr meinen Hund gesehen habt. Habt ihr meinen Hund gesehen? Ja. Hier steht auch News Marsch. Entschuldigung. Habt ihr meinen Hund gesehen? Ja, ihr Hund? Ja, wisst ihr wo mein Hund? Habt ihr den irgendwo laufen gesehen? Der ist da hinten drauf. Ah ja, da ist er ja. Achso, ihr habt ihn gefunden. Danke. Was ist das? Sieht aus wie eine Spinne hinten, gell? Habt ihr meinen Hund gesehen? Oh nein, das ist explodiert. Das waren aber nicht wir. Wir könnten ein Szenario machen. Ja, das können wir machen. Wie wäre es mit einem U-Boot auf dem Tower oben? Genau. Das wäre ein U-Boot auf dem Tower, was runter steht. Aber es wäre geil. Ein U-Boot. Ein U-Boot. Dort unten in der Halle ist so ein Brand. Mit U-Boot und so. Aber dann crashst du wieder weg wegen dem U-Boot. Ja, nicht das Große. Da gibt es so kleine auch, oder? Ja, aber wenn dann das Große, oder? Na bitte nicht das Große. Dann crashst du wieder weg. Dann kannst du wieder nicht connecten. Das ist schon lustig. Oder vielleicht ein riesen Flieger. Warte, hat nicht. Ne, das ist auf dem Tester, was Hobbs reingemacht hat. Den Chat da, gell? Den haben wir da gar nicht. Den großen. Gekapft-Jet, die von Top Guard. Ja, der ist auf dem Tester. Ja, der ist auf dem Tester. Schade. Der war dann mal überlegen. Ähm. Was könnten wir machen? Wie wäre es denn, wenn wir irgendein UFO-Szenario machen und du steigernst Aliens aus? Eine Möglichkeit. Aber was soll das dann bringen? Stimmt, was bringt das uns jetzt? Stimmt eigentlich ja, es bringt uns gar nichts. Ein Militär-Szenario? Boah, ich überlege gerade, was wäre denn cool. Ich überlege auch gerade. Wir könnten auch irgendwie fragen, ob es Freiwillige gibt, dass wir sowas auch mit Verletzten und so machen. Oder irgendwas mit vermissten Personen. Ne, oder? Ich würde irgendwo was einschallern lassen. Oder was richtig Großes. Eine Tankstelle vielleicht. Wer das U-Boot fährt in Tankstelle tanken. Oder nein? Ja, genau. Super. Ne, oder? Ne, oder? Ah, okay. Ich dachte, wir werden schon gefahren. Ähm. Wie wäre es mit einem Flieger? Einen geilen Ort, den du richtig geil raiden kannst und anzünden. Boah, lass mich mal überlegen, das wäre cool. Boah, weißt du, was auch geil wäre? Da komme ich gerade auf die Idee mit dem... Die Maske mit dem Helm. Da sitzt was da drin, gell? Check. Äh... Kennzeichen. Er sagt keine. Möchte gern. Hilfe! Hast gehört? Hilfe! Hast gehört? Hallo. Nein, Hilfe. Alles gut. Alles gut. Der Auto hat nur komische Hupe. Schreit Hilfe. Hilfe! Ja, ich weiß. Hilfe! Und was hältst du davon, wenn wir auf so einer Insel so einen Abschluss machen? Ähm... Weißt du, dass ich gerade auch die Idee hatte? Und was denn? Wo ich das vorher gesehen habe mit Mike mit den Zügen und mit dem... Wir können den Zug entgleisen lassen. Stimmt, eine Zug entgleisung. Das wäre ja geil, ja. Oder... Weißt du, dass wir das auch so hintereinander auf den Schlepper packen und dann haut man die voll weg. Zug transportiert, ähm... U-Boot. Nein. Nein! Ein kleines U-Boot kann man da auch hinstellen. Da ist gerade der Performance-Sack wieder. Ah... Das... Das lustige ist, ich könnte jederzeit beim Game zu Crash bringen, wenn ich dir ein U-Boot vor und die Freize des Spawn einklickt. Na, hast du das nicht gedebugged bis jetzt? Warum du da wegcrashed? Ja, weißt du was ich dann mache, weiter. Weißt du was ich dann mache? Dann tue ich dir ein Auto vor die Freize des Spawn und starte das Car-Back-Boot. Hahaha. Nein, aber hast du schon gedebugged, warum du crashed wegen dem U-Boot? Nein. Okay. Also ich dachte, das hast du schon mal ausprobiert. Das ist sehr schade. Moment mal. Militär... Militär bitte. Was mit Militär? Ja, wir könnten... Oh, ich hätte eine Idee. André, ich hätte eine richtig lustige Idee, was wir machen könnten. Wir könnten einen... einen Transport mit dem Zug machen, wo ein UFO drauf war. Und das UFO liegt daneben und daneben sind wir mit Militär angezogen, mit so Panzern und sowas. Ah, so quasi die Area 51. Ja, ja, und die müssen das dann löschen und wir müssen die Leute irgendwie fernhalten von dort. Das ist ja schon lustig. Wenn ich nicht leise zum Area 51. Ja, ja, warte, es könnte... Warte mal, könnte mal schauen, warte mal. Also nicht direkt die Gleise, aber die gehen nebenan, glaube ich. Warte, das ist hier. Die nächsten wären... Da, wo die Grenze dann ist. Aber man kann ja sagen, es ist... Weißt du, wir können ja sagen, es ist auf dem Weg dorthin. Weißt du, es muss ja nicht da sein. Also wir können... Am besten wir neben der Autobahn irgendwo. Schau mal, da zum Beispiel. Wo ich grad markiert hab. Ich hab die Markierung nicht. Ach so, äh, ja. Ich bin da hinten drin. Und du schaust ganz rechts, neben der Autobahn, dort wo auch das Kraftwerk ist. Ähm, da ist rechts ja auch ganz viel Platz. Und das ist, was wir da vielleicht machen. Wo das Kraftwerk ist, das heißt am E-Stayway. Äh, jo. Mhm. Gut, dann an irgendeine Verfolgereinheit. Ich bräuchte ein klares Messergebnis, um ihn in den Führerschein hinziehen zu können. Mhm. Dann bauen wir da so ein richtiges Militär-Szenario auf. Schau hier, genau da. Da geht's auf. Vor allem da sehns auch die Leute. Sollen die Leute schon sehen, dass da was ist. Und da hauen wir jetzt den Zug hin. Und ein UFO. Und, äh, wir ziehen uns das im Militär an. Und, äh, ja. Würde ich hier vielleicht da vorne irgendwo machen. Wer da irgendwo. Oh, es ist gerade ein Juwe. Bist du, ist der Zuschauer beim Juwe? Können wir machen eigentlich, ne? Und schauen wir beim Juwe doch bitte. Da machen wir dann Militär-Szenario. Das ist so ein. So, linken Zirchen informativ. So ein Juwelier ist ein Jeep, ähm, ein Evo und... Ne, 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 M4. Ich mach ganz kurz so zack. Jeep, Evo und M4 bei mir. Jeep, Evo und M4. Jeep, Evo und M4. Ja, zwei um es zu ehlen kommen. Statt am Arzt ist geil, ist das so? Deine Verhandlung. Hilfe! Ist er gleich dort oder was? Ja, was steht jetzt vom Juwe? Haha, sagt er dann auch Hilfe? Das Kartell ist das. Ah, das Kartell, beim Juwe. Hm? Statt, das weiß ich mir an. Ich glaub der Matze ist mit der Hammer-Limousine rumgekommen. Die haben ihn gekippt. Ahhhh. Schau, wie es das mit Homelander geführt haben schon mal. Wirklich? Ja, schon. Oh mein Gott, das gibt... Ja, schon. Das ist ja gleich mit dem Matze, wo sie sind da los. Das ist geil. Hey, jetzt geht's. Nehme ich die Limousine vor, ne? Weißt du, was mir grad auffällt? Der Matze ist voll das Opfer an der Grenze. Ja, an der Grenze. Ist ein Niederbissen worden ist sowas. Sag mal Matze, was ist denn da grad los? Und ich denk mir nämlich, warum freit da Hilfe raus aus dem Auto? Ich hab nämlich vorne reingesehen und checkt, dass er nicht der Fahrer ist. Ja, ich hab gedacht, er wäre der Fahrer. Ich hab's überhaupt nicht kraft. So der andere, wie der andere was geht. Hilfe. Wie wir weitergefahren, sie haben eine komische Hupe. Hilfe. Und er wird entführt vom Kartell. Ich glaub's nicht. Bei denen hab ich schon mal zugeschaut, ein Bankraub. Und die haben einen richtig geilen Plan gehabt. Mhm. Also es kann geil werden bei denen. Ich bin gespannt. Aber mit Evos wieder, oder? Wobei ein Evo, ein M4. Evo fährt sich gut, glaub ich, gell? Der ist nicht schlecht, ja. Da ist der Civic, müsste er kommen. Wo ist denn der Civic hier? Ah doch, da ist er. Da ist der Civic. Da wird der Civic benötigt beim Evo. 10-1. Warum fährt er eine Highspeed rein? Ja, kann ich machen. Okay, verstehe ich nicht. Ach, das ist gar keine Highspeed. Der hat den nur umgebaut zum Zivi. Aber das sind Leute vom Kartell. Mhm. Und Darren. Warum heißt eigentlich Darren x Mad? Ist Darren immer Mad eigentlich? Mad, Darren. Hallo? Da war Mad drauf. Aber Sishi. Ja, nicht so nah ran an den. Der ist nicht lieb. Der ist nicht lieb? Der ist nicht lieb? Ja, manchmal sind sie lieb. Aber manchmal auch nicht. Deswegen... Schau Matze! Ich mach nix. Sie machen nix. Was soll ich denn machen? Sie haben doch noch eine Geisel in ihrer Gewalt. Also, da komme ich sie immer nicht auf dumme Ideen. Ich sag ihnen ehrlich, da gibt's andere. Sie machen was anderes. Aber hoffentlich haben sie den der wenigsten Selektion verpasst. Dem da! Wo ist er denn hin jetzt eigentlich? Was? Da sind glaub ich schon wieder rein. Hör mal die Geisel raus. Ey, ich erkenn grad gar keinen vom Kartell. Mit dem ne Lektion verpassen. Warum sollen wir dem ne Lektion verpassen? Doch, doch. Wen kennst du? Der ist aber vom Kartell. Also, ich schau mal ganz kurz. Ja. Ne, ich erkenn grad gar keinen. Ach, da gab's schon. Ich hör dir, wenn die ihre Outfits nicht haben, erkenn ich den nicht. Ich kenne den Namen. Ja, also. Andere, ganz wichtige Frage. Die wollten nämlich letztens mal mit nem Wasserflugzeug abfahren. Was hast du eine Frage? Schau mal da. Schau, Edin. Schau, Edin Endsmatch schon da. Schau, Alter. Der Sandwich. Da. Da. Edin letztens war auch der, der was voll hinten reingekrast ist im Wald. Oh, Matt. Das war Edin, der mir reingefahren ist? Alter, Edin, ich hasse dich dafür. Edin ist auch der, der mit der Zeitbombe übelst abgegangen ist. Hat, hat, hat Scotty gestern im Talk gesagt, dass das Edin war, der da hinten aufgescheppert ist? Alter, hab ich mich ja so drüber beschwert, dass, dass der da so raufscheppern muss. Edin Endsmatch? Ich nehme, ich nehme mich, ähm, Blackout gehabt und Autototalstand. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ja, das war Edin. Also laut Scotty hat er gesagt. Danke, Edin. Ja. Sag immer Herr Sandwich. Auch beim PD letztes Mal. Ja, äh, Herr Sandwich. Und dann so, das heißt Zeowicz. Ja, Herr Sandwich. Sein Charakter ist ja auch, äh, Zeowicz beim PD, gell? In den Offroad. Hat was von Rumpe. Auch ne Highspeed, oder? Also. Ist das der Highspeed oder ist das das Autohaus Mustang? Ist das der Autohaus Mustang, ne? Was der hier? Ja, ja, das ist der Autohaus Mustang. Das ist der Autohaus Mustang. Aber ich fahre sowieso nicht. Ne Highspeed. Ihr habt Offroad, zwei Crownvigs. Steht da noch was um die Ecke? Äh, ja, da stand glaub ich irgendwas. Also ich kann denen aber mit dem besten Willen nicht mal sagen, was das war. Ja, das ist ein Civic. Das ist ein Civic, meine lieben Damen und Herren. Was ist Ihnen denn unsere Geisel eigentlich wert? Das ist ja schon eigentlich ein wertvoller Geisel, oder? Eine wertvolle Geisel würde ich jetzt mal nicht sagen. Wer ist denn das? Ja, komm doch mal raus mit dem. Wer ist denn das? Eine wertvolle Geisel, wer ist denn das? Also wertvoll würde ich jetzt mal nicht sagen. Wertvoll definitiv wertvoll. Arme Matze. Er kommt jetzt sicher raus und Darren so, ne. Ist nicht wertvoll. Ist ja was schön, wenn man so im Auto rumfährt. Ist schon ein bisschen auffällig, Matze. Schau, wie er rauskommt. Gott, da kommen ja immer mehr. Wenn die Einwanderung, wenn die Leute kommen. Hatten auch nicht alle Tage, dass Home in das Geisel genommen wird. Schau mal 1 zu 7 Team Chat. Spandex. Warum denn? Spandex. Bajella, was ist denn los im 1 zu 7 Team Chat? Oh, bitte sag nicht was Schlimmes. Oh, Bajella. Im 1 zu 7 Team Chat steht irgendwas. Fuck you, Falko. Fuck you, Matthew. Ah, die Leute hören mich wieder. Toll. Was? So. Ja, ich sehe den Geisel, ähm. Das ist aber schon ein bisschen wertvolleres. Ja, ne. Ah, perfekt. Er meinte nicht. Ah, abu passt zu deiner Mutter. Entstößer zum Anwesengebiet. Ich zahle auch nicht dafür. 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 Stopp, stopp, ich glaub das reicht jetzt. Wenn wir mal mit der Geisel wieder rein, ist viel zu nah draußen. Ne, jetzt komm. Geht's ihm gut, der Geisel? Ja, ja. Sind sie nett? Ja, die Falle, Alter. Zuerst wird er vom Mund niedergebissen an sowas. Mach, da bist du nett teilweise. Hm. Oh, Alter. Breitbau M4 mit Blaulicht. Auch noch nicht gesehen. Also das ist mir neu. Aber damit bist du halt echt Zivi-Zivi unterwegs. Für das Szenario brauchen wir aber dann die Admins. Die müssen wir dann zamtrommeln. Ja, ja. Da machen wir dann eine Tombola zum Ziehen. Ich glaub, vielleicht schaut Maike grad hin zu. Oh, die Dame. Wir brauchen dann die Züge mit dem. Das ist mir sehr leid. Der eine hat ein lautes Mikrofon, der Dustin. Weißt du, wer auch ein saulautes Mikrofon hat? Fox. Alter, wenn Fox zum Einsatz kommt, ich hab mir gedacht, Alter, meine Ohren, die haut es gleich raus. Gestern nicht. Ich hab ja gestern mit ihm geredet so kurz. Ja. Alter Schwede. Entweder der hat seinen Pre-Amp so laut auf, aber es übersteuert nicht so direkt. Nein, es ist komponiert so extrem. Der hat einfach so einen fetten Kompressor drauf. Ja, ja, voll. Der ist voll laut. Der hat im Hintergrund, glaub ich, ein Desktop-Plugin laufen und Kompressor oder so. Mhm. Weil der so einen Output-Kompressor hat, glaub ich, nehm ich nicht. Du, in den Videos hat der auch mal so einen fetten Kompressor drauf. Ja, ja. Ja, er hat 100 pro Plugin oder sowas drin, weil es ist echt extrem. Oder so wie bei anderen Leuten, wenn es hinten so hallt und dann wird der Kompressor. Achso, ja, das ist, so schlimm ist es nicht. Nein. So schlimm ist es nicht. Aber es ist schon, weißt du, du geredest mit ihm, direkt so eine Radiostimme, die dir um die Ohren fetzt. Ich bin da nicht so oft dabei gewesen, ne? Nee, nicht wirklich. Ja, ja. Also, die Frage von ihm war jetzt ein bisschen dämlich. Ich bin gespannt, was die geplant haben. Nur bei ihm ist das, ich hab bei mir zum Beispiel im OBS hab ich ein bisschen einen Kompressor drauf, dass du es im Stream so hörst. Aber bei mir, du hörst mich im Discord ein bisschen anders, oder im RP hörst mich anders so wie im Livestream. Bei mir auch. Genau. Ja. Aber bei ihm ist es, er hat ein Plugin auf dem Desktop laufen, er hat die ganze Zeit diesen Kompressor drauf, er müsste im Discord so wie im RP gleich, ne? Ja. Zwei Highspeeds, die nur den M4 verfolgen und keine Nagelbänder. Die fordern, dass die Highspeeds eine M4 verfolgen. Nur den M4, sagen sie das aber. Ist die Frage, ist der Civic, ist der eine Highspeed? Eigentlich nicht, oder? Nein, nein, nein. Ja, aber dann passt es immer, dass Civic dem, äh, Dings in der Haffe hat, den Mitsubishi. Weil ich finde, beim Mitsubishi brauchst du eh keine Highspeed. Da brauchst du den Civic. Civic ist, Civic ist halt stärker als der. Mhm. Aber die fordern, aber die fordern wirklich zwei Highspeeds für den, für den M4. Ja. Fordern das. Gut. Damit sie sich mehr auf das konzentrieren, glaub ich. Damit der andere ein bisschen besser wegkommt, weil Beute wären sie 100 pro in den. Oder die wollen halt wirklich ne Verfolgung, die wollen das halt fordern, ne? Ja. Ich glaub, das ist im letzten Jahr nämlich gar nicht so schlecht gefahren. Na schauen wir mal, was rauskommt. Deswegen eigentlich aber. Anorex. Edin. Edin macht das in letzter Zeit immer. Der fordert immer die besten Fahrer und so und sagt, er steigt nicht um. Und so und will einfach nur fahren. Mhm. Ihr macht Hard Risk. Finde ich aber eh geil sowas. So Nervenkitzel 10 Minuten lang. Und kommst, durchgehst du halt wieder in den Knast gehen. Ich finde die BMW sieht übelst geil aus, der Breitbau da vorne. Übelst geil. Der Breitbau? Ja, schaut der Alte. Der mit den alten Rückleuchten noch. Der M4 F... Was ist das? F... 30? Wo steht der? Ich seh ihn nicht. F80? Ach, keine Ahnung. Da vorne, der hat der Orange mit dem Blaulicht oben. Boah, ich bin glaube ich gerade echt blind. Du bist, das ist direkt an der Kreuzung steht da. Oh my god! Ja, geil. Waren wir mit der Farbe und so niemals drauf kommen, dass das ein PD-Auto ist. Das sieht schon geil aus. Mit dem Breitbau. Ähm... So, ich les mal in der Zwischenzeit vor. Matze schreibt grad bei mir im... Ja. Matze schreibt bei mir rein, ich wollte nur mit der Stretchlimo rumfahren. Das Beste war das Hilfe! 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 Die Hupe klingt ein bisschen komisch. Dann würde ich mich mit dem... Ich bin gleich wieder da. Besprechen. So, Gamer-Time. Danke für das CP-Werr. Manuel Redcar. Guten Abend, bitte mach mit freiwilligen Leuten auch. Ja, wir... Wir... Ich würd halt, ähm... AdWords noch dazu ziehen bei dem Ding. Weil das wär schon ja so ein Szenario, wo die Feuerwehr kommen muss, wo ein Ufo ist mit so einem... Mit so einem Gleistenzug. Das machen wir heute noch. Daniel Henke, danke für das CP-Werr. Dorfjugend Janis, danke für 90 Cent. Der Dorfjugend Janis nochmal mit 240. Vielen Dank. Enrico der King. Für 3-0 kannst du mich und Silber grüßen. Grüße Silber und Enrico der King. So, das wollen wir auch, glaub ich, davor gießen, ne? Ja. Vielen, vielen Dank, Leute, für eure Donis. Da geht nochmal wirklich Herz raus, Leute. Haut mal alle einen Herzring rein. Und lasst auf jeden Fall nochmal eine positive Bewertung da, Leute. Es sind über 8000 Leute. Wenn jetzt jeder einfach mal ein Like da lässt, dann scheppern wir in die Grenze. Also haut mal alle ein Herz in den Chat und haut mal ein Like raus. Das kostet euch ein, zwei Sekunden. Und ihr supportet kostenlos, Leute. Haut rein. So, wir schauen uns das an und dann machen wir ein fettes Szenario. Wird recht lustig. Freue ich mich drauf. So. Schau, wie Mike auch zuschaut. In der pinken Limousine da, in der Stretch-Limousine, da ist vorher sicher Prinzessin drin. Soll ich ein Louis Vuitton-Design. Louis Vuitton-Design. Ich habe mich die Hammer-Limousine. Tacho. Ich habe gerade die ganzen Admins beim Stream. Hallo. Ich könnte einen Arsch herschwingen an alle, die zuschauen an die Admins da und gerade nichts zu tun haben. Freddy, grüße und grüße an die Nachtschicht. Aber die anderen, die gerade nichts zu tun haben, kommt her, wir haben nachher Szenario. Wir brauchen Admins. Du müsst mitmachen und helfen. Helfen bei mithelfen, bitte. Ja, genau. Wir sind dann richtig gefangen im RP. Finde ich ganz wichtig. Das wäre peinlich. Das wäre wirklich peinlich. Das wäre wirklich peinlich. Das wäre wirklich peinlich, ja. Das wäre wirklich peinlich, ja. Warte, wer hat der mit dem Furz gemacht? Aber das war gar nicht, Mats. Das war Bagella, weiß ich, mit dem Furz. Bagella. Das wäre auch peinlich, wenn ich mit dem riesen Ding wegkomme. Ich laufe die einfach mal so. Das wäre hart peinlich, ne. Wir haben nämlich ein geiles Szenario geplant mit den geisten Zügen und Ufo und so. Noch zurück. Das war nicht ich. Wer soll das denn sonst sein? Mein Magen ist das nicht. Ja, keine Ahnung. Das war ich. Das war ich. Das war ich nicht. Ich habe jetzt immer P herausgefunden, Matsa dünnschiss. Also bitte, wenn die glauben, dass das jetzt passt. Unangenehm. Oh, sie flüchten, es geht los. Wen nimmst du? Ich weiß nicht. Und zu dem Herrn wollen sie wirklich? Ich würde dem Ding nachfahren. Dem Evo. Würde ich nachschauen. Okay. Ja. Dann haue ich die heiße Gitarre. Pass mal rüber zu mir hier direkt. Jawohl. Let's go. Schauen wir mal, was er mit den heißen Gitarren hat. Evo flüchtet. Evo flüchtet mit. Edeen sehen gut. Äh. Hier ist der Evo noch, oder? Der Evo ist grade im Kreisel. Wir schauen dazu, dass den... Dion hat wirklich keine ASB-100 Evo. Respekt. Der Evo ist nur noch so ein Kurvenmonster, oder? Er fährt gut, aber er fährt jetzt nicht perfekt, sag ich mal. Er driftet gerne. Und er ist halt nicht besonders schnell. Ich habe nur mitbekommen, dass seine Kurve gut ist. Ja, aber der Civic ist viel besser, in den Kurven und Geschwindigkeit, alles. Der Civic erfolgt ja noch mal die Porsche. Das ist immer so die Alternative zu dem... Du kommst ja auch, Scotty ist damals immer mit dem Civic lieber gefahren mit dem P1 hinterher und so. Kann ich auch spektaten, ne? Was? Bin ich direkt dabei. Ja, ich kann den Spektaten auch. Warte, ich mach das gleich los. Ich tue, das mach ich immer jetzt. Der M4 Competition. Ich bin gespannt, ob Seovic dann wieder hier reinkraucht, Matt. Schauen wir, wie er fährt. Er ist viel angenehmer, als ich mal mitfliegen. Ja, ja. Ich bin sogar im Interior drin, ist ja voll geil. War ich viel zu selten. Mitten im Geschehen. Ich bin von innen, von der Ego Beispiele, das ist das gleiche Zufall. Ja. Was würde ich grad fahren von der Corporal? Ja Leute, wer gerade im Stream dabei ist, ich hau grad von den Kopf ab. Ich hab grad die heftigste Verfolgungsjagd. Ja. Ja. Ja stimmt aber, den schüttelst du nicht ab, den Civic, der ist echt heftig. Wenn da jemand dran ist, der den fahren kann, ja. Ah, jetzt kann ich die nicht annehmen. Später. Wackel über dem Boden. Okay. Hatte Code Zero in der Luft, bin jetzt tot. Das ist schlecht. Da sind aber eh noch Admins da. Kann ja Mike machen grad, oder? Ja, ja. Ja. Das Mike. Ich weiß nicht, ob Marco und so, weil ich hab gesagt, ja, es sind die Admins, die bei mir grad zugeschaut haben, es sind alle mal vorne. Mhm. Hat aber nicht schlecht, der Herr Walker. Die ganzen Walkers fahren eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ich glaub, Walker ist mittlerweile eines der meistgenutzten Mann. Ah, da ist er hinten rein. Aha. Aber er hat ein bisschen Time bekommen. Von der Position, erster Highspeed-Fahrer. Ist hier schon nett. Das ist das andere, was ich finde. Oh, mir macht er loben. Geh den. Gaswasser scheiße. Geh den. Für Gaswasser scheiße. Wie schnell der einholt. Alter. Jetzt braucht der Bruder Noss. Hau Noss rein. Walker. Jimmy Walker, hau Noss rein. Jetzt. Du kommst das nicht weg. Geht aber auch nicht so schlecht. Viel zu langsam. Aber die treffen grad aufeinander. Oh nein. Er haut jetzt Noss rein. Och ne Bruder. Das war's ja mal komplett. Er hat grad richtig den Fails des Lebens gerissen. Ah. Okay. Ich glaub erst bald. Also das schafft er nicht mal jetzt. Er hat den Fails des Lebens gerissen. Meiner kommt aber da mit meinem Tier ganz gut weg eigentlich. Ja äh. Bei mir eher gar nicht mit dem Dings. Er hat grad was er grad gemacht hat. Er hat grad Noss gezündet. Mitten. In der Kreuzung. Und den hat's dann eingedreht. Also er hat's irgendwie falsch gezündet. Im falschen Moment. Meiner fährt jetzt auf den Highway auf. Kann sein, dass der Noss prügelt. Wenn er jetzt nochmal Noss prügelt, würde er vielleicht wegkommen. Ja ne macht er nicht. Ich glaub er hat auch nur eins dabei gehabt so's aussag. Leute ich glaub das wir tief gehen. Ich glaub er schafft das nicht. Gehen. Weggeschallert. Ah ja. Wir brauchen neuen Civic als äh. Fahrzeug. Für 3.0. Fällt mir grad ein. Neun? Ähm. Der jetzige Civic hat hinten keine ähm. Light Source. Ah. Vielleicht könnte man. Es gibt den gleichen. Vielleicht gibt es schönere Modell. Den Gebrauch. Kann man den ummodellieren. Jaja. Den mein ich ja. Den äh. Den schöneren. Wir haben ja einen schöneren. Jaja. Den sind gebraucht worden. Ja und da die Lightbars einbauen. Die wir halt nutzen. Wir wollen ja alles so circa gleich haben. Dass jedes Auto die gleichen Lightbars und so hat. Jaja. Ich kann den Hauptserie machen. Ne. Dann mach mal ein bisschen neuen dann. Ich glaube er hat irgendeinen Backup Plan. Ich glaube er steigt gleich um. Ja. Sieht mir fast da noch aus. Soll er da gleich links rein und. Ähm. Oder? Manchmal. Aha. Oh. Oh. Aber da passt er auch durch. Meiner hat noch beide High Speeds dran und ein Kickup. Alter der hat gerade einen Move gebracht. Da musst du wissen wo du lang fährst. Der hat gerade den Moves des Lebens gebracht. Ich werde gerade darauf hingewiesen. Dass ich einem Brian Max Walker anscheinend zuschaue. Ein Walker. Noch ein Walker. Ja. Meiner ist Jimmy Walker. Sag ja. Es gibt so viele Walker. Und hinten ist auch ein Noah Walker in der Verfolgung. Sehe ich gerade. Hä? Wollt ihr uns alle verarschen? Oh die haben ihn einbaut. Und meiner fährt noch. Meiner ist am Start. Alter. Der ist da gerade raus gekommen. Gibt es mittlerweile Taschtuchemode? Noch nicht. Nein. Dann machen wir noch. Wie gesagt. Ich bin mal im Nutz. Alter war das gerade knapp. Ich muss sagen. Respekt. Er fährt gut. Er fährt alle gerade gut. Also auch hinten die Units fahren sehr gut. Auch der Charter hier unten dran. Das macht es gut. Von mir war gerade wieder so ein bisschen gedrängert. Ja du. Ich muss sagen. Die Jungs fahren richtig gut. Alle drei. Da vorne. In der Mitte. Und da hinten. Jetzt haben wir Probleme mit NPCs. Der hat ja Wege am Fahren. Die kenne ich gar nicht. Naja. Es sieht mir nicht so aus als hätte er einen Plan B. Ich glaube er wird nur abschütteln. Wir müssen in Zukunft wieder ein bisschen härter durchgreifen. Bei den Verfolgungssakten. Manchmal fahren sie echt sehr aggressiv. Bei mir. Also bei mir. Die fahren voll okay. Also wirklich. Nicht so aggressiv. Einmal dann hinten aus. Wir sind angestupst. Aber. Sonst. Also nicht mit der Absicht. Da sind halt hinten. Unabsichtlich anscheinend drauf. Aber sonst fahren die echt alle richtig korrekt. Also auch eher vorne. Oh. Das war schlecht. Kopfloser. Oder? Oh. Jetzt zündet er. Jetzt zündet er aus. In the way. Aber zieh durch mit dem M4. Da werden sich die Cops freuen und auf keinen, dass er aus gepatcht wird. Uh, 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 uh. Er ist eine Auszeichnung. Sehr, sehr stark. Ist ja op, ja. Vor allem weil die Cops das nicht nutzen dürfen. Ich glaube er hat sie abgegangen. Nein, nein. Aber jetzt. Jetzt wird er langsam. Rose ist noch dran. Er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn gerade rausgeschaltet. Oh mein Gott. Er hat ihn zu sehen. Den Kopf gerade. Oder? Ich glaube jetzt meiner hat sie abfängt. Meiner ist noch dran. Alles hinten. Aber er. Er struggelt gerade echt die loszuwerden. Muss ich ehrlich sagen. Das ist echt schwer. Vor allem hinten den Simi kriegst du nicht los. Aber ich glaube er hat keinen Plan B. Weil er fährt und probiert die ganze Zeit sie abzuschufen. Das klappt einfach nicht. Ich würde ja eher interessieren. Ob der. 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 doch aber ich war habe mich nicht schnell genug versteckt da weiß ich nicht was mit dem passiert ist ja keiner verfolgt die haben die versteckt die sind weg mit der limo naja er voll das ganze bedienen dass ich gerade aber wie gesagt bis jetzt die fahren echt fair wir halten viel abstand zu ihnen also muss sagen ich war echt fair die kopf bei uns hätten sie bei mehrheit ist schon wegkauft man merkst du die unterschied das ist es kommt auf die fahrer an oder die machen auf abstand die der fahrt nicht zu hinten drauf also wenn er bremst fahrnehmlich hinten rein ich fahre jetzt die höhls hoch wir haben eine über mir waren die sind einmal voll vorne reingeschnitten nein der eine kopf hat den anderen gerade angefahren wird zu überschlagen nein der arme zwei chargers haben sich zusammen sich die charger gegenseitig ausgeschalten so gesehen jetzt ist nur noch das zivik dran und das also dass das passiert die kopf die bitten sich selber aus dem leben das ist leider das traurige das ist so traurig gerade für den aber geflippt einfach ein zürcher die verfolgung bei mir war auch schön manchen stellen war halt wo man sagt das würde man in echt so nett machen aber das ist nur noch der neue walker hinten dran also in seiner stelle würde ich jetzt zum beispiel bei 1 zu 7 hätten jetzt gesagt wir machen straßensperre bauen auf und ballern den schädel weg da wenn er da so vorbeifährt und allein im auto sitzt könnte man machen so weißt du so hinterhalt aufstellen oder nagelbänder ja oder nagelbänder auflegen ich glaube der will so lange wie möglich der will ich glaube ich keine minute mehr glaube ich ne wegen dem tank meine ich jetzt weil sein tank wird langsam leer glaube ich also entweder er steigt jetzt um oder sie legen dem anderen irgendwie irgendwas auf den boden weil der Zivik den kriegst du nicht abgeschüttet das hinten dran der fährt ja ja da steht der andere das war da bei mir der was nicht kommen oder der Dustin holt ihn ab das kann auch sein Mike fliegt auch drüber jetzt hat er abgebremst sorry und da kommt wieder die der charger dabei der den anderen vorhin gepittet hat ja ja sicher der wartet auch schon da wir schon offen hat die tür das war nämlich der flugfahrer von mir ja aber schön dass sie das selbe fahrzeug nochmal nutzen das ist schön dass sie nicht irgendwie p1 oder so ausgepackt haben so noch nof ich fand auch schön von dem kopf dass die jetzt direkt reingefahren sind probiert die türen um jeden oder weggerammt haben da alles ja warte du hast zeug ne da gäbe jetzt welche die werden jetzt in den evo reingefahren hätten das auto reingeschallert die tür blockiert und was auch immer ne fand ich gerade schön also bei mir sind sie nicht so aggressiv oh der ist übernagelbänder übernagelbänder das war es jetzt für ihn das war es jetzt ich hab ich hab zwei Reifen nur noch das war der smith da vorne der legt sich übernagelbänder das war gut das war gut siehst du smith legt immer die nagelbänder der macht das auch echt gut das ist ein nagelbantleger oder ne ich hab drei vier Reifen hab ich noch smith ist immer so der Taktiker der fährt immer irgendwo voraus bei mir liegen wir links ein bisschen tiefer oh der Arm alter nur links aber die hab ich auch nicht sehen die waren richtig ich auch nicht die waren gut platziert ich weiß zum Beispiel was der Brostock macht dazu ja was passiert mit meinem Auspuff und vorne so reindrehen der brett ja ich hasse dieses vorne reindrehen aber es bringt sich nichts weil die Leute verunfallen nur es bringt sich gar nichts oh R1 ich hab einen Platten plus R1 aber Cops sind recht stark muss man schon sagen mit dem Platten da gerade die R1 würde ich zum Beispiel abziehen würde ich auch machen das ist zu viel weil die hab ich zum Beispiel auch gemacht dass man die nicht primär für Verfolgungsjagten nutzt das ist die Nachschneider weil die ist jetzt auch echt die hab ich eher schneller gemacht aber nicht weil sie jetzt die Autos verfolgen sollen weil sie den anderen Hubschrauber den Volatus nachfangen sollen weil der halt schneller war ich muss sagen wir hatten auch egal welche Autos wir hatten die letzten Zeiten wir hatten immer R1 über uns immer ja das muss ich auch mal wieder sagen dass sie den nicht für Autos verfolgen sollten du sollst dich wenn dann auf Backup halt wenn sie irgendwo umsteigen oder so aber dreh nochmal und fahr Richtung Casino ja verfolgen der hat eh schon schon der hat eh schon am Plan ja ja er hat eh schon keine Chance mehr gefühlt so er muss eh schon strugglen wenn ich da sage halt hältst du an und lässt mich raus mir kommt vor je weniger du Chance hast teilweise dann desto aggressiver wärst ich kannste noch erinnern bei uns im Daikern wo wir vier Platten hatten ja ja fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter schau wie sich wegschall an die Klop ja hier ich will den rauslassen ich will den rauslassen komm komm Jimmy 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 ich glaub er hat nämlich ihm die ganze Beute übergeben gerade im Auto ich glaub deshalb bringt er Zweck um die abzulenken und er fährt weiter ist gar nicht immer so eine schlechte Idee sie werden getasert 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 gerade richtig gut ich glaube er kommt sogar weg wenn er das glück hat schafft das alter also er war richtig weit das machte was macht das nicht drehen ohne das war es jetzt das war es das war es das war es das war es ja erst tot das war es jetzt der arme brie jimmy walker ist dass den hat nur immer die kopf zum arsch als mit dem aus nicht weg kommen ja ich schaue zu warte wie heißt er das denn dass den punkt ja gibt einfach das aber was aber weißt du das war das war dumm hätte er nicht geschossen hätte er weiter rennen können und hätte sich vielleicht noch verstecken könnte irgendwie haben also wäre letztlich vom rücken aus erschossen worden doch doch er war wirklich weit weg von denen und hätte er sich aber richtig weit aber das problem war er hat geschossen hätte er nicht geschossen hätten sie mich den rücken hinten rein weil er vielleicht mit bisschen schmack ist weggekommen schade ich hätte es ihm gegönnt weil er hatte was hat mit der glock 17 mit schalldämpfer geschossen zwei schuss irgendwo hin warum auch immer bei einem kopf mitgenommen nein eben nicht irgendwo geschossen er hat schon richtung kopf geschossen aber es war so unnötig weil er hatte 34 kopf hinten dran aber er ist so weit gelaufen der muss nicht mal gecheckt wo er genau war und ja ich habe noch er ist ja auch der einzige der noch der liebe sie geht aber das war der mit der limousine der ist weg der andere da auch die beute frage ich mich ja warum und er hätte offroaden können eigentlich fällt mir gerade ein ja ja aber aus pro da kriegst du eine pack die muss echt langsam sehr standard gta auto er fährt maximal 120 oder so oder 150 150 sogar schätze ich oder bist du Bei der gibt aber auch alles, der gibt 100% gerade mit den Platten vorne. Musst ja. Ja. Bei der Börse tust du es nicht. Oh, das war ganz schön knapp gerade. Ja, noch schnell. Das war Edin gerade, gell, in weißen Mustern. Wie da? Edin ist in weißen Mustern, oder? Ja, ja, Edin. Aber das war gerade richtig knapp. Wir haben fast hinten drauf, aber volle Karne. Der arme Router, dann Civic. Der hat die R1. Alles, Alter, der hat alles. Und dann ein M4, das ist traurig. Ich finde die R1 nur unten. Ja, ja, das ist das gut. Die Autos unten finde ich hier cool. Wir gehen ihn wieder auf Karamboulage. Oh. Der hat ihn gerade richtig eindreht, hast du gesehen? Ja, ja. Aber der ist immer halt auch rein gezogen. Wollte halt abbiegen. Aber der hat einen Sian. Ja, die holen nun mal progenzieren jetzt gleich ab. Ja, aber die sind zu zweit da drin, ne? Ah, dann nicht. Dann nicht. Ah, noch ein M4. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt bauen sie ihn zu. Jetzt bauen sie ihn zu. Das war's jetzt. Das war's. Ja, das war's. Ah. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt schießen sie auf die Reifen. Ah, ja. Ich will direkt schießen, Alter. Ich will doch einfach nur fahren, Mann. Aber warum schießen? Äh, das ist mittlerweile beim dritten Mal umsteigen oder so, fangen sie an zu schießen auf die Reifen. Ich will einfach nur fahren, jetzt habe ich keine Reifen mehr. Ich raste aus, ohne Witz. Das ist nett. Ne, das ist aber interne Regelung. Irgendwas haben sie neu gemacht. Wenn du umsteigst mittlerweile, greifen schießen, weil es zu lange braucht. Wie da jetzt gerade. Er ist jetzt mittlerweile das dritte Mal umgestiegen, glaube ich. Fahr einfach weiter. Und wenn er dann eingebaut wird und die steigen schon aus und er probiert sich raus zu tun und braucht zu lange, dann können sie drauf schießen. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schlecht, wenn du ganz auf dem steigst. Kannst du mir einfach erklären, bitte? Was soll das mit dem auf Reifen schießen, Alter? Ich wollte doch einfach nur Auto fahren heute. Ich habe nichts gemacht außer Auto fahren. Ich wollte doch einfach nur Auto fahren. Ihr müsst es wieder versauen. Ohne Witz, deswegen komme ich nicht mehr aus dem Haus. Ganz ehrlich. Das ist nett. Es macht einfach keinen Spaß mehr mit euch. Das ist richtig Matt. Das ist OZ Matt gerade. Oh, er ist richtig. Er hat gesagt, deswegen kommt er nicht mehr aus dem Haus. Ja, ja. Richtig Matt. Komm, bringt mich einfach ins Scheiße. Endes, Alter. Oh, er hat sich aber richtig Matt. Es ist salzig, Alter. Salzig Treuer kann er rausholen. Ja, aber das haben sie, das haben sie gemacht haben, wenn die Leute so oft umsteigen. Und ich habe auch gesagt, du, ähm, wo wir mal im Funk waren, da ist jemand vier oder fünfmal umgestiegen. Ich habe gesagt, warum schießt er nicht mal auf die Reifen, wenn er schon so oft umgestiegen ist. Wenn sie in der Verfolgung dreimal umsteigen, ist halt schon, ja, da finde ich es okay. Beim zweiten Mal sei ich noch okay, da muss es nicht sein. Aber deshalb, ich glaube, sie haben in der Regelung intern was umgestellt, was das Reifenschießen betrifft. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es gerade fair, weil sie mir zugebaut, er hat probiert rauszudriften, weil sie hatten ihn ja schon, er war ja zugebaut. Und er hat probiert rauszudriften, würde jeder Cop auf die Reifen schießen, bin ich ehrlich. Weil sie hatten ihn ja. Ja, sind mir bekannt. Ich bin weg. Er hat voll recht. Ich finde, das ist ein Unrecht, Leute. Ich finde, die Polizei war, war ihm recht, da jetzt auf die Reifen zu schießen, weil sie haben ihn gehabt, sie haben ihn eingebaut und er hat sich alle Zeit weggenommen, stand dann da und wenn die Polizei aussteigen kann im Moment und auf die Reifen schießen kann, beim dritten Mal umsteigen, was die halt gemacht haben, dreimal anderes Fahrzeug switchen, dann finde ich, ist das noch okay. Beim zweiten Mal sage ich, muss nicht sein, aber wenn sie dreimal switchen, ist okay. Das Problem ist, das Ding ist, er ist das erste Mal umgestiegen. Er schon, aber es sind halt insgesamt, weißt du, sonst kommt der andere wieder und holt dann auch wieder ein Auto, um das geht es halt auch. Aber stimmt, er ist, er ist ja nie umgestiegen, er ist immer im selben Auto gefahren, das stimmt auch wieder, ja. Aber insgesamt, den anderen haben sie ja dreimal umsteigen gelassen. Also er hat insgesamt drei Autos mit Umstieg, glaube ich, so war das. Ich bin da bis, ich bin da bisschen zwiegespalten, so. Ich finde halt, wenn du so eingebaut wirst wie da, da steht halt ein neues Auto schon da und die Polizei hat eben die Möglichkeit, das jetzt schnell zu machen und er braucht halt ein bisschen dafür, ist ja okay. Da war es damals, da gab es damals, da gab es ja mal eine Regel, wo es halt, du darfst ja nur dreimal oder so umsteigen, ne? Mhm. Da war das nämlich dann nicht so. Wir können jetzt mal schauen, was die internen Regel dazu ist, aber sie haben was umgeschrieben, ich habe das gemerkt, weil wir letztes Mal… Ja, da gab es wirklich eine Serverregel, gab es ja da, fix das dreimal umsteigen dann aus ist. Ich rede jetzt rein so vom, äh, vom PD, was sie jetzt gemacht haben bezüglich Schießen auf Reifen. Da gibt es was Neues, kannst du eben mal schauen, diensternweise. Ist eh nicht im PCR die Dienstanweisung? Nur kurz gucken. Irgendwas haben sie neu gemacht. Das Problem ist halt, dass die, ähm, dass die Zivilisten davon nie was mitkriegen, weißt du? Die Dienstanweisungen, was sie dürfen und was nicht. Mhm. Das habe ich gesagt, was ich gesagt habe, dass wenn sie es ändert die ganze Zeit, das habe ich gesagt, das sollen wir alles ins Forum packen. Achso, da steht es ja nicht drin, warte, schau kurz. Aber irgendwas haben sie gerade erneuert, weil letztes Mal in der Verfolge hatten wir dasselbe. Ähm, der ist zweimal umgestiegen und da haben sie dann auch auf die Reifen schießen dürfen. Durften sie. Also irgendwas muss sich verändert haben bei der Dienstanweisung. Schauen wir mal ganz kurz rein. Das interessiert mich gerade selber. Ab, ab, ab. Und ich hätte jetzt auch lieber gerne die Verfolgung mitgeschaut, klar. Nein, um das geht es mir nicht so. Aber ich kann ihn halt auch verstehen so. Ich verstehe beide Seiten. Ja, beide verstehen. Weil wenn ich gerade so geile Verfolgung seit 20 Minuten habe und ich will halt noch einmal umsteigen und die ballern mir einfach so die Reifen weg, obwohl ich denen quasi ja nichts getan habe so, wäre ich glaube ich jetzt auch ein bisschen mad so gewesen. Aber stimmt, er ist ja nur einmal umgestiegen an sich. Er ist ja entkommen, dann hat er seinen Kollegen gerettet und jetzt haben sie dann die Reifen hingemacht und dann wollte er jetzt einmal noch rumsteigen. Plus man darf nicht vergessen, da hat er auch R1 und alles drauf. Das ist halt auch. R1 hat er drauf gehabt. Bei der ersten Verfolgung waren sie ein bisschen rübelhaft zu ihm manchmal, sag ich mal. Ja, ich schau mal kurz nach was da drin steht in der Dings, in der Dienstanweisung. Oh, wo sind die überhaupt? Wo sind die angepinnt? Ich finde die wieder nicht. Verkehrskontrolle, wo ist ja die Dienstanweisung? Die finde ich wieder nicht. Petrol ist das drin, oder? Ich finde da war es damals chilliger mit dem, wo man sagt man limitiert es auf drei- oder viermal umsteigen maximal, dann ist es so oder so aus. Aber wenn das im Rahmen ist mit dem dreimal umsteigen, da machen sie auch nichts. Weil dann kannst du dich so drauf einstellen, okay, das ist jetzt Fahrzeug eins, zwei, drei. Nach dem dritten ist es eh aus. Zwar damals kommt man vorher chilliger, aber so jetzt bist du halt mit dem Ungewissen, da schießen sie halt gleich, weil sie wissen, entweder unendlich oder wir beenden es. Am anderen hast du das halt absehen können mit dem Umsteigen. Hat halt bei manchen Plänen halt das durchkreuzt, wenn du halt dann zehnmal umstiegen bist. Aber wie oft kommt es vor? Gar nicht. Ah, da Vorschriften. Da muss es irgendwo drin stehen. Einsatz in der Stadt, Pflichten, Einsatz der Highspeed. Einsatz mit Fahrrad, R1. Wo steht denn das? Einsatz mit Motorrad. Weißt du, was man machen könnte eventuell? Man könnte mal eine Umfrage machen in der Community. Mhm. Ob sie, ob die Community es für das vielleicht feiern würde wieder. Wenn man das wieder macht mit einer Limitierung vom Umsteigen. Dafür lässt man das halt wieder weg, das Schießen. Und die ergeben sich halt wirklich nach, wenn sie dreimal oder zweimal verkackt haben. Na? Oder man lässt es halt so. Weißt du, was ich meine? In Relife ist es halt so. So kenne es ich halt. Aber ich finde es halt auch kacke. Weil ich will ja auch eine geile Verfolgung haben. In Relife ist es so, wenn du eine Verkehrsanhaltung hast. Und sowas hast wie da, wo halt weit und breit keiner ist. Da wäre jetzt nichts gewesen. Da hätte jetzt auch keiner irgendwo abprallen können. Und du schießt halt auf dem Reifen drauf. Machen sie es halt in Relife eigentlich auch. Also sie, wenn die mal wegfährt mit dem Auto. Und du stehst direkt vor ihm. Und er steigt halt um, er steigt ein. Machen sie schon im Armelanz auf die Reifen schießen. Aber für die Verfolgungsaktik ist es halt auch kacke. Ich kenne sie wirklich direkt. Ich weiß es nämlich nicht. Äh, ja. Gibt's. Es gibt auch. Es gibt Dashcam Aufnahmen von Cops. Wo du einfach hingehst. Und eine Verkehrsskontrolle machst. Und ich kenne es von so einer Frau. Die hatte sogar Kinder hinten drin. Muss ihr vorstellen. Kinder hinten drin. Und die ist dann abgezogen. Und der Cop hat einfach auf die Reifen geschossen. Und wenn sie weggefahren ist. Es ist halt, ja, ja. Es ist halt Amerika. Aber es ist halt Relife und, und Ding. Sollte ja der Spaß im Vordergrund stehen. Ich verstehe es. Schau mal, ich verstehe es, wenn wer drei, vier Mal umsteigt. Verstehe ich es. So beim zweiten Mal sei ich noch da eher nicht. Aber wenn die bei drei oder vier Mal umsteigt. Oder zum Beispiel. Was ich schlimm finde. Wenn du jetzt. Ja, direkt. Nach dem zweiten Mal umsteigen. Dann nochmal. Weißt du immer so ein bisschen Upgrade. Das hast du auf dem P1. Und dann hast du irgendwann. Sollen wir mal ein Pagani. Am vierten Mal umsteigen. Dann findest du okay. Pagani. Aber ich schau gerade. Wo das nur mal drin steht. Weil die müssen was verändert haben. Ich sehe es gerade nicht. Einsatz. Wo ist das mit Einsatz. Wenn du in einer Ding drin bist. In einer Verfolgung. Das finde ich gerade nicht. Aber genau deswegen meine ich ja vielleicht. Sollte man mal eine Umfrage wieder machen. Ob das von der Crime Seite gewünscht ist. Dass man halt die Umstiegszahl wieder limitiert. So wie damals. Aber dafür das wieder rausnimmt. Aber dafür ist halt Ende Gelände nach dem dritten Mal umsteigen. Beispielsweise so dafür. Dafür spart man sich halt dort dann den restlichen Scheiß. Das ist halt die Frage. Könnte man ja wirklich eine Umfrage machen. Ob das von Crime Seite vielleicht auch so wünscht. Weil ich sag halt so. Wie oft kommt ein Plan vor. Dass man wirklich maximal viermal umschießt. Das ist gar nichts. Weißt du noch wie wir. Dann steigst du noch zweimal um oder so. Weißt du noch wie wir einmal umsteigen wollten. Im Schnee. Wo sie uns viermal Platten geschossen haben. Ja ja. Grundlos halt. Aber da wurden wir. Der Unterschied war halt. Wir wurden nicht eingebaut oder so. Wir hatten eine Geisel und alles. Und wie wir weggefahren sind. Haben sie nicht geschossen. Ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man eingebaut wird. Und sich wehrt. Dass man dann vielleicht drauf schießen kann. Weißt du was ich meine? Weil er hat jetzt. Geister wirst. Er war ja. Er war erfolgreich eingebaut. Wo sie sind. Vor und hinten seitlich. Er hat halt sich dann mit einem Drift raus bewegt. Ja. Und dann haben sie geschossen. Ich finde das auch okay so. Das ist dann halt. Solange man sich irgendwie raus wehren kann. Bin ich in Ordnung. Weil es ja Leute gibt. Die dann teilweise sich 20 Sekunden da raus bauen wollen. Ja. Manche boxen sich halt frei. Das ist halt scheiße. So. Wenn sie vor, zurück, vor, zurück und so raus. Aber bei ihm war halt wirklich die Lücke. Ja. Der hat ja keinen Kopf jetzt eigentlich berührt. In dem Fall. Bei ihm war halt wirklich die Lücke. So. Ich finde es gerade nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal an mit Dings hier. Aber der war richtig mad, Alter. Der war so salzig gerade. Das ist der Grund, warum ich heute nicht mehr aus dem Haus komme. So. Machen wir mal das Ding. Müssten wir Tony Magnum sehen. Ja. Warum? Wenn er mad ist. Ruth van greift. Das ist Tony Magnum. Er ist jetzt aber nicht mad hier. Wo ist er denn? Schau mal. Es ist seine Jungs. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Warte. Ich tippe mich zu dir. Wo bist du? Du bist bei Tony Magnum. Gefangen im RP-Erleben. Ja. Ich will da hin. Wo ist es? Ruth van greift oder du dich zu mir boarden. Ja. Warte. Gibt es jetzt hier eine Diskussion? Ruth van greift. Ruth van greift ist Tony Magnum. Schau. Warte mal. Hat er einen neuen Charakter oder ist das? Ist das? Ne den hat er schon ein bisschen. Achso. Ich dachte gerade ernsthaft. Er ist mit dem Kartell da und regt sich auf, weil er mitgenommen wurde. Haben sie gerade nur in den Namen Scheiße gesagt? Nein. Mit Damm nochmal. Hallo. Gefangen im RP. Gefangen im RP. Warte. Was ist das? Natürlich. Das ist so New Kids. Gefangen in New Kids RP. Ach du Scheiße. Das heißt Ruth van greift. Ja, ja. New Kids. Hättest du jetzt erkannt, dass das Tony ist? Nein. Niemals. Das ist aber Tony Magnum. Heftig. Hallo. Ja. Wunderbar. Hab ich niemals draufgekommen jetzt. Gut. Ähm. Folgendes. Wieso wir sie anhalten? Ich dachte gerade, er hat sich mich verkleidet oder so. Weißt du? Wie viel von der Mafia gerade da ist. Alter. Doch. Ich wills sehen. Richtig heftig viel. So. Dann machen wir mal unser Dings fertig oder? Wir müssen unser Szenario. Wir müssen die Admins zusammentrommeln. Ja. Geh mal hoch auf dem Maze Bank Dauer oder so. Dann können wir nämlich quatschen. Wir können auch dort quatschen. Achso. Beim Szenario. Ja. Weil da ist gerade eh keiner. Weißt. Und dass wir uns da mal. Ich brauche auf jeden Fall ein Militäroutfit. Ich bin LAPD Detektiv. Echter Polizist. Ich schaue nur gerade wo es am besten aussehen würde. Ich glaube hier oben. An der Grenze vielleicht. Oder weiter hinten. Wir können es auch weiter hinten machen. Stimmt. Wir machen es weiter hinten. Hier. Können wir gut einen Zug entgleisen lassen. Hier gehen die Gleise so. Links, rechts. Da machen wir es. So. Ich brauche mal meine. Äh. Mein Outfit brauche ich. Ich muss noch irgendwo Militäroutfit haben. Nein. Alter. Also das Militäroutfit passt. Bin gleich wieder da. Ich gehe nur ganz schnell pipi. Bin gleich wieder hier. Bis in zwei Sekunden. Leute. Lassen wir noch mal ein Like da. Ja. Robert. Alle einen leichter lassen. Boah. Ich schaue, wenn man laufen soll. Ja. Ah. the final. Ja. Okay. Also da ήकen. s unterstrich m unterstrich marina margarine sm soll ich aufs fallschirm geben So, scho. So, Dalla. Ja! gut hallo hallo da bin ich wieder admins kommt mal alle her also das warst du ja da bin ich ja schon ja ja wo bist du da vorne wir sind wir besprechen da gerade also du warst da hinten bisschen weiter hinten hätte ich gemacht ja weil da der gleis so geht schau dachte ich wenn wenn wo was ein gleis dann da weil die gleise aufeinandertreffen das train wo bist du hier da wo die gleise ein bisschen weiter runter aber da sind so gleise die aufeinander treffen das ist realistisch ich habe schon zu sehen und ich habe schon zu sehen und gesagt dass die train und das ganze mal machen so wie ist denn der spawner davon train car vielleicht hallo ich bin der einzige der sich ein outfit gemacht hat alter wie wird es geschrieben da brauchen wir auch den flatbed dazu ne ja wir müssen die mal ready machen wobei wobei muss ich mal du kannst du kannst auch so stehen lassen lass es einfach so stehen safen ups mach slash save car oder auch nicht warte mach save car bei dem ding das ist nicht weg die spawnen ja leider nicht möglich derzeit aber passt schon der kann ja so ein geist sein weißt du vielleicht können wir denn irgendwie umschallern war da mal mit einem mit einem panzer reino ich helfe dir beim mithelfen hast du gut gemacht also wie hat es denn den gerade weg gehabt ich glaube das ist keine richtige collision wie es aussieht also keine weight collision das das gewicht ist nicht richtig hör mal ah doch jetzt ist es nicht der bug bei mir da komplett herum bei mir auch so aber so passt es jetzt oder würde ich sagen wir wollen wir wollen mal das ufer auf dem hänger hinten rauf tun aber warum auf dem hänger hinten rauf wo willst du es denn sonst hin tun äh das soll da einfach liegen das so aussieht als es wurde das ding äh weißt du es wurde ein gleis und das ufer liegt da ja was machst du mit dem hänger au ich will ihn gerade aufladen ne nicht aufladen liegen lassen liegen lassen ja ja es soll liegen lassen das so aussieht als wäre es ein gleis das ist ja der joke dahinter ja ja genau anhänger brauchen wir noch ein zwei anhänger das aussieht als wäre es ein gleis dann liegt da irgendwo ein ufer und wir werden uns absperren wie viele züge lassen wir da in gleisen na nicht züge noch anhänger dazu so zug anhänger die gibt es auch noch ah und die legen wir dann noch hin und dann tun wir da irgendwo ein ufer hinlegen dann sieht es so aus als hätte das irgendwie ein ufer transportiert der zug ok willst du die spawn machen mike schaut gerade jetzt bin ich gespannt oh perfekt warte ich spawner ein ufer drauf ja ich hätte jetzt hier noch einen drauf und dann auf den das ufer drauf achso ja 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 machen wir so naja ich würde ich würde noch mehrere so paar äh dinge hinstellen überall ja das sieht ja auch unrealistisch aus wenn der eine da oben ist ja ähm kannst du mal mit dem mit dem panzer dagegen fahren ja ja mach ich also macht andere funktioniert nein was wir aufhören alter du musst da rein fahren in das ganze konstrukt ja dass er bissl sich auflöst das soll aussehen dass wir uns wirklich entgleist ja so perfekt ja ich möchte mal wegschauen lassen jetzt nochmal den test ja also ich habe das runter kriegst ich hole das auch nochmal ah doch funktioniert funktioniert schieb noch an ein bissl ja 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 perfekt oi die wollen ja ineinander bleiben habe ich das Gefühl ok also ich helfe dir mal ein bissl ja 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 danke so jetzt haben wir es du Gott kannst wenig machen ja jetzt liegt das ding immer hin so jetzt sieht das echt aus wie das wäre hier alles ein Gleis das ist sehr schön und da hauen wir jetzt irgendwo nur ein UFO rein da in die Mitte oder so aufpassen ich spawne UFO jo jo okay das ist doch etwas größer als ich mir gedacht habe was will ich mit dem UFO machen ja es sieht halt lustig aus oder es sieht so aus als wäre ein UFO auf dem Ding drauf gelandet oder wir machen es mit Kampfjets dann hätte es so ein realistischer weil lass mich doch mal schauen wie das aussieht es sieht halt lustiger aus wenn da so ein UFO wenn da so ein UFO ist und wir stehen da und regeln ab und sagen hier ist nichts hier ist nie was passiert weißt du für ein Fun ja ich finde es lustiger mit UFO findest du mit dem Chat der andere hat halt mehr Realismus als du Kampfjets hast aber das ist halt langweiliger ich finde UFO lustiger aber das UFO ist halt nicht so schön ich glaube die Insel ist seit gestern mit Kampfjets eh geschädigt ja das ist UFO lustiger warte mal ich schau dass der anbleibt aber der ist UFO ist er angeblieben? ja ne Mann bleib an Bruder jetzt bleibt es an ja ne hä warum bleibt der nicht an? ich glaube es ist unmöglich dass der anbleibt gell? manche Fahrzeuge können das nicht ok warte jetzt sieht es gecrasht aus jetzt passt es jetzt sieht es gut aus sieht genauso als wäre es jetzt gecrasht jetzt müssen wir Homeland Autos und anderen Stuff hinbringen und dann noch das Ding zum Brennen bringen erstmal wie heißen diese also diese ganzen Militärfahrzeuge brauchen wir erstmal ja lassen wir kurz schauen 5M Car Spawn weiß jemand den Spawner von dem Militär Transport zufällig? ähm Sekunde ich schau grad auch nach Militär 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 ich wäre es nur wenn wir das weg sprengen na nicht sprengen ich finde so sieht es gut aus weil wenn du das weg sprengst das fliegt über alle Häuser weil das so leicht ist das Ding mhm dann ist es da wieder weg aber Feuer würde ich schon legen ne? Feuer können wir legen ja definitiv oh warte ich hab hier oh den könnten wir hin spawnen das sieht hier gut aus ich habe mal so einen alten ja ja die da und wir mal save K nicht vergessen save K machen ne bitte? äh slash save K dass die Sachen nicht despawn die Trucks die Trucks ich finde den Truck dich grad voll übelst geil das sieht ja richtig geil aus ey das aber wir brauchen jetzt nur so eine Straßensperre dass man da so nicht reinschauen kann weißt du? das ist ein richtig heftiges Militär Szenario bauen wir hier auf Weapon jetzt noch ein Rhino jetzt noch ein Rhino der noch steht noch einen ach so da das war's aber nicht das glaubst du was die Leute gucken wenn die das sehen alles oh ich hab das noch nicht verschlossen schreibt man das so oder? ich glaub lost ich glaub lost ja was suchst du denn? na ähm das salt 3 ja mit nur einem FK ja das sieht so falsch aus jetzt 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 hat jetzt wieder keine Munition seine Scheiße ich dachte mir immer RIFLE schreibt man nur mit einem ah hä ah mit zwei RIFLE? ne mit einem F ja ich hab grad gefailed das war so ein Riffle warte RIFLE alter ich lese gleich vor sorry ich such grad Autos raus ist gleich soweit weißt du was ist das so ein Black Hawk oder so ein Militärhubschrauber stimmt Militärhubschrauber noch geil wir haben ja ein oh warte so ein Militärhammer brauchen wir warte wir brauchen Militärhammer ich geh zu dem zu ziehen Militärhammer oh dat ding oh ja da kannst du glaube ich oben ausfahren sogar ich suche den Hammer wo ist denn der Hammer Militärhammer Dabster müsste das sein ne Dabster ja nicht Dabster wie heißt das Ding äh nicht Hammer sondern wie heißt das denn GTA ich kenne den Namen nicht ein ah Patriot ne so ist das Teil Patriot da gibt es nämlich einen Militärpatriot und Patriot 3 müsste das sein das müsste der Wagen sein oder ja das ist er das ist er ohne Militärlackierung da gab es nicht einen mit Militär da gab es nicht einen mit Militär da muss ich jetzt will ich umlackieren Was stehe ich denn da erstmal in schwarzen? Ich tue das schnell lackieren. Ich glaube, der musste noch lackieren gehen. Ja, 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 ja. Das sind jetzt ja auch ein Anbau-Teil, ne? Oh ja, hat er. Irgendlich ein paar Sachen an. So, jetzt noch, äh, was ist denn, Lackierungen? Primär, braun. Das hier. So, kommen wir zu euch. Ja, ja, sowas vorzubereiten ist nicht so easy. Oh, der hat so ein bisschen shiny dran. Ist egal. Oder soll ich das nochmal ändern? Oh, ist das Ding hochgegangen? Ahndl? Ich bin grad im Moment bei. Achso. Nur wie nix sucht. Jetzt geht's weg. Ich hab noch irgendwo so ein was das geil wäre mit Blaulicht warte den gibt es ja noch den habe ich eigentlich gesucht den haben wir noch und dann den wäre noch ganz heftig wenn ich den dazu stellen würde glaube ich ach komm gerade alle Autos suchen alles gerade durchsuchen das ist schon ziemlich gut was ich jetzt gerade habe an Autos Helikopter haben wir noch gesagt wäre noch gut zumindest stellen bestimmten Helikoptern insurgent war noch gar keiner da okay einer hat es schon mal gesehen das ist schon mal sehr gut wir gucken jetzt wird es gleich Abend ne ja passt ich würde es nämlich am Abend erst machen dann sieht es besser aus so ich komme jetzt wieder jawohl wir haben das schon echt viel aufgebaut jetzt also das sieht jetzt echt schon heftig aus ich habe die Atmungquelle hinten gemacht ach du weigel das ist viel gell ah da ist der Hubschrauber ja den habe ich gesucht ja der dann sitzt drin ich glaube jetzt habe ich alles sollte mir vielleicht noch so Absperrungen machen wenn nicht schlecht ich stelle dir mal so ein Zelt auf Kommandozelt so ein Licht ein großes weißt du was noch fehlt ein Cargobob findest du den kannst du da auch nicht hinstellen oder zu kann man sich ich glaube es ist das Ufer mit dem Cargobob wegziehen na es ist nämlich explodiert ich glaube nicht na es ist schon explodiert ja ja ich stelle da gerade so Lichter auf das sieht es am Abend richtig heftig aus weil ich warte noch bis Abend wird und dann würde ich den Einsatz starten ich habe jetzt so drumherum so Lichter aufgestellt ins Ufer rum na schau mal der Cargobob ist bestimmt geil da ja doch sieht gut aus wenn er da steht ja die Lichter oder falsch einmal Lichter drumherum so also hier ist nie was passiert dann sollten wir nur noch Waffen holen oder können wir das so richtig geil ne umstellen so ein bisschen wie der Helium fliegt dann würde ich halt sagen Feuer legen sobald die Sonne untergegangen muss und dann geht es los was wollen wir noch äh GIF Weapon ich mache auch noch so ähm meine Bomben kannst du machen eigentlich ja Weapon ähm wie heißt die eine Rifle nochmal? Advanced? oder ich habe das Assault Rifle aber ich glaube es gibt das Advanced auch ja das ist einfach AK-47 ne ich brauche keine AK ich brauche äh die andere die hatte ich vorhin die AOG das ist die Ryan Miller so der sieht es schon der ist schon komplett fertig ich gehe mal in die B-Funk hinten rein das war die Advanced Rifle heißt sie der Ryan Miller ist schon komplett fertig schaut er schon ja Ufo Absturz äh in in Train besser geht es nicht so das heißt jetzt können wir ein bisschen warten so schaut jetzt das Szenario aus ich glaube das ist perfekt jetzt jetzt warten wir noch bis die Sonne untergeht dann legen wir Feuer und dann geht es richtig ab hier dann ich weiß ob die Polizei auch verständigen die kommen ja glaube ich von selber glaubst du die stehen ja da schon oben auf der Brücke echt aber die haben einen Einsatz gerade ah das ist so ein Einsatz für dich gerade an tja Supportanfrage Gibt es irgendwas was vielleicht die Räusche macht so ganz komische ne da gibt es nix was man hinsetzen kann schau da hinten äh schwarze schwarze Ding steht da hinten dreht grad um er zieht halt älter aus wie so Militärstützpunkt gerade voll geil vielleicht noch ein paar Sachen aufstellen kurz schauen ein Warnschild vielleicht ne ok Road Closed ich könnte Road Closed machen aber ist auch kacke große Barriere vielleicht da ein paar mysteriös riecht es mysteriös hier so jetzt haben wir es gleich die Lampen gehen schon an langsam oder unten ja weißt du wie geil das am Abend aussieht wenn dann die Lampen da flashen von allen Seiten ja ja und wenn es brennt hinten wir können auch Nebel anmachen machen wir mal Smog oder Foggy Foggy mach mal noch ein geiles Felder dazu und dann oh ja alter schau wie geil das aussieht sieht jetzt richtig mysteriös aus oh ja alles schaut mit NVE geil aus sollen wir noch warten es ist gleich nacht es ist gerade ja um 22 Uhr ist bei mir meistens komplett dark um 22 Uhr geht es dann los was ist das so richtig geil ja mal warten du musst einfach nur noch einen Alien spielen der da drin ist hehehe theoretisch kriegt WV ob er ein Alien ist das ist ja noch geil das macht er sicher irgendwie ja Matze wir sind immer gefangen in der Tee jawoll ich frage es ist Matze willst du ein Alien spielen? wie bitte? ob du ein Alien spielen möchtest ob ich Alien spielen möchte? ja du kannst da unten stehen als Alien wenn du willst mit so einer Railgun oder so kann ich machen ja haha ich glaube das ist bis jetzt das heftigste Szenario wir könnten wir könnten ist FD gerade außer Dienst gegangen? nein nein ist noch da ist noch da das wäre schlecht FD steht aber noch da Mike da oben flingsigert mit nem Hubschrauber ja leg Feuer kannst schon anfangen jetzt wird es da dunkel ja was soll ich machen oder machst du? na ich mach schon ok gut Achtung bitte halten sie sich vom Steinbruch entfernt es besteht Lebensgefahr das sind wir andl da oben steht schon einer der schaut nur eines? ok ich leg dann auf gespreadet ok ah du spreadet ok na ich ich tru da an verschiedenen Orten weißt mhm boah das sieht echt geil aus und zu viele Feuer machen Problems das ist auch geil das Alien Fest nehmen das Alien Fest nehmen das Alien Fest nehmen ja zu ne eigentlich könnte man auch Homeland hinstellen für so ein Fall weißt es ja so gesehen ja aber mehr Vibes so irgendwie ja ja zu mehr Vibes warte mal wo könnte ich noch ein Feuer eigentlich hinlegen jetzt soll ich so die Nähen Sachen da da unterhalb setz ich noch eins ein ja man sieht jetzt auch gar nicht dass es erstmal ein Ufo ist das ist halt das geile ich hab das Ufo aber das nebelt bei mir komplett ja mir auch vielleicht kann jetzt noch so was war das ich Alter was war das ich alter ich war mit dem Auto da ich war mit dem PD funken da ich frage mich ob die wirklich gerade äh wo aus dem Dienst gehen wollen das müssen sie anfahren das ist geil irg irg ja äh irgendwie müssen wir die noch sagen ja äh irgendwie müssen wir die noch sagen sie müssen sie müssen sich sputen Militäreinsatz ja ja ich glaube es nicht ja schau es ist mir die ganze Vorbereitung besorgt hier für das FD ja 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 ich f Umm ich sag denen kurz bescheid gell ja 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 Dieser Blick gerade. Kannst du uns jemanden Dispatch schon mal schicken an die? Soll ich den Dispatch anders schicken? An das FD. Ja, kann ich machen. Machen wir mal. Dispatch, FD. Ist ja die Frage, ob sie das nochmal anfahren. Das ist jetzt echt. Ja, ich stehe da im Krankenhaus quasi im AP und sage dem Bescheid. Das wir bringen die Hilfe noch von denen brauchen. Das ist der höchste dort nämlich. Wir brauchen hier ihre Hilfe. 5 vor 12 glaube ich heißt der Mike. Ich habe jetzt mal ein Dispatch gesendet. Ich habe geschrieben US Army hier. Aber es sieht halt wirklich aus wie so ein. Wie Area 51 so ein Abschluss. Oder wie Roswell. Was passiert? Das sieht genauso aus alter. Das ist so eine Zeitschrift. Wir sollten vielleicht die Straße sperren. Ich glaube ich sperre da nochmal die Straße ab da unten. Irgendwann. Eine Schlage. Ich gebide mich. Ich glaube, das ist ein ganzes Mal. Wie ist das? Wollte mich so schön. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Wollte mich. Ich bin da hinten. Kleiner Stützpunkt hier bauen. Wie heißt das Ding? Insurgent, ne? Die kommen. Ich habe im RP gerade gesagt, wir sind hier in Mission des Staates und so und das ist ja dringend Herr Fim, weil ich wusste seinen Namen und so, ne? Das ist quasi im RP so gespielt. Ich stecke hier gerade noch ein paar Stützpunktautos auf. Oh, die bleiben nicht an. Die kommen auf jeden Fall. Das Licht muss anbleiben hier. Die Matze oben steht am Ufo. Halbe Herzinfarkt und die kommen. War ich das Feuer noch voll da? Bei mir ist es noch da, ich sehe aber die Rauchschwaben. Okay. So, ich steche hier nochmal die Dings auf. Ich steche hier, oder? Ich steche hier nochmal die Dings? Ich steche hier. Ich steche hier noch mehr. Ich steche hier. Was los? Guten Tag Komme ich irgendwie da hinten rum? Sie können da wieder rüberfahren Also hier, return, da steht auch Schild Na links, wieder zurück Zurückschieben die Kiste Ja, ja, alles gut Einfach da zurückschieben die Kiste Da, da ist, da kannst du rausfahren Wie schaust du denn? Hoffentlich sieht man das weit genug Tanks mal Wir könnten hinten auch noch absperren die Straße Ja, kannst du Ah, also ist schon gut abgesperrt Ja, ich finde die Seite ist besser Weil die andere kann schon weiterfahren, weißt du Passt schon Das sieht schon heftig aus So was haben wir noch nie gemacht Aber es ist definitiv, selbst dort unten gerade jetzt Noch mit den ganzen Autos, wo es Licht an ist So im Dunkeln Geil Dann scheppert es auch noch Oh, da kommt der nächste Alter, da sind wir gerade gefangen im RP Wir sind gerade sicher halt gefangen 87 likes und sehen die Akkus, Alter Rein da, das schaff mal Oh, da kommt wer oben Ach, die kommen Der fährt da lang Ich sperre gerade die ganze Straße unten ab Da können wir da oben eigentlich auch absperren Da fehlt noch eine Absperrung In beide Richtungen Ja, ja, ich tue gerade auch absperren Weil da von der Autobahn, von der Gegenfahrbahn Siehst halt voll rein, was da wirklich abgeht Ja, ja, aber kann, kann wir machen Man müsste eigentlich so quasi ab dem Wal-Mart Müsste man komplett sperren, dass man nichts sieht da drüben Das hat da zu viel Aufwand, da wird nur die eine Seite gesperrt Ja, ja, ich meine nur Ich schmeiß ab und zu eine Bombe, das wirklich knallt Ah, Weather wird wieder anders, ich mach wieder Foggy Der stellt sich sonst immer um, vom Foggy Ja, das schaut aus Wo ist jetzt das Foggy Weather, wo ist das jetzt? Ah, da kommt der wieder, passt So muss das nämlich eigentlich aussehen Ist das Miner hier vorne? Ist das durch Miner? Ja Weil ich hier mal ein bisschen streife und guck Guck Guck, wie er sich zurückgehält Wie er zurückdreht Ich feier das gerade so Ich glaube das war echt, das war echt die geilste Idee, die wir hatten mit dem Ufo und so Ist echt geil Oh, da will sich wer vorbeidrängeln, da will sich wer vorbeidrängeln Da drängeln sich wer vorbei Nein, der dreht um, der dreht um, der dreht um, ja Ich schmeiß wieder Bombe Schau, wie es alle schauen, da oben auf der Brücke Na ja, stimmt's Na ja, stimmt's FD, verdammt Alter, mach ich den auf Schaffen die das so runterfahren? Wir schaffen das schon, ja Stimmt, da stehen sauviele Leute auf der Brücke Wird halt aus, dort wie Armageddon Polizei ist auch gerade eingetroffen Oh, die haben den Verfolgungsjagd am Laufen, der kommt auch nicht weg Aber das ist, ey, das Szenario hatten wir noch nie So ein riesengroßes Ding Oh, jetzt wird's langsam wieder Tag Die Leute müssten sich drüben beim FD positionieren Dass sie die abfangen, weißt Guten Tag Darf ich mal fragen, was sie hier machen? Das hat sie nicht zu interessieren, was hier gerade abgeht Warum nicht? Das hat sie nicht zu interessieren, was hier abgeht Naja, wir sind, also wir sind das LAPD Also, und das ist ja Können sie, können sie das erkennen, was da hinten ist? Nö, ich sehe, ich sehe nur irgendwas Qualm da hinten Ja, und darum kümmern wir uns Okay, und Sie sind? Äh, Oberoffizier Schnapsler Von was? US Army US Army, okay Ja Wir kommen nur raus, sonst brenzlig wird, jetzt kommen wir nicht Das ist gerade eine sehr, sehr brenzlig Situation Wir müssen da alles absperren, was geht, wie Sie sehen können Okay Ist das dann irgendwie so ein Ausweis der Army oder sowas? Das muss ich Ihnen nicht geben, denn dann müssen Sie mir Ihren Ausweis zeigen Ich verstehe Sie gerade ganz schlecht Ich habe gesagt, ich würde halt nur ganz gerne wissen, dass Sie hier wirklich von der Army sind Entschuldigen Sie, sehen Sie, was da für Autos stehen? Ja gut, aber die können ja auch groß geklaut werden Glauben Sie, der Kampfhelikopter da oben, der ist geklaut Achso, ja, den sehe ich jetzt erst beispielsweise Ja, wir haben hier auch Panzer stehen und wir haben hier mehrere Also hier sind ein bisschen die Brenzligationen gerade Okay, alles klar Ja, sehr brenzlig Gut Gut, ich wünsche noch einen schönen Tag Ja gut, ich fahre mal weiter Ist da oben auch abgesperrt, deswegen ist es von da keiner kommt? Ne, ne, da oben ist nichts abgesperrt, alles gut Gibt immer ein paar Schaulustige, da gucken, was da los ist Also mit dem FD am besten, wenn das Alien schlägt Okay Gut, danke Dann viel Erfolg, ciao Dankeschön, wie Ihnen auch Ey, was machen wir mit dem Alien? Wie machen wir das jetzt? Das FD ist da und wir haben jetzt gehört, was die Lage ist Aber wir müssen den festnehmen Alien steht ja hinten Festnehm ich mal den Ja, das ist es Ja Das LAPD ist man FD soll so lange halt warten, ne? Ja, ja, wir nehmen die halt so fest und dann ist gut dann Ich habe eine geile Idee Was denn? Ich fliege mit dem Kampfchat drüber, mal so Weiß Mit dem Kampfchat stimmt, machst du Kampfchat drüber Das macht Das Geile ist, dass es vernebelt ist, dass die Leute da kaum was sehen können Ja, bringen wir das langsam zu dem Ende Also du fliegst noch mit dem Kampfchat drüber und dann, was machen wir? Ich raid da mal rein Und dann müssen wir, ich habe gesagt, das FD kriegt dann von mir Bescheid Sobald wir die Gefahr beseitigt haben Weil ich kann es nicht, weil er schießt Ja, ja, auch machen wir das so Alter, was ist das für ein Chaos, die halt ist, ne? So, ich komme jetzt mit dem Kampfchat Schießt du von oben runter, oder was machst du? Na, ich glaube, das wäre zu much Ne, das wäre zu much Weißt du, was ich ihm gesagt habe? Glauben Sie, wir haben uns die ganzen Fahrzeuge aus dem Arsch gezogen, oder so? Eigentlich haben wir das, ja Ja, ich komme gerade drüber Alter, wie geil Ja gut, dann nehmen wir den mal fest irgendwie, oder? Vielleicht schauen wir mal Vielleicht gehen wir mal zu Bajeloni, wir nehmen den jetzt fest Können wir probieren mit dem Kampfchat Ganz, ganz halb drüber, oder was? Nehme ich näher Ja, ja, ich habe die Hydra, ne? Ja Kannst du jetzt so hovern dann gleich Und dann nehmen wir den fest Ey, Kollegen Ja Ich würde sagen, wir nehmen gleich das Alien fest Die Hydra hovert nochmal drüber Und dann Schau mal genau Dass wir den jetzt mal festkriegen Wir probieren den festzukriegen, ohne dass wir ihn umbringen Auf geht's Ja, da kommt der einfach mit dem Fallschirm rein What the fuck Wer ist das? Alter, da der Pull Ach, das ist ein Ding Das ist ein, äh, der F-Dealer Nehmen Sie die Hände nach oben, wenn Sie mich hören können Ich könnte euch auf der Tragfläche hochtransportieren Nehmen Sie die Hände nach oben Zeigst du mir grad den Mittelfinger? Okay, das Alien weiß, dass das ein schicke Finger hat Das ist super Alles gut Wir wollen ja nichts Böses Wollen ja nichts Böses, okay? Alles wird gut Alles wird gut Oh, ich hab keine Handschellen Wird auf den Job Nö Nö Ich hab ihn, ich hab ihn Jetzt muss einer Bescheid geben, dass, dass die Gefahr mal beseitigt Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Commander Wir müssen in den Hubschrauber Wir müssen in den Hubschrauber Nicht in diesen Wo, 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 welcher Hubschrauber? Der mit den Kanonen Der mit den Kanonen, ja, wo ist er da hinten? Schnell, dass die Medien keine Fotos machen Das ist geil Wir fliegen jetzt mit dem Hubschrauber weg Mit dem Alien hinten drin Schnell rein da Up in die Militärsbase Okay Alle drin? Ja Check Flieg nochmal schön drüber Alter, von oben sieht das ja immer noch heftiger aus Scheiße, Mann, wie das aussieht hier Warum hat der Warum hat der Alien Lusandos-Tattoo hinten dran? Keine Ahnung, Mann Der 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 ist ein Fanboy Okay, knall diesen Ufo ab Macht's kaputt, Jungs Was ist das denn so schön kaputt? Heist drauf So, wir nochmal drauf, okay Feuer, frei Warte dir Wir schießen auf das Ding Und jetzt fliegen wir weg Okay, up to base Wir fliegen jetzt to base Wir haben das Alien Aber sowas hätte ich echt kein Militär auf Ehre Oh, wenn ich solche Sachen sehe Stell mal vor sowas Ja, das muss halt jeden Tag sowas sein Ja, ja Aber theoretisch Stell mal vor, wir machen ein Script Wo du wirklich einen Ufo-Absturz hast Und musst du wirklich mit Militär hinfahren Und das absichern Wäre schon cool Oder halt so Mit Ufo würde ich es jetzt nicht so fühlen Na, aber halt so mysteriöse Sachen Oder zum Beispiel auch Ein Chat kann ja mal wo abstürzen So US Ja, ja Das würde ich so Oder Oder zum Beispiel so ein Wie es gerade in den USA war Dieser Überwachungsballon aus China Also was ich meine Und den musst du abschießen dann Der würde Gesicht Den musst du runterschießen Das wäre geil Es gibt ein Modell dafür Für GTA So eine Überwachungsdrohne Und die musst du dann runterballern Das wäre schon geil als Script Dann bist du beim Militär Und musst du dich um solche Sachen kümmern Weil dann hätte das Militär auch irgendwie den Sinn Wenn du dich um solche Sachen kümmern musst Richtig geil Okay, wir sind da Gut, da bringe ich das Alien mal dort Wo es hin muss Na Hause Ah, nee, nach Hause Die kommen jetzt mit einem Löschhelikopter Du kommst jetzt nicht nach Hause Du kommst jetzt dorthin, wo du hingehörst Wo ist dein Matze Matze, das Alien Was gehört, die kommen jetzt mit einem Löschhelikopter Voll geil Ja, ich komm gleich rüber Ich muss noch schnell Matze wohin bringen Matze Ist ja unglaublich, dass du Dass du so eine Scheiße baust Du sollst wieder menschliche Gestalt annehmen So wie wir es ausgemacht hatten In der Area 51 Entschuldigung Menschliche Gestalt Und nicht mit dem Ufo rumfliegen Du weißt, was passiert Genau so was passiert dann So weiter Dann gehst du da nach hinten Ziehst dich nochmal Wie ein Mensch an Und dann passt das Na Hause Na nie nach Hause Ziehst dich jetzt um Ist ja unglaublich sowas Unglaublich, Mann Was hat er gesagt? Was ist ein Fanboy? Ja, er ist ein Fanboy Und er will nach Hause Aber sind wir ja zu Hause Und am Arsch hat er los Handtos Genau Am Arsch hat er los Handtos Oh mein Gott Ja Solche Aliens hab ich noch nie gesehen Ah schau da ist er wieder Servus Servus Buongiorno Comandante Sie dürfen nicht wissen, dass Aliens unter uns sind Das dürfen sie nicht wissen Ach so Ja, wir müssen zurückfliegen Die machen gerade fetten Einsatz mit Löschhubschrauber Das schauen wir uns an Darf ich auch mal Helicopter fliegen? Ich hoffe der steht noch da Sonst kriege ich einen Anschiss vom Ich bin zu langsam Wobei wir können uns auch alle in den Chat nehmen Wobei das ist etwas zu viel Aber stell dir mal vor Jeder mit dem Chat Fliegt immer drüber Wer schon will Wir machen es mit dem Chat Ist dann viel wilder Richtig geil Mir kommt es doch mal mit diesem Chat, gell? Jo Ey Hops Wir werden noch warten, alter What are you doing, Hops? What are you doing? Ey, wie krass das aus Mit den Chats Boah Weißt du, dass du dich halt auch so schade auf RLU Dass du halt kein Chat fliegen kannst Ist ja auch mal geil Ja, du kannst schon Aber keine Kampfjet kannst du halt fliegen Ja, ich meine das Kampfjet Das ist schon cool damit zu fliegen Ja, es ist geil Es gibt halt zum Beispiel auch so kleine Chats Die halt unbewaffnet sind Ja, weil nicht die großen Sieht halt geil aus Wenn du damit rüberfliegst Über Sachen Ja, es gibt so einen Kampfjet Der nur ohne Waffen Hä, das gibt's Wenn der gleich groß ist Wie der Laser Ja, halt so ein Dann müssen die Kampfflugzeuge einfach einfach in den Waffen Haben, was ich halt nicht geheißen Ich muss noch aufpassen, weil der Bresch-Hutschrauber ist irgendwo Ja, besser Ja, besser Ich bliege da auch noch mit Ich kann dir den zeigen Warte mal, ich hole mir so ein Chat Ich glaube, der ist nämlich kleiner Komme ich vor Ja, der ist schon ein bisschen kleiner Aber jetzt ist es so gut Aber er ist ziemlich klein kleiner Ja, jetzt wollte man ausweichen Finde ich zum Spaß Was du damit für ein Manöver fliegen kannst Das ist halt echt hart Hart-Hefti ist das Schau mal Wer bist du da Ja, wir fliegen da gerade im Chat rum Ganz entspannt Ich auch Das bin ich, das ist meiner Hinter mir Ich will nur noch landen damit irgendwo Bajella Ich brauche eine Landzone Am besten auf der Autobahn landen Ist eh gesperrt Wir können ja nicht landen da drauf Hälber dazu ein Dann fliege ich aber nochmal zurück Nee Es ist gar kein Gas gehen mit dem Ding Ich fühle mich fast wie von selber Ich probiere mal zu landen auf der Autobahn Sollte eigentlich gehen wenn ich das richtig mache Ein bisschen langsamer angehen das Ganze Genau Und jetzt Hier hat es einen Spaß Oh ne lieber nicht Die Kurve da ist mir zu kurz Zu kurz Das geile ist du kannst den Laser fliegen ohne Gas zu geben Das macht voll Spaß Kannst du ein bisschen havorn damit Aha Wer visiert mich an da hinten? Naja, wer von euch tritzelt will mich anvisieren Also nur schauen wie wir dieses Ding wegbekommen Alter Huch war das knapp Das fass in Bajella rein Die Hydra Also ich war geiler Dann noch ein Flugzeug Zu zusammenkraft Das wärs noch Oder irgendwas Linus Ich weiß ganz nicht was das war Aber Hydra wäre noch besser gewesen Weil damit könnte ich easy landen Ah komm ich probiere jetzt landen An dem Ding Das geht doch sicher Ich hab nur so schiss Weil das Ding so schnell ist So Polo Oh alter Huch Glaubst du ich land das Ding am Dings am Highway Schwer Ist echt schwer nämlich auch zu steuern Beim landen Weil du darfst halt auf diese Distanz kein Auto haben Ja Und kein Schild und so Ist auch das Problem Ja ja Und kein Fausten irgendwo Ja das wirds schwer Weil so ein Flugzeug hängt sich aus Wenn es in so ein kleines Straßenschiff reinfährst Kannst du schon sein dass du dann Blackout kriegst Oh ne da sind sau viele Autos gerade Oh ja ich bin Ich lande ich lande ich bin gelandet Ich bin gelandet Ohne Probleme Ich bin unten Nice Alter was war das denn grad für ne Landung Bruder Ich dachte ganz kurz mich haut es jetzt rechts rüber Aber I did it So ich muss das jetzt so irgendwo parken Im Walmart am besten Und das ist geil wie sie da mit dem Löschhubschrauber chillen So ich pack jetzt Ich pack meinen Düsenchat am Walmart Ganz realistisch Auf der Sperrfläche Alter mach das mal nach alter so ne Landung Huch Huch Ich seh schon kaum ein Ticket Da hat jemand Hat jemand seinen Kampfchat liegen lassen Ist ja eigentlich gegen das Regelwerk Auf Straßenland Ja ja Eingezeichnete Straßen Da sag ich mir mal in Searchen drüber Oh war heftig Es gibt einen Eintrag Gell Jetzt bin ich wieder unten Haben wir heute auch schon Überschlaghammer gehabt und weiter gefahren Gell Alles heute schon gehabt Alles was geht Ah tatsächlich die haben dieses Löschhubschrauber Also Champagella mit dem Ding drüber Was ist das denn alter Der Maik ist auch unten Ah schön das sie noch dazu gekommen sind Für so ein schönes Szenario Das kommt da jetzt Leute kommt einfach Das ist wie so ne Fliegershow was hier grad drüber fliegt Oh guck mal hier Es ist alles Alles da Das fünftzigste Flugzeug Was hier drüber fliegt Ah die Es sind echt viele Leute zum zuschauen Da grad eben Seh ich grad Echt sauwehre Ich fahr nochmal rüber Schatz Schatz Fink da fliegt mit einem Bomber da drüber Ob wir ein bisschen fett aufgetragen haben Ich weiß ja nicht Schau da drüber am Berg schauen welche zu Schau mal Wer ist denn Die Ging über Sind Flips Ja gingen wir schauen Ah ok Ich sehs noch nicht Ah genau Jetzt sind sie weg Ah das waren wahrscheinlich die Was geflogen sind Hm Blödes Die ist fertig Die sind fertig Der macht ein Foto der steht am Band Der macht ein Foto der steht am Band Der macht ein Foto der steht am Band Was dann Schau mal dass wir das Ding hier wegbekommen Den stuff Ja Dann brauchen wir jetzt einen Abschlepper Der von irgendwo Mechaniker sind nicht mehr da Ja aber so ein Abschlepper Glaubst du wir kriegen das drauf Das Ufo Auf so einen Schlepper Das muss ein Matze fragen Matze Ich weiß grad nicht wo er ist Ah da oben ist er Ich frage ihn mal Servus Wie soll eine Einschätzung Kriegt man das Ding hinten rauf irgendwo Oder irgendwo Natürlich Oder wir rufen die Men in Blacks Ich hab beim Militär nicht die Ausbildung Sollen wir vielleicht die Men in Blacks anrufen Ich hab keiner die Ausbildung So was zu transportieren Ja das können wir Ja das können wir auch mit Einfach weg machen Ja warte mal bis alle weg sind Dann machen wir Blitzings Ja ja Oder wir ziehen da so eine richtige Wand Erstmal hoch Oder wir rufen ein paar Die Men in Blacks Die werden uns weiter Vielleicht mit dem Cargobob hoch ihm Wird nicht gehen Also vielleicht weil er abgebrannt ist Probier's mal Probier's mal Also Flatbett müsste noch gehen Wenn er abgebrannt ist Aber das sieht halt total bescheuert aus Ja 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 Das sieht lauter Okay Schauen wir mal wie wir das hinkriegen Ey Leute Lass mal ein Like da Für das was heute gerade abgegangen ist Auf die 7k Likes Leute Hauen wir mal rauf hier Event 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 Management vom Feinsten Und da ist um die Uhrzeit alles Gleich 0 Uhr Sehe ich jetzt erst Hauen wir mal rauf hier Event Management vom Feinsten Also der Titel Admins drehen durch Ist aber heute ganz schön gut gewählt Für sowas hätte ich gesagt Wenn das jetzt auf dem Flatbett noch drauf geht Wäre noch heftig Dann kann man das abtransportieren Bis zu Aero 51 So ein Konvoi vielleicht machen Das wäre ganz lustig eigentlich noch So ein gesichertes Konvoi Die Frage kriegt Matze da drauf oder nicht Matze der Experte Jetzt kommt Ando Wo wird's Ich glaube wenn er explodiert ist Kriegst du den nicht mal rauf Ist gerade Matze runtergefallen Das kannst du vergessen Er hakt sich nicht ein Wenn ich da hinten einsteige Kann ich da eigentlich ballern Ich glaube ne Ich will hinten einsteigen Oh ne der lässt mich hinten nicht einsteigen Was ist das denn Wenn der den hinten rein geschoben bekommt Klappt das vielleicht Mit Slash äh Da gibt's ja dieses Anbinden Vielleicht mit Anbinden Das soll ich mir jetzt an ob das klappt Jetzt so schallern Ich will es mal probieren anbinden Ob das klappt Ich will da direkt runter ja Ich will da direkt runter ja Das soll ich auch mal probieren Ich habe ne richtig gute Idee Lass uns das einfach mal wegen anbinden Matze Mh? Du kannst ja mal anbinden probieren Ob das geht Mh mh Macht das auch nicht Lass uns mal probieren Wissen wir das Aber vielleicht bei Adventern Ich glaube ich krieg das hin Ich krieg das hin Wenn ich da nicht hin Krieg dann weiß ich auch nicht So Aber für anbinden muss ich halt das Ufo reparieren ne Achso Wuss ich nicht Und dann muss er drin sitzen Äh Ups Muss da rauf glaube ich Dann schaffe ich das Ich muss rauf Dass ich die Mitte treffe Au Oder auch nicht Ah Ah Warte Warte anschieben Und jetzt toe Ich muss an dieses Ich muss in die Mitte des Ah warte hier Sie haben ja kein Fahrzeug in der Nähe Ich muss unbedingt da rauf kommen Ich muss unbedingt da rauf kommen Ich schaff das Ich krieg das hin Ich habe noch einmal kein Fahrzeug in der Nähe Ah das ist schwer Ja Das Ding anzubinden ist glaube ich das Schwierigste was du jemals machen kannst auf RLO Binde ein Ufo an Und wir müssen das weg machen Oh das ist schade Vielleicht so wartet mal Ne Kein Fahrzeug in der Nähe Abschlepper geht nicht Das Ding nicht ran Dann willst du es nie wieder sehen Das ist was so riesig ist ne Und springen Ne vergiss es Unmöglich Wir haben es probiert Und wir haben versagt Wird lustig dass die alles aufräumen ne Das sind richtig lustig Dass sie alles wegräumen Wir machen wir Pits Wir müssen es wegblitzen Ne ich baller das Ding aber weg Mal hinten Dann tun wir es hinten wegblitzen So kann man es ja auch transportieren ne Wir vergraben es einfach Stimmt wir vergraben es einfach Dann sieht es auch keiner mehr Dann ist es raus aus der Welt Wir vergraben es im Steinbruch Ob ich das hinkriege? Ja doch Schauen wo ich das hinbekommen Zack Zerstört Zerstört und vergraben Hat keiner gesehen Es hat keiner gesehen Es ist zerstört und vergraben Oh Im Steinbruch Der Panzer hat es zerstört Sagen wir es einfach so Der Panzer hat es heute zerstört Dann bauen wir mal alles ab Alles einpacken was geht Jungs Entfernen Ah das kann sie nicht entfernen Das ist super Ah die V2 Ja Die meisten gehen nicht mehr weg Schon probiert Ja ja passt schon Der darf da liegen Der darf Der darf So ist weg So ein Ding ist aufgehoben Das passt auch Und dahinten steht mein Auto Das nehm ich noch mit Haben wir gut gemacht Das war's alter Richtig nice Das haben wir aber auch Relativ lange dafür gebraucht Das hier alles auf und abzubauen Aber ich finde sowas muss halt auch sein So variieren So Variationen Von so Sachen Ist schon cool Und die Leute aber was zum hingucken Immer dasselbe Kann man neue RP Szenarien ausspielen Probieren Was man alles machen kann So So Sonst ist ja alles jetzt clean ne Was Alles clean Yes Yes Doch nein Nein Hallo Hallo Jetzt sind wir clean raus Relativ clean raus Hallo Im Zug und so kann man das entfernen Ne aber lass liegen Warum kümmert sich dann irgendjemand Ah ok Was Wie geil Oh mein Privatschat Mein Privatschat Mein Fighterchat steht doch irgendwo Ja der Chat der darf da stehen bleiben Oder der parkt dort Lass mal da jetzt stehen Militäreigentum Ich hab vorher so lachen müssen Wie du diesen Das Ufer weggeflippt hast Das hat aus dem Land so geiler Stör Ja Ich hab's nicht weggeflippt Und ich hab's dann hinten zerstört Und eingegraben Im Bergwerk hinten drin Ganz RP-technisch gelöst Ja Ja damit man sich leider aufsatteln kann Leider ne Richtig geil Du kommst dann ans Mg Wenn man im Dach einschaut Das probiere ich jetzt mal aus Ob das geht Vom Dach aus einsteigen Komm ich ans Mg Aber ich glaube der steigt dann wieder vorne ein Ah ne cool Ah cool Danke für die Info Der gerade den Den Ritz seines Lebens da vorne Ich hab' wie das Wie das schwenkt das Auto Aber danke für die Info Cool Ich hab' so lange kein geht ja und dann mehr gespielt Dass ich das gar nicht mehr weiß Wir hatten damals in Surgeon Auf äh Wobei wir hatten den Ohne geschützt immer gefahren In Surgeon war schon geil ne So für Militär Stuff Ja das ist ein geiles Auto Ich lese mal vor Ähm Verbale 89 Hier Leckerli aber nur Trockennahrung für dich Vielen Dank Dann Bitsi Ich fahre das Team Dankeschön Emil Niel Machs Dank fürs 4P werden Sebastian E07 ist auch noch am Start Was macht man mit einem Hund ohne Beine Um die Häuser ziehen Den kann ich aber auch schon Vielen Vielen lieben Dank Und ich kenne dich doch Ja aber der ist zu groß Das ist doch dieser riesen Flieger Das ist schon Marco 5 Augen mit Fies So Marco Mach weiter So bis der coolste Alter 20 Euro mit ehrenhaften Fies Von der Stunde Vielen Dank Quacksal Andy Moin Moin Bin auch wieder am Start Reichen für mich drei Jahre Repairfahrung für RL30 Alles für natürlich Aber hallo Aber natürlich reicht das aus Vielen 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 Dank auch an dich Dann Benji Benner mit 20 Euro Herz Ja komm ich hau nochmal einen raus Leute Lasst alle nochmal ein Like da Für die Aktion heute Und äh Lasst ihn herzlich nochmal im Chat Auf die 7000 Likes Leute Es fehlen hier nur noch Nicht mal mehr 300 Leute Wenn du mal 300 Leute hinkriegst Ich geh doch mal auf den Like Button pushen Das kriegen wir schon irgendwie hin Hau noch raus hier So Sascha Schulz Moin Gruß aus Hamburg Wegen dem Vorfall Vielleicht vorher Eine Schussfahndung aussprechen Das bei dem Weiterverantwortungsversuch Schossen mit Ja was Jetzt kommst du ja beim selben Ball raus Und dann trotzdem schießen Muss ich nur sagen Ist wie beim Taser 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 Und dann ist er schon hinten drin Das geht so schnell Ich finde PD ist überbesetzt Äh du ich bin aber ganz ehrlich Ich bin froh dass es überbesetzt ist Also wenn viele Leute PD sind Weil wenn du zu wenig PD da hast Das hatten wir auch mal Ist schrecklich wirklich Also ich bin sehr froh Dass wir viel PD haben Und äh Sehr viele aktiv sind Also ich bin echt froh drüber Ähm Weil wir hatten eine Zeit lang Echt Probleme mit dem PD damals Wo sehr wenig PD da waren Und dann muss ich ja ganz ehrlich sagen Da bockt das nicht so Es muss viel PD im Start sein PD muss immer so eine gewisse Eine gewisse Macht auch haben Dass wenn du mal Als Crime was machst Auch wenn ich mal Fett auf den Poppes bekommen kannst Es muss ja sowas geben Weil sonst macht jeder Bankraub Und es ist ihm komplett egal Das finde ich natürlich gut Dass das PD immer so ein bisschen Übermacht ist Die darf gerne ein bisschen stärker sein Dafür haben die Crimes wieder den Vorteil Dass ein Crime zuerst schießt Bevor das PD schießen darf Jetzt sowieso das Beispiel Also ein Crime ballert zuerst Und dann kommt erst das PD dazu Ich finde das okay so Ich finde das als Crime Super wenn mehr PD da ist Ich finde es schade wenn wenig PD da ist als Crime Also ich liebe es wenn viele wirklich sterben Es sollen ja viele sein Ist ja gut so Danke nochmal an Silent Dave Was ist eigentlich wenn ein Admin aus Versehen auf Kicken statt zuschauen drückt Gibt es Folgen? Nö, passiert Aber ist glaube ich bis dato noch nie passiert Aber dann schreib es dann mal im Discord Dass das aus Versehen war So Leider auch verstehe warum man Matt ist wenn man gecatcht wird mit dem Schießen Ich hatte ja auch mal so eine Situation mit diesem Wo wir vier Platten haben mit dem Was waren das? Mit dem Taycan war das ne? Mit dem Taycan war das ja Auch nicht so geil Oh ne, welche Zeit ist es wenn ein Elefant auf dem Auto sitzt? Zeit für ein neues Auto Was mit ein übergiftiger Engel fällt aus allen Wolken Alter Magna Lump wieder mit den besten Flachwitzen Vor zwei Stunden alter So lange haben wir gebraucht Das gibt es noch gar nicht Liebe geht raus auch an Magna Lump So ich lese noch alles fertig vor Ähm Nur und Topics tut Ich wollte dir schon immer sagen wie krass ich da ist Streamsfeier und äh Auch frohes neues Dankeschön Bisschen spät aber auch noch frohes neues So Leidenhainauer mit 42 Ich kenn dich noch Natürlich Magna Lump Zwei Blinder auf der Parkbank Einer muss niesen Sagt der andere Machen wir bitte auch ein Red Bull auf Egal was du kost M Karl Marx Ach ne Ganz schlimm So der allerechte Robert haben wir das letzte Mal vorgelesen ne Glaub ich dann der da auch noch donated RLO Fanpage Also Simon hat noch mal einen Euro aus Lenzslot hat noch einen Euro aus Und dann habe ich glaube ich alles vorgelesen Jetzt wirklich ne Wollte alles sein Ja Hallo Ich bin grad bei der Abmoderation Wollte dann noch gute Nacht Ich hab noch schon alles durchgelesen bei mir War richtig und wichtig Ja noch macht nix Macht nix Das ist seit über vier Stunden heftig Einen halb Stunden Vier Stunden wie sonst ja Ja Aber ich hab grad noch gute Nacht Warte wo bist du grad ganz genau Sonst komm ich noch zu dir Ja ja Kannst doch herkommen Bin ja beim Hauptplatz Oh jetzt hab ich mein Auto irgendwo hin Super Jetzt ist mein Auto weg Wie geht die Pose nochmal Ähm Salut Jo dann machen wir zusammen ne Abmoderation seit lange mal wieder War geil War richtig geil Hat Spaß gemacht heute Das ist die Sound Aber ich spende Scheiße Warte für 10 Aber hat Spaß gemacht Schaut hat der Max Geburtstag Danke für den 10er und alles Gute Ab 0 Uhr Ja dann alles Gute für dich Oha 0 Uhr Vielen Dank Max Jetzt offiziell Late Night Stream Ja Jetzt ist offiziell Late Night Bis in die Nacht rein Bis in den nächsten Tag Ja ladles Ihr wisst Bescheid Heute Haben die Admins mal wirklich durchgedreht Dem Titel Bin ich heute gerecht geworden Andel Admins drehen durch Was hast du im Titel stehen? Äh Homeland macht das glaube ich Ja wir machen das Wir haben es wirklich gemacht heute Heute nochmal Macher Richtig gemacht Aha Ja 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 Gut dann Und dann kam Homeland Ja Und dann kam Homeland Ja Und dann kam Homeland Ja So Na passt Passt Dann Abonnieren Liken Kommentieren Teilen Was auch immer Oh ja vor allem wenn das Stream zu Ende ist Kommentiert Alle die jetzt noch am Ende des Streams dabei sind Warte was könnten die rein kommentieren Irgendein Hashtag Ein Hashtag Ein Hashtag Wie das mit Hashtag Robert Das wäre ein guter Hashtag ja Dann wissen wir nämlich wer live im Stream dabei war Leute nach dem Stream kommentiert Unter Video Hashtag Robert hin Dann wisst ihr wer dabei ist Ja genau Ich werde auf jeden Herzen geben Ich werde auf jeden Herzen geben was geht Jeder Jeder Hashtag Robert kriegt ein safe Herz Der kriegt von mir ein Herz Ja so ist es so Wer bis zum Ende geschaut hat und wer dabei ist jetzt noch Perfekt gut Und Vielen Dank für alle die dabei waren Deltroys sagen wir für 2 Euro und ich kenn dich nicht doch dich kenn dich noch Aber ja gut wir machen jetzt Schluss Jo Aus die Maus Prügel raus Bis zum nächsten Mal Haut rein und Gute Nacht Toodaloo! Toodaloo!